Richtig Hardcore ballern und so. So, ja. Das originale Rayman ist einfach brutal schwer. Rayman 2 ist dann schon wieder fast zu einfach. Und Rayman 3 ist dann irgendwie so... Ja, Mensch. Meme. Warum gehört Rayman immer noch Ubisoft? Gehört's noch Ubisoft? Ich weiß es nicht. Sollte noch existieren. Ich meine, gehört Rayman noch Ubisoft? Das ist jetzt die Frage. Wahrscheinlich ist eine der IPs, wo einfach nur noch verrottet. Direkt neben Captain Falcon on F-Zero. Wollte ich gerade sagen. Rayman gehört noch Ubisoft. That's a bummer. Ja, guck mal. Ihr habt das jetzt auf 16 zu 9 einfach gestretched in OBS. Laut Ubisoft wollen sie irgendwann Rayman 4 rausbringen, aber I don't know one. Also, wenn wir dann von Ubisoft reden, können wir eigentlich, ne? Wahrscheinlich kriegen wir es dann, wenn Assassin's Creed nicht mehr marktfähig ist. Good joke, I know. Rayman 4 ist wie Half-Life 3. Und wir haben auch Child of Light genutzt. Ne, Studio und Publisher. Okay. Ich hoffe, das ist jetzt nicht so eine schlechte Marke. Oh, sie haben das allerbeste Spiel der Welt rausgebracht. Na? Zombie U. Ach du Scheiß. Zombie U. Ein eigentlich Wii U-Exclusive, was auf einmal nicht mehr Wii U-Exclusive ist. More like Zombie-Doo. Können wir übrigens mal darüber reden, wie einfach es ist, fucking Rayman seine Arme wegzunehmen? Hm. Ich meine, Jesus. Scheiße, äh. Äh. Flag, meine Arme, die Tür, ich muss sie mal anspielen, aber es verliert langsam. Es ist nicht mehr der Fakt, dass sie... Ne? Es ist Assassin's Creed. Was machst du? Du rennst von A nach B und, äh. Punching Dudes. Sekunde, es ist ein bisschen laut. Ich muss das mal fixen. Need to fix this. Äh. Ähm, das kommt jetzt in den Mixer. Much better. Aber ich meine ja, wer braucht schon, äh, eine PS3-Version, wenn man, wie ich, das Ganze hier einfach... Ich spiele es auch überhaupt nicht gerade auf dem 360-Controller, weil ich keinen Bock hatte, mir irgendwelche Treiber runterzuladen, um den GameCube-Controller hier am Laufen zu kriegen. Was? Ich hätte mir da irgendwelche Treiber runterladen müssen und dann irgendwie... I don't know, ich hatte keinen Bock drauf, ja. Cut me some slack. Wir werden uns hier nicht stundenlang im Preis drehen. Ich bekomme langsam schon Rechte. Jetzt wünsche ich mir, es gäbe wirklich ein Brotaufstrich, der heißt dafür nur slack. Slack. Dann schneide ich dir ein bisschen was. Allzu schlecht. Zur Belohnung schenke ich dir deinen ersten Fallschirmsprung. Ohne Fallschirm. Da wegen Trophies. Ernsthaft? Raymond 3 hatte Trophies? Sick of shit. Alter krass, 100%. Wird das ein 100%-Run-Shadow? Ich habe keine Ahnung, wie man das Spiel 100% macht, to be honest. Jedes Mal, wenn ich spiele, erfahre ich, gefühlt irgendwas Neues. Ich mache doch nur Spaß. Du siehst echt sexy aus. Komm schon, gib Papa ein Küsschen. Na los, nimm es nicht persönlich. Schau mal, was ich gefunden habe. Das Handbuch. Da steht alles drin. Wenn wir es lesen, wirst du... By the way, Raymond 1 Artwork. Hippies, ja. Der kleine Ficker weiß, der kleine Ficker weiß, was das ist. Ah, hier steht es. Glowbox ist mit deinen Händen verschwunden. Feige, wie er ist, hat er sich sicherlich irgendwo verborgen. Es wird doch nicht einfach, den Kerl zu schnappen. Zumindest nicht für dich. Ach, übrigens. Ich habe vergessen zu erwähnen, dass du für alles, was du dust, Punkte bekommst. Schau dir den Zähler an. Ich werde es dir zeigen. Wenn du Punkte hinzugewinst, erscheint die Anzeige und du gelangst in den Combo-Modus. Der Combo-Modus. Das ist dann erst richtig lustig. Denn im Combo-Modus gibt es für jede Aktion mehr Punkte. Der Combo-Modus. Du solltest nicht trödeln, denn du verlässt den Combo-Modus wieder, wenn du keine Punkte machst. Noch eine letzte Sache. Mit den Punkten hältst du zu, an zu verborgenen Leveln. Versuche also möglichst viel davon zu holen. Combo-Modus. Okay, das Handbuch scheint ziemlich nutzlos zu sein. Aber vielleicht finden wir darin noch ein oder zwei Tipps. Sieh da, sie sagen, dass man zum Springen die Sprungtaste benutzen muss. Ohne Quatsch. Wer hätte das gedacht? Und hier schreiben sie, dass man zum Schlagen die Schlagentaste benutzt. Nee, nee, nee. Gibt es wirklich Tüten, die für so einen Mist bezahlt werden? Oh, mein Freund. Es gibt Leute, die für ganz anderen Mist bezahlt werden. Believe me. So, ich muss mal gucken. Ich hoffe, ihr habt das überhaupt jetzt... Na gut, ich werde es da im Tutorial rauskriegen. Ich denke aber, ich habe es richtig gemerkt. Man muss ja mal bedenken, dass das Ganze läuft auf einem... Also, soll auf einem Gamecube-Controller laufen. Und dann ist es ein bisschen tricky, wenn man so mal überlegt, dass man die Schultertaste nicht durchdrücken kann, aber durchdrücken muss. Sometimes. Shit's weird. What? Yeah, sometimes shit's just weird. By the way, sind das Gartenzwerge? Gartenzwerge, what the fuck? What the fuck, what the... Da ist noch ein zweiten Gerg. Raymond 1 und 2, aber es ist 3... Ja, 3 ist gut. 3 ist nice, aber... 1 ist, äh... Mensch. Ich meine, wie ist der Antagonist nochmal? Der Dunkellord? Dunkelmann? Darkman? Meinst du, Lord? Darkman Rises? Er ist mit Brain. Der Dunkelbiergraf. Der Dunkelbiergraf. Ich hab... Rayman! Hab doch schon lange kein Spiel mehr bekommen, Rayman. Das ist echt schade, Rayman. Wenn deine Rechte nur nicht bei Ubisoft liegen würden, Rayman. Ist in etwa, als würdest du zu Konami gehören, Rayman. Du bist böse wie tot, Rayman. Nein, seien wir mal ehrlich. Es gibt mittlerweile, äh, IPs, die zu manchen, äh, zu manchen Besitzern gehören, wo du dir denkst so... Also, eigentlich sind sie einfach nur tot. Im Grunde alles, was Konami gehört... Shit's dead. Dann, was haben wir noch? Ja, Ubisoft, äh... Mein Ubisoft kennt ja mittlerweile auch nur noch, äh... Assassin's Creed und... Was macht Ubisoft noch? Weiß grad jemand... Kann jemand grad noch einen Ubisoft-Titel nennen? Siehe F-Zero. Ja, aber... F-Zero gehört zu Nintendo und Nintendo... Na gut, Nintendo hat auch ein paar super tote IPs, aber... Wenn du eine Abwagern willst, dann solltest du woanders hingehen. Hier wimmelt es von alten, total verrückten Schachteln. Ich auch nicht kreis. Dieses Akku ist wirklich unschlagbar. Hier erklärt es, dass Schalter dazu da ist, Mechanismen auszulösen. Nein, ohne Quatsch. Wer hat nur diesen Mögel? Irgendwelche Skateboard-Spiele. Hatte Ubisoft nicht, äh, Tony Hawk's Pro Skater 4 rausgebracht, aber nur... Irgendwie auf der Disc nur das Tutorial? Und dann musstest du dir irgendwie ein 16-Gigabyte-Patch runterladen? Produkte von Ubisoft. Äh, die Anno-Reihe. Assassin's Creed-Reihe. Beyond Good and Evil. Child of Light. Also ich sag jetzt nur mal die wirklich bekanntesten. Die Far Cry-Reihe. Äh, For Honor. Oh Gott, For Honor. Die Just Dance-Reihe. Leute spielen noch For Honor? Ja. Ich sag jetzt nur die Spiele, die halt wirklich, ähm... rausgebracht wurden. Ah, so. Prince of Prince ab, ab 2003. Might and Magic ab 2003. Mario und Ravis. Might and Magic 6. Das ist die Stimme von Klobber. Rayman halt. Red Steel. Von Red Steel? Von Red Steel habe ich gehört? Von Red Steel? Eine Tür, die sich hebt und ein Schalter. Wendet ihr dazu irgendetwas ein? Ich meine, von Red Steel habe ich sogar gehört, das soll ein paar schlecht sein. Also zumindest der zweite. Äh, die South Park Reihe, die Tom Clancy Reihe. Also Rainbow Six, Ghost Recon. Tom Clancy Splinter Cell. The Division. The Crew. Sag mal, können wir das hier auch zudrücken? The Crew. Also halt das, ähm... Need for Speed MMO, basically. Brrrr. Track Maniac 2. Trials Fusion. Die Watch Dogs Reihe. Ich glaube, uns steht etwas schlimmer. Und Zombie und Zombie U. Die besten Games. Zombie und Zombie U. Zombie und du Zombie und Zombie ich. Zombie me, Zombie U. Ich schlachte deine Kuh. Weißt du, aber dann schafft es Ubisoft immer noch solche hirnlosen Charaktere wie hier Glowbox zu erschaffen, ey. Gebt euch seine Dialoge. Du hast das Licht angemacht. Ich bin Glowbox. Glowbox war der beste Charakter. Ey, nichts gegen Glowbox. Alles gegen Glowbox. Ich meine, ohne Scheiß. Er hat in, in Raymond M. Das ist ein Multiplayer, by the way. Haben, hat kaum einer von gehört. Und, äh, da gibt's ein Skin, wo Glowbox einfach als Erdbeere angemalt wurde. Ach, das Ding, ja. Shit looks weird. Aber ohne Witz, Raymond M. war eigentlich verdammt witzig. Es war gut. Also ich hab's damals richtig gerne gespielt. Du auch? Oh mein Gott, ich kenn jetzt jemanden, der das auch mal gespielt hat. Das war eins der wenigen, äh, PC-Spiele, die ich damals hatte. Raymond M. bestes Spiel. Raymond M. war ein Night. Was ist los mit euch? Oh, habt ihr's mir nicht schon früher gesagt? Ich find das Spiel total toll. Klar, es ist ein bisschen fucked. Bisschen weird. Okay, sieh mal, ein Schalter. Bei jedem Sensor löst dir einen Mechanismus aus. Es ist ein Multiplayer, also. Ja, ich konnt's immer nur gegen die CPU spielen. Hello Darkness, My Own Friend und so. Aber, ähm, die waren einfach fucking okay. Wenn du weiter trödelst, erzählt er allen noch, er sei dein Vater. Boah. Wo können wir das Leute hinhauen? Dann was Neues über... Alter, das heißt ja, ich könnte irgendwann tatsächlich mal Raymond M. streamen. Alter. Things I never knew. Dachte mal so, dass wir denn so... Der streamen... No one fucking cares. Das ist so fucking Raymond Multiplayer. Who fucking cares? Gerade weil's ein Multiplayer-Games wird's wahrscheinlich gut ankommen. Ja, das Problem ist, du kannst das... Wir können's halt nur nicht Multiplayer spielen. Mit Hamachi geht alles. Hamachi, ja, wow. Willkommen 2009. Nein, aber wir können ja die neuere Variante Red VPN verwenden. Die soll ja sogar richtig gut sein. Das ist praktisch Hamachi, bevor's scheiße wurde. Hamachi, bevor's scheiße wurde. Ich mein, wirklich, das... Klar, das Racing-Game davon. Weil Raymond M. war ja im Grunde zwei Games. Einmal so ein... So ein Multiplayer-Shooter? Plattform-Shooter, kann man das so sagen? Joa, einfach, du wurdest in Arena geschmissen. Battle-Mode praktisch aus Mario Kart ohne Autos. Ja, basically, du wurdest eigentlich so in so einen Battle-Mode geschmissen. Und dann gab's ja halt noch diesen Renn-Modus. Und der Renn-Modus war... Ähm, wie ich mich erinnere... Kacke, ja. Und den kann ich mich sogar gar nicht mehr erinnern. Doch, ich kann mich dran erinnern. Nur leider nicht positiv. War das einfach nur... Rennen, Rennen? Also nicht Rennen, Fahren oder so? Ja, nee, es war wirklich Laufen. Du bist gelaufen. Ich glaub das daran, ey. Ich erinnere mich, dass es einfach scheiße war. Weil die Steuerung nicht so geil war. Es war aber echt so. Du bist einfach nur gelaufen. Und die Death Perception war, glaub ich, das, was mich immer gekillt hat. Und konnte ich einschätzen, wie weit ich von einer Plattform entfernt war. Ich hab grad von André verstanden. Hör zu, du Wichsfigur! Aber was ist denn das? Laserreiniger. Verwandelt ihre Kleidung in einen Kampfanzug. Einen Kampfanzug? Aber das ist doch genau, was wir brauchen. Mensch, das ist ja genau das, was One Piece aktuell hat. Fass das Ding nicht an. Das gehört den Hutl um und ist möglicherweise gefährlich. Ich meine, es ist eine Dose. Es gibt den Kampfanzug. Meine Güte. Jammer 66 hat von Rayman geklaut. Confirmed. Die Sache ist, wenn es eine Idee gibt, dann wird, dann kann man... Wie war das nochmal? Wenn eine Idee gedacht werden kann, wurde sie bestimmt schon einmal gedacht oder so. Yes. What? Das heißt, du kannst nicht mehr originell sein heutzutage. Weil irgendwann hat sich einer bestimmt, dass irgendwann schon mal gedacht, ob er es umgesetzt hat, ist eine andere Sache. Das Überleben aller Völker hängt davon ab. Du sagst mir, wenn ich übertreibe. Ja, Sobermann. Soba- was? Sobermann. Saubermann? Soba. Wie die Soba-Nudeln. Ah. Heute neues OP-One-Piece-Gang-Gigant und what the fuck, ich komme nicht so oft klar. Jetzt das neueste? Weil das soll ziemlich mehr sein. Das ja. Das wirst du noch kennenlernen. Was, 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 was? Was werde ich noch kennenlernen? Ach so. Es ist jetzt nicht das komplette, aufs komplette Game gemünzt, aber wenn, ähm, wie war's? Wenn ein Spiel Spiegelungen nicht richtig hinkriegt, dann bringst du dich auch so, what the fuck? Jetzt hab ich auch gesehen, die Spiegelungen sahen total weird aus. Nee, die Spiegelungen waren einfach nur falsch rum. Stimmt, das war das. Die waren einfach falsch rum. Wenn du auf dem, wenn du vor einem Spiegel guckst, dann guckst du nicht deinen Rücken an. Wieso nicht? Tust du das nicht? Mann, bist du weird. Ja, ich bin keine Eule. Ich kann meinen, kann meinen Hals nicht um 180 Grad drehen. Leute, können wir mal kurz festhalten, Andy ist fucking weird. Das ist sowieso. Oh, warte. Ich hol mir das mit guten Punkten. Ich mochte aber dieses Power-Up-System hier in Rayman. So, das ist, ist es time-based, aber trotzdem cool. Gab halt welche, die waren eher so Combat-relevant und dann gab's welche, die waren eher so Platforming-relevant. Ich mochte das. Ich mag das. Ich mag das. Ich mag das. Blech. Ich weiß nicht, irgendwie hab ich nur gehört, dass das neue One-Piece halt irre scheiße sein soll. Oh Gott. Es hat zu wenig Content dafür, dass es als Vollpreistitel verkauft wird. Das altbekannte Problem. Und vor allen Dingen, du hast One-on-One-Fights, aber keinen Lock-on. Nice. Das braucht man doch. Ja, also wild einfach in die Gegend rumhauen. Wer mag das nicht? Hallo? Ich meine, ich stelle mir das richtig cool vor, so Luffy wie Spider-Man mäßig durch die Gegend sich katapultieren und schwingen zu lassen. Ja, das scheint schon ein Badass, ne? Aber... Das klingt halt geil. Das Problem ist, so wie ich die Welt gesehen habe, hast du nicht wirklich häufig die Möglichkeit, dich so an irgendwas dran zu machen. Von blauer immer Spitze. Ja. Ich mochte rot. Hat er gar gesagt, Zelda braucht dich? Was ist das fucking... Ich hab das jetzt hier ewig nicht mehr gezockt, ne? Ich hab's nicht... Ich hab's ewig nicht, ne. Dachtest du du Speedruns das jeden Tag? Ja, doch, natürlich. Ich hab keine Ahnung, wo der, äh, wo überhaupt der Rekord bei Rayman 3 liegt. Beziehungsweise... Ich hab mal überlegt, aber... Oh, hast dir wehgetan? Hm? Ja, das auch. Ich hab mir wehgetan beim Denken. Passiert mich ständig. Ich hasse es, wenn das passiert. Oh, ey. Ich bin aktuell schon froh, dass ich jetzt erstmal nicht mehr, äh, Schichtleitung bin. Irgendwie jedes Mal, äh, wenn ich Schichtleitung bin, passiert Bullshit. Was labert der für einen Scheiß, Junge? Was laberst du? Speedrun. Ist jetzt Jump Force scheiße, oder nicht? It's pretty trash. Eine Stunde, sieben Minuten ist der Weltrekord. Boah. Respekt. Also, ich würd, ich würd, äh, Jump Force nicht als schlechtes Spiel abstempeln, aber zu wenig, äh, Möglichkeiten benutzen. So, als, als wirklich Kampf-Game, wenn du wirklich nicht von den, äh, fertig, fertig gemacht, äh, deinen eigenen Charakteren ausgehst, dann ist das eigentlich solide. Es ist halt ein Fanservice-Game. Na ja, äh, äh, Story-Modus ist es nur, wie ich gehört habe, richtig kurz. Kurz ist es auch noch. Ich mein, in welchen anderen Spielen, äh, kannst du, äh, Karate-Ring-Vicky kämpfen lassen, also. That's a good point. Was hat er eigentlich, Yugi's Ultimative, äh, Move sein sollen? Was? Ach so, er zieht einfach nur Karten. Droh! Monster-Gato! Droh! Dreht einfach durch und irgendwo hörst du im Hintergrund, äh, Weevil sterben. Wow. Und dann kommt Theo um die Ecke und beendet den, den Finisher. Äh, Yugi, Yamete! Nie, Yamete! Und Yugi so, Hanase! Rastet komplett aus. Spielt noch ne Monster-Kado. Nee, er spielt dann, er spielt dann Mai. Mai-Ster-Kado! Und Mai so, wieso bin ich hier? Was mach ich hier? Was machen meine Brüste hier? Und rei darf auf keinen Fall hinein! Geck, 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 geck! Bist du da? Bist du da? Bist du da? Bist du eigentlich nicht so? Bist du da? Bist du da? Royals 3, hör mir auf. Das Spiel ist so kurz vor Platin bei mir. Ne? Welches? Pirate Warriors 3. Ist so kurz vor Platin bei mir. Mir fehlen wirklich nur 100% der Bio und dafür brauche ich alle Münzen. Und das ist teilweise echt Cancer. Ja, die Münzen sammeln ist schon scheiße. Zumal, wie ich das verstanden habe, musst du dafür wirklich in diesen super Hardcore Modus, wo alles Level 100 und höher ist. By the way, ich liebe deren Tanzstil. Also wirklich, Fortnite-Dancers sind ja absolut scheiße entgegen. Das ist eine... Ich meine, er hier, ne? Er geht sogar noch einen Schritt weiter. Er benutzt die Beine. Das ist die Vorform vom Flossing, was du da siehst. Ja, genau. Das ist die Beta-Version von Flossing. Trotzdem haben die ihre Zeit ihres Lebens. Ich liebe es. Hey, sag mal, habt ihr André gesehen? Oh, man, ich habe irgendwas falsch mit Flossing. Gibt es drei Könige? Stimmt eigentlich. Im zweiten hieß das immer so, ich bin König. Nein, ich bin König. So haben wir da jetzt irgendwie sechs Könige in einem Raum. Vielleicht haben sie das hier irgendwann gedacht so, you know what, this is stupid. Glowbox kann nicht beim Herzen bleiben. Das ist zu riskant. Glowbox kann nicht am Leben bleiben. Er muss sterben. Sie haben alle geknippelt. Ich nehme euch vor, die kleinen, weil es entscheidend ist später nur noch so, wer König ist, indem sie kniffeln. Shadow, wir müssen irgendwann einfach mal einen Kniffel-Stream machen. Würde ich zu gerne. Gibt es da eine Möglichkeit? Tarotour-Simulator bestimmt. Oh, scheiße. Er flergisch gegen Laumensaft. Gegen Laumpaft. Alter, wie kann man nur allergisch gegen Saften-Flaumen sein? To be honest, ich hasse selber Pflaumen, also von daher. 0% nice. Da war so irgendwo was. Real-Life-Kniffeln. Oh, nee, da muss man ja Sachen für besorgen und mitnehmen. Hast du eigentlich einfach einen Würfel und einen Würfelbecher? Ich glaube, ich habe sogar irgendwo, to be honest, ein Würfel-Set, also ein Kniffel-Set bei mir rumliegen. Oh Gott. Die Special-Stages, die habe ich ja total vergessen. Ja, ne? Vor allem, die sind 16 zu 9. Why? Warum sind die 16 zu 9? Das gesamte Spiel sind 4 zu 3, aber die Dinger sind auf einmal hin fucking, ne? Weil die Musik ist, wie kannst du das sehen? Dass das jetzt anders ist? Ja, weil es auf einmal in einem anderen Format ist. Echt? Ja. Ach so, weil die schwarzen Ränder da sind, meinst du? Oh Gott, aber das... Dauphin mag das nicht. Ich meine, meine reale Konsole mag das nicht. Meinte ich. Deine reale Konsole, die nach jedem Autosave einen gelben Schriftzug in dein Bildschirm rein... Ja, genau. Das ist ein Bug. Kann man übrigens aussteigen. Das ist ein Bug. Das ist ein Bug in der Konsole. ein Glitch in der Matrix. Ein Easter Egg, ne? Ja, genau. Wenn man die ganze Zeit irgendwie den B-Knopf oder so drückt, wenn der Gamecube hochfährt. Das kriegt man nur, wenn man der Beste auf dem Gamecube ist. Oh fuck. Genau so und genau dann und nicht anders. Die Dinger waren schon geil. Ich sehe schon, Vivi würde wahrscheinlich komplett abdrehen, wenn sie jetzt hier wäre im Chat. Sie fand hier mal total cool. Was fandest du cool? Du meinst die Stages? Ne, Vivi machte mal hier diese Special Stages hier. Ja. Beziehungsweise es ist ja immer Special Stages. Es ist ja eigentlich nur äh World Transport Bullshit. Mit funky Musik. Bonus Nüsse. Bonus Nüsse. Dazu gibt es diese Nüsse. Oh fuck. Weißt du, was das für eine CD ist? Weißt du, was das für eine CD ist? Ich glaube auch es hat das Maul, ey. Fucking hippie. Ich kann es mal sehen, ich kann nicht klar denken, wenn ich an Hippies denke. Bei mir auf der Arbeit kommt man dauernd manchmal Leute, wo dann sagen, ja haben sie auch Sojamilch für meinen Kaffee? Ich denke, du verdammter Hippie, sehe zu, dass du wegkommst. Oder irgendwie, was weiß ich. was ich wirklich machen würde? Na. Kaffee spucken? Ich hab Nussmilch. Wollen sie Nussmilch? Wollen sie Nuss? You want nutmilk? Mmh, exactly. You want to nut? You want the milk of a nut? I can give you nut. Da hat er einen vergessen. Ich hab einige vergessen. 95 Prozent. Ja, Alter. Das ist sowieso das Beschissene, dass du sowieso nicht am Ende merkst du, oh, you fucked up, mate. Und du kannst ja nicht einzelne Level wiederholen, du kannst ja nur gewisse Welten wiederholen. Hey, wer hat die schönste Musik ausgemacht? Von alt. Wo soll ich mal deine fancy Steampunkbrille hinter mir? Du schnauze und räum' mich hier raus. Ich habe dos. Sie soll aber erst mal ihre Begankrifte echt mal. Ja, Glowbox, du hast doch schon vorher ärztliche Hilfe gebraucht, aber das willst du ja nicht wissen. Ich hab mein Gebiss, ich hab mein Gebiss, hallo. Ich hab mein Gebiss, hallo. was, was? Du, what, mein? dieser Glowbox, es ist Glowbox, hallo. Merkst du noch was? Glowbox muss man hassen. Er wurde zum Hassen geboren. Du bist treu dumm. Dumm trifft's er. Das ist aber nicht nett. Das ist aber nicht nett. Das ist Glowbox. Durchs Spiel würde etwas fehlen, wenn Glowbox nicht da wäre. Ja. Glowbox. Jemand, der die Grundintelligenz des Spiels hochzieht. Ich muss meinen Müll anzünden, was? Ich glaube, er hat gesagt, ich muss meinen Grill anzünden. Ich hab verstanden, ich muss meinen Müll anzünden. Alter, rennt der Typ durch die Gegend und zündet anderer Leute Müll an. Zünd dich an. Zünd dich an. Ich muss meinen Müll anzünden. Oh, Mann. Oh, jetzt kriege ich meine Lieblingsfähigkeit gleich. Aber ich verstehe, warum manche auch die blaue Fähigkeit am coolsten finden. Die ist auch ziemlich awesome. Ich mag die Rote halt am liebsten. Ich finde den Style davon so cool. Und das Einzige, was du damit machen kannst, ist Türen verprügeln. But still. So könnte der John Cena sein. Super. Powerfest. Ich muss meinen Müll anzünden. Wobei, ich erinnere mich gerade, es gab ja auch noch diese Raketen-Faust. Die war auch ziemlich cool. War zwar unglaublich spezifisch, aber trotzdem verdammt cool. Mein Müll anzünden. Ich muss los. Die Naturruf. Die Naturruf. Ich finde die Viecher immer toll. Vor allem, du musst dir mal vor Augen halten. Es gab jemanden bei Ubisoft, der sich gedacht hat, Mensch, wie wäre es, wenn wir jeden von dem spezifische Voice-Lines geben? Weißt du noch, an die mich erinnern? An den Maulwurf. Maulwurf? Gänse Rapante, Rapante. Oh ja. An die, an den erinnert mich. Maulwurf. 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 Na, haare runter. Na, 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 na. Alter. Jetzt fehlt eigentlich nur noch, dass er dann so diesen typischen Jugendslänger so, Digga, alter. Digga, Rapante. Rapante, ey, Digga, alter. Rapante, Digga. Ich frage mich wirklich, ob manche Leute aus solchen Gruppen dann nach Hause kommen und dann plötzlich wieder Hochdeutsch können. Das ist einfach wie so ein Kamel und einfach machen so, ich traue mich nicht, den anderen zu sagen, dass ich diesen Slang scheiße finde, aber ich möchte dazu gehören. Und jeder andere denkt sich das genauso. Ich stelle mir das gerade so vor, so nach dem Motto, weißt du, unten in der, äh, auf der Straße sagt er so, jo, Mann, dann sehen wir uns ja morgen, ey, Digga. Gut, mach's, komm, gut nach Hause, Digga, alter. Geht er nach oben jetzt in seine Wohnung. Oh, Mensch, ich fühle mich ja durchaus leicht, äh, ne? Weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Ich fühle mich etwas neben der Spur. So, ich sollte, ich sollte meine Mutter anrufen. Ich fühle mich ein wenig befleckt. Ich fühle mich befleckt. Alter. Ich fühle mich etwas saftig heute. Was ist noch so ein richtig hochgestochenes deutsches Wort? Ja, kommt drauf an, wie du es sagst. Es ist ja schon etwas pompös hier. Ein wenig lädiert, mein Bester. Ja, oder Kontakt pflegen alleine schon ist auch so weit. Das kann ja so nicht sein. Der Dieter, der, der hat ja, der hat ja wieder Sachen gemacht. Das muss man nicht mehr so. Halt an mich, Dieter. Halt an mich, Dieter. Ich will es dir nur mal so sagen, so, ne? Aber da, äh, der Bösewicht scheint auf Wort zu stehen. Kann das? Ja, ich wollte es eigentlich die ganze Zeit nicht ansprechen, aber wenn du schon da bist, ne? Mein ja nur. Im Mai ja nur, ne? Liegt halt so auf der Hand oder im Bauch, je nachdem. Das ist so ein Bauchgefühl, nicht wahr? Liegt schwer im Magen. I went there. Ich meine, ich gestehe, Combat in dem Game hier ist nicht unbedingt, äh, ne? Was ich High Notch nennen würde. Aber es funktioniert. Neb, 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 er steht auf Vorrocks. Was? Auf Vorrocks? Was? Vorrocks? What? Entity wissen doch gar nicht, was das ist. Seid froh, dass ihr es nicht wisst. Und das ist ja das Team ist doch eher bei 18 gestellt. Ja, aber seid froh, dass ihr es nicht wisst. Ihr wollt es nicht wissen. Believe me, es gibt gewisse Sachen, die wollt ihr so einfach nicht wissen. Es gibt so, es gibt so bestimmte Sachen, die, über die sollte man sich nicht informieren, wenn, äh, wenn man das, wenn man die mal hört, so wie die blaue Waffel. Oh Gott, ich hab nie danach gegoogelt, aber ich weiß, dass ich's nicht googeln möchte. Aber das ist genau dasselbe. Ich hab's, glaub ich, mal getan und dann wieder verdrängt. Vielleicht kann mich jetzt auch akut nicht mehr dran erinnern, was es war, aber ich weiß, ich habe dann nachgegoogelt, weil ich neugierig war und ich dachte, ja, mich kann sowieso nix abschrecken. Ich mein, ich hab mal, ähm, von Maximilian gesehen, er hat das irgendwie mal im Stream gegoogelt, also halt nicht, nicht gezeichnet, aber alles, was ich von ihm gehört hab, war, I saw someone's fucking bloodborne dick. Vorrocks, das bleibt dir zu überinterpretieren, was ich gesagt hab oder was ich nicht gesagt habe. Das ist halt ein Bauchgefühl. Hm. Believe it. Nein, Lorbox, ich kann nicht fliegen. Ich kann propellern. The Fox, das ist dein Problem. Ich habe es ja auch nie verstanden. Ich habe es nicht. Ich habe es nicht. Ich habe es nicht. Moin. Musst der auch Müll anzünden? Ich muss Gas ausdrehen. Nee. Er sorgt dafür, dass der andere auf einmal seinen Müll nicht mehr anzünden kann. Achso, ja, stimmt. Ich merke schon. Eigentlich müsste man mal alle diese, ja, diese Sätze von diesen Kleinlingen zusammennehmen und dann einfach mal gucken. Vielleicht ergibt das insgesamt eine Storyline. Ich meine ja nur, vielleicht interpretiere ich da auch einfach gerade zu viel rein. Probably yes. Vielleicht mache ich nur wirklich so einen auf, äh, ne, Verschwörungstheoretiker. So von wegen, äh, Sans is a Nazi und sowas. Es würde mich nicht mal wundern, wenn es Leute gibt, die so eine Theorie tatsächlich besitzen. Ich meine, sorry, aber es ist so. Ich muss noch meinen Joghurt aufessen. Ich muss noch meinen Joghurt aufessen. 3D. Ich wüsste noch die Zeit, wo alles 3D sein musste. Oh ja, alles musste ins Gesicht springen. Ja, es war dieses nervig 3D. Ich habe es gehasst. Ich glaube, es gab nur so eine Handvoll Filme, die das gut effektiv genutzt haben. Darf ich einen nennen, wo es richtig scheiße genutzt hat? Hm. Spy Kids 3. Oh Gott. You remember? Generell, Spy Kids habe ich ja gefressen. Aber ich habe, ganz ehrlich, ich kann die Filme nicht mehr auseinanderhalten. Es gab zu viele. Ich meine, der dritte war so A 90s Kids Dream. Nach dem Motto, oh, es ist ein You're in a Video Game. Oh. Da habe ich den aber gar nicht mehr gesehen. Ich habe, glaube ich, nur den ersten gesehen. Mit den Handmenschen. Generell, die Filme waren merkwürdig. Es war ein Drogentrip, ja. Also jedenfalls der erste. Ja, der erste. Gab es da nicht irgendeinen Typen, der irgendwie so einen totalen merkwürdigen Trip hatte? Ich meine. Du meinst, du meinst den Drehbuchautor? Auch. Nee, es gab doch da irgend so einen Typen. Shark, Shark, Lava und Beuge. Aber man, da muss man aber sagen, Gott, das ist, man, der Typ hat den Film für seine, für seine Kinder gemacht. Also, klar, das macht den Film jetzt nicht besser. Movies do shit. Das ist eine nette Geste, aber man, nächstes Mal. Mach's nicht scheiße. Mach lieber einen guten Film und mach keinen Scheiß. Halt an mich, Dieter. dann wer kann schon behaupten, also mein Vater hat mir einen Film gemacht. Der Film ist zwar super scheiße, aber Mensch. Dein Film ist super scheiße? Und dein Film ist super scheiße. Und ein bekanntes Flugobjekt aus einer fernen Galaxie. Identifizieren sie dich. Ich wiederhole, identifizieren sie dich. Alter, Globus, was ist los mit dir? Warum bist du? Wahnsinnig cool. Why do you exist? Thunderball. Oh, la, la, la. Oh, ich hasse es. Ich will den letzten Tag nur daumen, dann kommt zu nix. Okay, der muss Holz hacken. Wie teilst du das jetzt mit dem Joghurt zusammen? Hm, gute Frage. Wow. So, ein Game. Can you not? Wann was ich ja doch nie verstanden habe, muss man eine fixe Punktzahl erreichen für 100%? Muss man alles einsammeln? I never understood. Ich glaube, du musst alles im Level finden und eine bestimmte Punktzahl erreichen. Ja. Oh Gott, wie kamen wir jetzt auf Spike-Hits? More like Spike-Hits? Funny joke. Spike-Hits, ja. Ich liebe blauensamten, solange ihr verloren gewesen. Spiegel-Kits. Kotz-Kits. Oh, was für ein Spiel. Kid-Kotze. Ach ja, wegen 3D springt ihr ins Gesicht. Ja, der Film konnte das besonders gut. Der konnte das richtig gut. Mein gut, es war einer der most early 3D-Filme, die es gab, also... Ne? Rocket do punch. Ah, Konami und haben vor den Dings geklaut. Du kriegst es hier aber echt schnell, ne? Ja, man kriegt die Fähigkeiten sehr schnell hintereinander. Hat es dir Spaß gemacht? Können wir jetzt gehen? Hier war aber irgendwo ein Secret, I remember. Simba. I remember. Simba. Cause I remember. I'm trying to live a night. I'm the more. Hat sich gerade der Game-Stein in einen Rutenstein verwandelt? Ich hab keine Ahnung. Das hat sich gerade... Das Spiel hat sich gerade von 4 zu 3 wieder in 16 zu 9 verwandelt. Das hab ich gesehen. Oh. Schon wieder... Geil. Das Spiel weiß nicht, welches Format es haben will. Muss ein Glitch in meiner... in meiner Gamecube-Konsole sein. Wie viel Mega-Arts hat der einen Gamecube? Wahrscheinlich mal schnell genug zu schlagen. Ja, so in etwa. Wahrscheinlich ist genau das das Problem. Meine Gamecube läuft schon auf den Herzschrittmacher. Das ist das Problem. Meine Gamecube will eingeschläfert werden, aber ich halte sie am Leben. Ich weiß, es ist fucking morbid, aber ne? Ist das eine Gag-Cube? Ist das eine Gag-Cube? Der Dolphin-Bugten... Ach, das ist ja kein Dolphin. Das ist ja eine original Gamecube-Konsole. Ja, denn... Die Gamecube hieß mal Projekt Delfin. Deshalb... Und in der sie so, dass es bloß einen Spitznamen... Eben. So hab ich meine Konsole einfach genannt. Ganz witzig. Mein Königreich für eine Flasche. Mein Klitz zu kleinen Flächen. Mein Königreich für eine Flasche. Wow. Ein fucking Alkoholiker. Wo will das Ding hin? What the fuck? Ich bin schon wieder Donnerstag und ich merke jetzt erst, oh, ich hab die letzte One Piece-Film gar nicht geguckt. Hast nix doch passt. Ja, zurück. Soll ich dir sagen, was passiert ist? Oh, nee. Ich guck's gleich. Aber ich kann's dir sagen. Das macht keinen Unterschied. Aber ich will nicht. Ich will sehen. Das ist basically... Thriller. Ich will gucken. Ich will die Füllmasse sehen. Und ich will die Füllmasse... Ich will Zement dabei zu gucken. Ich will Zement dabei sehen, wie er trocknet. Das ist aktuell One Piece leider, ja. Tolle Technik. Da kann man nicht weckern. Aber wozu ist das gut? Oh, geil. Even more DCs, äh, CDs. Ah. Dann die Linkenparks. Crawling in my crawl. Nein, nicht crawling in my crawl. Die Version ist so bescheuert. Ich bin ja hier, äh... Ein bisschen was nochmal. Nein. Ich muss mal kurz gucken, wie der Dreh ist. Ein Fass! Manni, danke fürs Fausten. Ich bin jetzt schon gleich eine Stunde dabei und ich bin noch nicht mal ansatzweise. Wie schafft man das Spiel in einer Stunde? Naja, durch Skips wahrscheinlich. Gibt nicht zufällig ein Video von dem Speedrun, oder? Sicherlich muss es geben. Sonst wissen wir das nicht als Speedrun anerkannt. Das ist doch... Maybe someone can post on Surfer. Weil das würde mich echt mal interessieren. Ich spiele das Spiel seit Jahren und hätte keine Ahnung wie. Ach ja, genau. System of a Downshop, Sui, und alles ist einfach nur noch Table. Hey, Raymond! Was? Wake up! So, irgendwie so, wake up! Kind of here a little bit of table. We're at a table! I don't think you... Table! In table! My table! Wow. What the fuck? Ich hab doch hier irgendwo so'n Quietschding gehört. Egu. Egu. Any percent. Ja, also 100% in einer Stunde, da hätt's mich noch mehr verwirrt. Ich mein, seien wir mal ehrlich, also... Ja. I don't think you table. I don't think you table. Trust. In. Meme. Hilfe. 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 Okay. Was ist da pass' ich hier gerade? Ist der noch was? Oh. Äh, 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 table. Schau mal, es geht mir das nicht mehr aus dem Kopf. Oh, ich brauche echt wieder eine andere Seite. Hm? Meine, äh, Animes wirklich, äh, zu gucken. Ja, Kiss-Animes ist manchmal echt, oi. Kiss-Animes wird mittlerweile echt zu übertrieben, was seine Pop-Ups angeht. Und das Problem ist, ich kann ja da leider keinen Adblock benutzen. Also dann sagen, ja, du benutzt Adblock, du bist jetzt für 24 Stunden gesperrt. Das hab ich jetzt nicht. Ach da, ach da, oder? Hey, we got super power. Skip. We got skip. Ach, ich hab die Dings gefunden. Ich hab... Dieses... Dieses Opening, ne? Dead. Wann hat das angefangen? Ich muss noch im Handschuhfach nachschauen. Ich muss noch im Handschuhfach nachschauen. Okay, wo packt das jetzt wieder, dass er im Handschuhfach nachschauen muss? Wo passt das jetzt wieder in die Storyline? Ich meine, Leute, können wir mal unser kollektives Hirn benutzen? Können wir mal unser Superhirn einschalten? Big Hirn. Und einfach mal überlegen, wie passt das jetzt alles zusammen? Ich meine nur. Wo sind wir jetzt? Hm? Ach so. Was? Nein. Doch. Das ist doch nicht erst seit 856 im Gange, wenn wir jetzt bei 887 sind. Das ist schon früher wie jetzt bei 887 ist. Okay. Monkey D. Luffy. Monkey D. Luffy. Monkey D. Luffy. Monkey D. Luffy. Okay, aber ich muss bei der Ein-One-Piece-Folge tatsächlich sagen, dass ich eine Sache ziemlich geil fand. Wo einfach mal ein Himmelsdraher mit einer Keule getroffen wurde. Mach mal. Ich meine, letzte Folge. Im Handschuhfach nachschauen. Okay, er muss auch im Handschuhfach nachschauen. Also irgendwas ist richtig wichtig, an diesem Handschuhfach. Aber ja, can we... Big Brain? Der eine muss den Müll an... Ich meine den Grill anzünden. Der eine muss seinen Joghurt essen. Das ist wahrscheinlich der Veganer der Truppe. Das tut der Typ im Handschuhfach seine Kinder und mit dem aufzuhalten, seinen Müll anzünden. Der muss die Blumen gießen. Der hält sich da einfach raus. Der hält sich aus der ganzen Sache raus und denkt sich, nö. Er muss sich seine Schuhe zubinden. Hm. Wie hängt er jetzt in der Storyline zusammen? Er ist Ruffys Bruder oder sowas. Ich muss meine... meine Bude anzünden. Da unten, Raymond. Da ist die Praxis des Heilers. Wir haben es geschafft. Oh, Schweinze, Spacko. Er muss gar nichts. Wow. Das ist erstaunlich. Der Typ macht gar nichts. Frage ist, wie ist er jetzt in der ganzen Implot verwickelt. Ach, dat Ding. Der grad so, Bruder muss los. Oh Gott, nein. Nicht der Bruder muss los, ey. Wadwur. 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 Die Musik ist richtig süchtig hier. Arsch. Das ist schmackene Böken. Meine Gamecube gletscht. Vergi, Vergi, Vergi. Auf weg von mir aus. Die hätten schon vor einem Jahr weggekonnt. In die Tonne. Oh meine Güte, zünden sie von mir aus. Ich habe hier jemanden, der anscheinend Müll anzünden will. Also von daher. Das ist schmackig. Aber es ist schmackig. Oh weh, da habe ich in der Amateurliga bessere Verteidiger gesehen. Oh. Das ist auch überhaupt nicht schwer zu kontrollieren oder so. Nee. Exzellent. Serial Eater. Benutze meine Spezialtechnik. Laufen. Die Angriffsreihen der Hoodloans wirken heute völlig unkoordiniert. Es fehlt der Spielflug. Oder der Mannschaft den hohen Zusammenhalt verleihen könnte. Was ist das hier? Was ist das hier? Fucking Football? Irgendwie Reiming Rabbids. Rabbids Scheiße. Kaputt. Gut. Das war der Merkwürdig. Nicht die Rabbids ja auch, bitte. Halleluja. Die Rabbids, ey. Der größte Shit, den Ubisoft jemals geschittet hat, ey. Oh yeah. Das war super, Baby. Das war super, Schnörgen. Mann, es fing ja so bedeutungslos mit den Rabbids an, ne? Warum hätt's nicht auch bedeutungslos bleiben können? Mein ja nur. Musste man daraus jetzt was machen? Musste man aus den Rabbids irgendwas machen? Wer hat danach gefragt? Kann doch niemand danach gefragt haben. Musste man mit halbwegs Verstand. Raymond, hast du das gesehen? Der Humor von den Rabbids kann mal ganz cool sein. Das ist halt Slapstick, ne? Ja. Kommt gut an. Ja, aber, you know. Es ist einfach das Phänomen, dass wenn etwas eigentlich nur als nebenseitiger Charakter reingeführt wird und dann wird es plötzlich halt so populär, dass man daraus einen Haupttitel macht. Das ist genauso wie die, ähm, Pinguine aus Madagaskar. Die waren auch nur als Slapstick-Seiten-Gag gedacht. Und auf einmal kriegen sie eine Serie und einen Film. Und ich sag mal so, durch, äh, hier Rabbids Kingdom Battle ist ja jetzt auch kein schlechtes Spiel daraus entstanden. So wie ich das gesehen habe. Ich meine, ich meine, ne, es sind auch nicht schlechte, äh, aus dem Soundtrack von den Rabbids ist auch was Gutes entstanden. Nämlich ein schönes Meme-Format. Ja. Ah! Victoria's Cycle oder Vicious Cycle of 2-4 zum Beispiel. Also ich hoffe, das kennt ihr alle, das ist, äh, YouTube Grundwissen. Sagt mir sogar gerade nichts. Echt nicht? We need to change this. Na, schauen wir mal, was wir da haben. Da müssen wir sie aufschneiden, das tut mir ja leid, nicht? Ah, der ist wieder borstig. Ist wieder borstig. Ich möchte, dass ihr Problem größer ist als befürchtet. Sehen Sie, der schwarze Lumps hat sich durch die Niere hindurch irgendwo in der Rippenjägen verkrochen. Sie sollten einen Maren-Spezialisten zu Rate ziehen. Ich kenne einen sehr guten im Land der wandernden Seelen. Ich verlasse sie jetzt, um meine Instrumente zu säubern. Ich muss mal gucken, wir schauen da einmal, äh, Vicious Cycle of 2-4. Das ist YouTube Grundwissen. Genau wie, äh, genau wie der Fakt, dass, äh, Hitler in Wirklichkeit die Mauer nur raus genießt hat. Und dann ist er mit seinem Dino in den Sonnenuntergang geritten. It's fact. Steht in allen Geschichtsbüchern. Ja, du, du kannst, ja. Oh, yeah. Diese Stage ist am nächsten Mal, wenn ich zu einer anderen Zeit. Macht schon Spaß. Da hab ich was verpasst. Weißt du, das sind so Zeiten, wo sich, äh, Ubisoft noch gedacht hat, Mensch. Shit can be awesome. Und dann kam Assassin's Creed. Und alles änderte sich. Na, das ist nur eine IP. Ja, aber irgendwie die einzige, die du so noch von Ubisoft wirklich siehst. Anno? Was zur Hölle ist ein Anno? Ich hab's nicht mit RTS-Games, ich hab da keine Ahnung von. Ja, aber scheinbar ist Anno 1800 richtig gut. Ich mein, ich hab mir letztens, äh, von Civilization mal, äh, Videos angeguckt. Und ohne Scheiß, ich hab diese Videos gesehen und hab mir gedacht so, do what? Was passiert da gerade? Do do what in this game, Mike? Ich hab, ich hab es echt nicht verstanden. Ich war literally zu blöd, es zu verstehen. Aber es, vielleicht sieht's auch nur kompliziert aus und ist es in Wirklichkeit gar nicht. Aber es sieht fucking kompliziert aus. Wow. Oh, das meint der Ruhe glaub ich auch zu mir. Irgendwie so, wenn du die letzten Teile nicht gespielt hast, wirst du irgendwie 50% der Mechanics überhaupt nicht verstehen. So nach dem Motto. Oh Gott, das, das Grün und Rot, es saugt dich ein. Alter, das ist echt ein ekliger Effekt. Oh mein Gott, das ist super. Danke dir fürs Follow, mein Duden. Ui-hihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihih Wie kommt man auf sowas? Wie viel musst du geraucht haben? Mir wird ja nur minimal schlecht. Ach, nicht nur dir. Nicht nur dir. Gandhi, der alles kaputt nuket. Das habe ich auch gesehen. Irgendwie Gandhi wollte ständig deinen Uran haben. Spasti! Kach, Spasten! Ich meine, das ist eine Reihe auf woanders. Ich kann es mich nicht schon hindern. Wisst ihr, warte, wir gucken jetzt. Oh geil, ich habe hier sogar gut Punkte gemacht. Glowbox ist zufrieden. Know what? Know what? Ich zeige euch jetzt mal. Vicious Circle of Two Fort. Das ist, ne? Ups. Ich sollte echt nicht mehr auf mein Dashboard gucken. Das ist aktuell echt frustrierend. Ah, hier. Da haben wir es. That's the video. That's the stuff. That's the Team Fortress Video. Alla 2009? 2011. Close enough. Warte mal, wo habe ich das denn jetzt? This works. Das ist, äh, ne? Das ist eine Lehrstunde, Kinder. Yes. Was der Nutzer jedoch damals nicht wusste, dass die ganze Sache so viel besser ist, wenn man es wiederholt und auf doppelter Geschwindigkeit guckt. Das ist eben besser. Eins, zwei, drei. Damals gab es keine doppelte Geschwindigkeit. Das ist ja der Punkt. Und auch keine automatische Wiederholung. Gibt es die anderen Videos davon auch gerade noch so zufällig? Warte mal. Da sind ein paar mehr von gespawnt. Gib mir mal eine Sekunde. Es gab da noch ein paar mehr von. Da gab es mehrere. Das ist ja das Tolle an der Sache. Äh. Oh, stimmt. Die Videos von Das Bullshit. Oh, die sind gut. Oh, yes. That's some good shit. Guckt euch das mal an, wenn ihr mal Zeit und Bock drauf habt. Es lohnt sich. Es ist nice. Es ist worth it. So. There we go. Und ich wundere mich, warum ich noch keinen Weltrekord in Rayman 3 habe. Ich bin zu sehr damit beschäftigt, nebenbei dumme YouTube-Videos zu gucken. Ist das okay, einen Nostalgie-Ständer zu haben? Ich werde hier niemanden dafür verurteilen, einen Ständer zu haben in meinem Stream. Ist der dann in 16-Bit? Hey? So ein Nostalgie-Ständer, ist der dann in 16-Bit? Oh. Oh. I guess so. Hm. Dann tut aber weh. That's... That's a blocky dick. By the way, hier hängen Höschen. Lego-Stein-Dildos sind jetzt nicht so, dass du... Nee, nicht wirklich. Das ist... Ich muss dir mal Kuh melken. Meine Kuh melken. Okay, das passt auch wieder in den Plot. Ich mache einen Fanfiction-Contest auf. Wenn mir jemand zusammen dichten kann, wie diese ganzen Sprüche zusammenpassen. Sehr, sehr, sehr kriegst dann... Äh... Ist auch nicht... Klapps auf dem Po-Backe oder sowas. Ah, schon wieder diese Mistessen! Ah, ah! Ah, ah! Ah, ah! Ah, ah! 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 Ah ja! Ich habe das Video verpasst. Oh! Jesu, weg. dass die frau da schon Immunität hat, Jesus. Sind wir beide jetzt Frösche? Ja. Haha, get fucked. Put the hands up. Ha ha! Bitch. Du 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 du. Weißt du, wenn man sich solche Spiele hier anguckt, finde ich immer, ist es sehr unlaubwürdig, dass die Gamecube super schlecht verkauft wurde angeblich. Oder dass generell die Konsole nicht gute Sales hatte. Das Problem ist, die Gamecube hatte, wie ich finde, die beste Bücherei, was Spiele anging. Oh ja. Und dann kam Wii mit seiner tonnenweise Shovelware. Ja. Weil es so easy war, dafür was zu entwickeln. Ja. Wo das an sich neue Technik war mit den Rüttel-Controls. Ja, aber es war einfach einfach. Ja, war einfach scheiße, war ne? Also sobald man herausgefunden hat, wie das funktioniert, war es einfach, joa, Rüttel, ne? Die Gamecube wurde besser verkauft als die Wii U, ja Kunststück. Ja, die Wii U war ja auch scheiße. Ich war ja auch ein absoluter Fail. Weil es dann der absolute Marketing-Fail schlechthin war. Mhm. Weil die Wii U hat einfach nicht wirklich gesagt, von sich aus, ich bin eine komplett andere Konsole als mein Vorgänger. Mhm. Selbst ich dachte, okay, Wii U für die erste Zeit dachte, ja, Wii U ist jetzt ein Add-on für die Wii, oder was? So wie Wii Motion Plus, oder wie? Das dachte ich, ist die Wii U, einfach nur Tablet. Vor allem, das ist dieses Tablet, das war ja absolut worthless. Das war wieder so, Procto-Failed. Ich sag mal so, dass es, dass es das Tablet gab, war gut, denn dadurch hat es den Weg für die Switch gemacht. Ja, die Switch ist ja auch nicht gut jetzt mittlerweile. Das sind ja sogar ich ein. Ja, die Switch hat, aber das hast du auch nur der Wii U zu verdanken, weil die ausprobieren konnten. Und, äh, gucken konnten, joa, versuch, äh, die Leute mögen es, ihr Spiel mal, äh, ihre Konsolenspiel mal vom Fernseher wegnehmen zu können. Und sei es jetzt, ich nur, weil ein kurzer Sistanz, wie zum, äh, ins Schlafzimmer oder ins Badezimmer. Der Typ, by the way, erzählt nur Freitags-Witze. Ja. Das möchte ich kurz mal betonen, sorry. Ja, der hat nur immer Freitags seinen Auftritt. Mhm. Nee. Wo stand das denn, Nepp, ne? Ne, ist jetzt genauso hier, wie, äh, ich weiß ja nicht, ob du jetzt in der Materie drin bist, Shadow, mit, äh, Schwert und Schild. Von dem Trailer gestern. Hab ich nicht geguckt, ich hab nur gesehen, dass es schon Porn gibt. Ja. Ne, mein, sorry, also, wie schnell sind manche Leute? Man, die, die zeigen, die warten, die gucken, die direkt und sehen, äh, und machen dann den Freeze-Frame bei dem Charakter. Und dann fangen sie an zu zeichnen, und zwar am besten schon mit einer vorbereiteten Base. Deshalb, äh, stimmen von den allerersten, äh, Sachen nie die Proportionen mit dem Kerkelverein. Ist doch scheißegal. Hauptsache, ein Brick-Tiddies. Mhm. Ey, komm, das Thema hatten wir bereits. Na ja. Ich meine einfach so, äh, so, ja, äh, True, äh, ähm, das ist halt wirklich dieses so, die Leute, die Erster sein wollen, bereiten sich das dann vor und cool ist. Hm, nee, aber, ähm, bei Schwert und Schild ist es jetzt auch so, die übernehmen einige Dinge, die gut angekommen sind bei der Community von Pokémon Let's Go und von Pokémon Go. Und von Dark Souls. Und von Dark Souls. Also, ihr habt nicht mal Dark Souls gespielt und ich hab gesehen, dass der, dass eine Pokémon, ne? Ja, dass, äh, Zeshian aussieht wie Sifu. Ist das, by the way, das Legendary jetzt? Das ist das Schwert Legendary, yes. Und das andere war dann das andere, was ich gesehen hab? Das Schild Legendary, ja, Samazetta. Wie heißt das? Samazenta oder Samazetta. So ein Teil. Äh, das ist der englische Name, ich weiß gar nicht, ob so einen deutschen in anderen Namen mehr haben werden, aber ich dachte, ich bin mir so, das ist jetzt wie die anderen, äh, legendären aus den vorigen Spielen. Solga Leo hieß auch Solga Leo im Deutschen und, äh, Evil Tal hieß auch Evil Tal im, äh, Deutschen. Ich glaub, die hieß, äh, im Englisch hieß sie auf jeden Fall, Zeshian und Samazenta. Aha. Ich sag mal so, ich bin jetzt ehrlich gesagt nicht so ein Fan vom Design, to be honest. So, ich, ich hol mir trotzdem Schild, also. So fühl's man sich, ja. Ich, ich, ich wollte eh, äh, Schwert haben. Nancy, passt ja. So, ja, eigentlich müssen wir dann am Ende so ein, äh, so ein Match machen mit dem Team, was wir da hatten. Besten, irgendwie nach, wie gesagt nach jeder Arena. So, oder so, True, äh, das True Arrival Match, basically. Ja, sag mal, Center und Sashian. Ich weiß nicht, äh, äh, wenn, wenn ich die, äh, den Hinter, das Hintergrund, äh, das Hintergrundwissen zu den Namen, äh, wüsste, warum die sich so nennen, dann würde ich's vielleicht verstehen, aber ich versteh's halt noch nicht. Ach so, es ist einfach der blaue Wolf. Ah, das heißt, das ist also der Pan, den sie mit dem Namen machen wollen, mit Sashian. Das ist mit Samazita. Also der Azurblaue Wolf und das Sternzeichen Wolf-Sternbild. Äh, unser Center ist was? Rot-Violett. Ach so. Das ist auch Rot-Violetter Wolf. Also Sashian-Blauer, Sashian-Blauer Wolf und Rot-Violetter Wolf. Das heißt praktisch, sind praktisch die Pants, auf denen die Namen basieren. Okay, gut. Ich dachte jetzt, es kommt irgendwie was, äh, Mythologisches bei rum, was irgendwie mehr Sinn machen würde, als, äh, einfach nur farbiger Wolf, aber okay, gut. Und das eine ist einfach nur, äh, Nerf Wolf. Ich hätte mir noch bestimmt ein bisschen was besseres drum machen können, zum Beispiel aus dem Wolf, äh, dem, dem Schwertwolf irgendwie Clay, Claymore Wolf, irgendwie sowas. Will immer noch so ein, oder dann machen sie noch einen Wolf mit einer Knarre. Ja, Pokémon Gun ist einfach nur Metal Garurumann. Ey, aber es wäre verdammt cool. Dann hätten sie endlich mal von Digimon geklaut. Ich hatte das wirklich halt gesehen, da, wo sie dann wieder ausgepackt haben, Pokémon, äh, Sword, Shield and Gun, die Logos, und dann haben sie da drunter gemacht, halt hier, Sashian, Samazenta und dann halt Metal Garurumann. Ich habe es halt nur gestern gemerkt, weil ich mir gedacht habe, auf einmal so, warum sind hier auf einmal schon wieder so große Titten in meiner Timeline? Not that I mind, because, äh, ne, big tits fill a man's hands. Wie heißt es? Big tits fill man's hearts, ne, man's hands, but small tits fill a man's heart. Was bei mir nicht passt, weil ich kein Herz hab. Oh. Das war das, das, das war das Erschwörlichste, was ich gerade hatte, sorry. Hello, darkness, my old friend. I come to mute your word again. I think, wahrscheinlich nicht. Weil so aggressiv ist Twitch nicht. War das mehr als 50 Minuten? Selbst wenn es ist ja nicht YouTube, wo jeder daherkommen darf und ein Video claimen darf und weltweit sperren darf. Am I right? Ah! Okay, sorry. Ich hab immer noch nicht ganz verstanden, was da jetzt wirklich abgegangen ist. Die haben den Clip bei dir, äh, die haben das Video komplett, äh, äh, gesperrt. Weltweit gesperrt. Wegen einer Szene, wo jemand nur spricht? Ne, ähm, um genau zu sein, das ist irgend so ein vietnamesischer Pimmellutscher. Sorry, da bin ich pissig, also... Das Video von dem Typen kam, by the way, erst gestern raus, während ich die E-Mail davon, dass es weltweit gesperrt wurde, schon am Tag davor bekommen hab. Ne? Da sind wir schon auf dem Make-Sense-Train. Gut, eventuell hat er es dann privat hochgeladen und ist das Upload-Datum ja, äh, das, was mir gezeigt wird offensichtlich, das, was so raus... wo es rausgekommen ist. Ja, aber er kann, wie kann er der Urheber sein, für etwas, was nach meinem Video rauskommt? Eigentlich hätte, also, würden wir jetzt diesen Gedanken mal denken, also, würden wir tatsächlich mal unser Big Brain benutzen? Müsste ich derjenige sein, der sein Video weltweit sperrt? Die Sache ist, äh, wie ich das einfach nur verstehen könnte, wäre, wenn, ähm... ihm praktisch schon die Rechte die ganze Zeit gehören, äh, würden, er das, äh, aber noch nie wirklich alt ins, äh, System von YouTube eingespeist hat und gestern erst eingespeist hat, oder so. Ich weiß es ja, keine Ahnung, wie das funktioniert. Macht auch nicht wirklich Sinn, leider. Ich bin kein, ich bin kein Content Creator. Ich weiß es ja nicht. Aber ja, dann, äh, halt, ist gestern rausgekommen, wie weiter? Ja, und, äh, ne, mein Video ist weltweit gesperrt. Still, ähm, und ja, ich hab auch, ich hab sogar DC Douglas, weil das war aus Resi 5, das Video, wo, äh, Wesker angefangen hat zum Monologen. Ja. Und deswegen hab ich mal aus Jux DC Douglas angehauen, auf Twitter. Sag, dem Motto, du hast nicht zufällig was mit diesen Leuten irgendwie am Schaffen oder so. Sag, dem Motto, vielleicht gehört die Szene seiner Stimme ja diesen Leuten, who knows. Man weiß ja nicht. Und er so, I have nine idea. Traps, Phil, man's ass. Lasst ihn uns gebühren und empfangen. Ah, cool, this is Rayman with a gun. Herr DC Douglas ist cool. Cooler dude. Nee, aber, pfff, keine Ahnung, wie das funktioniert. Und das Video, was die hochgeladen haben, entspricht irgendwie deinem, was du... Ja, das ist angeblich, äh, komplett seins. Also hat er einfach nur dein Video... Nee, das nochmal irgendwie so, irgendwer war ja anderes. Die Videos haben überhaupt nichts miteinander zu tun. Ich hab mir das Video angeguckt. Es ist ein fucking Five Nights at Freddy's Video. Ha, also ein Five Nights at Freddy's Video hat Copyright von Resident Evil 5, was du kommentierst. Ja, und der Content-Inhaber, das ist noch witziger, ist nicht mal der Typ selber, sondern irgendeine komische App-Firma. Da hab ich nämlich auch mal gegoogelt, das ist irgendeine App-Firma. Und witzigerweise, die haben nicht nur mein Resident Evil Video, äh, geclaimt, sondern wenn du das mal googelst, diesen Namen von den Leuten, findest du auf einmal einen Haufen Resident Evil-Thumbnails. I wonder how, I wonder why. Ha. Yesterday you told me about the Copyright Strike. Ne? First day of some, äh, Copyright-Claim, got killed, but I... Got gave. Was? Fuck. Geht doch. Der Typ ist ein Creep. Ich muss noch Waffeln backen. Ich muss noch Waffeln backen. Okay. DC Douglas ist scheinbar ein Creep. Aha. Das kannst du dann bestimmt beweisen. Das ist jetzt eine heftige Anschuldigung. Das war, äh, ist wieder das typische Spielchen. Jeder kann einfach alles mögliche Copyright striken und YouTube, äh... Und YouTube... Ja, das Geile ist, ich hab ne Nachricht von YouTube gekriegt sogar. Naja, und die sagen, ja, können wir nix machen, oder? Nö, die haben mir so ne automatische Nachricht geschickt, wo nix wirklich von Inhalt drin stand. Wo, wo im Grunde fancy beschrieben würde, ja, tough luck, Dipshit. Ja, das, äh, das war, das ist ein schöner Clip. Das trifft sich im Grunde schön. Ja, wer kennt diese Version vom Song nicht? Deswegen, du darfst offenbar heutzutage einfach claimen, wie, wie du magst. And no one fucking cares. Und jetzt ist das Video halt weltweit gesperrt. Fancy. Und so wie ich das sehe, muss ich offenbar auch noch Angst haben, dass ihr dafür, äh, entweder einen Strike kriegt, oder, joa, ne Verwarnung. Deswegen spiele ich aktuell mit dem Gedanken, das Video schlicht und ergreifend runterzunehmen erstmal. Beziehungsweise, ich werde mal versuchen. Wollte ich nachher mal, generell die Tage mal gucken. Jetzt kannst du ja auch immer einsehen, was ein Manuela-Claim oder was ein, äh... Das steht da leider tatsächlich nicht. Nicht? Ne? Das steht nicht immer da tatsächlich. Ich dachte irgendwie, das steht, müsste da immer stehen. Aber ich denke, es war ein automatischer. Ja, dann kannst du es eventuell... Ah, ne, dann kannst du es ja nicht nochmal. Ne, und das ist nämlich auch das Problem. Wenn du nämlich, äh, auf Anfechten klickst, das habe ich nämlich auch geguckt, zum einen, äh, ist da diese Option gar nicht vorhanden, von wegen, das hat nichts miteinander zu tun. Ne? Geil. Das ist gar keine Option bei YouTube. Du kannst also nicht sagen, von wegen, ja, äh, das hat mit dem und dem überhaupt nichts zu tun. Also, warum kriege ich da jetzt ein Dings für? Kannst du also gar nicht angeben. Und dann, wenn du das hinter dir hast, ne? Also, ich habe jetzt mal dann geguckt, ich habe gedacht so, ja gut, Fair Use könnte jetzt noch das Erste sein, wo man mir nicht den Hals vormdreht. Und dann hieß es, ja, seien Sie sich aber sicher, dass es danach ist, denn, oder holen Sie sich erst mal juristische Hilfe. Und ich denke, ich sitze hier und denke mir so, are you serious? Die rennen hier rum, verteilen hier Copyright Claims, für Sachen, die ihnen nicht gehören, und ich soll mir juristische Hilfe besorgen? Ihr braucht psychiatrische Hilfe, Jesus Christ, für so ein System. Ich war auch schon am überlegen, also ich wollte wahrscheinlich morgen mal ein Video dazu machen, weil mir das einfach so übertrieben auf den Piss geht. Übrigens, den Boss, den du gerade machst, ne? Ja. Schlechtestes Bossdesign einfach. Ja, ne? Ein Wegrennen-Boss. Ein Wegrennen-Boss. Das ist das dümmste, das dümmste, was du dir als Spieleentwickler ausdenken kannst. Es macht keinen Spaß. Es macht keinen Spaß. Vor allem in so einem Environment wie hier, wo du ihn die ganze Zeit suchen musst. Hm. Ja, aber, ähm... Ja, das ist halt, ne? Es stört mich nicht, wenn ich in einem Song, also in einem Video, was ich hochlade, irgendwelches Copyrighted Material, irgendwie einen Eurobeat-Song einfüge, und die dann herkommen und sagen, hier, äh, ist unser Song, wir hätten gern, ne? AdSense davon. Habe ich kein Problem mit. Gebe ich den Leuten gerne. Ist letzten Endes deren Content. Akzeptiere ich total. Auch wenn es nach Jahren kommt, wenn da irgend so eine Scam-Firma ankommt und mir ein Video claimt, was, äh, ja, was weiß ich, schon fünf Jahre alt ist oder so. Beschissen ist es ja auch noch, dass sie dir das Video jetzt praktisch einfach, äh, wirklich komplett von der Plattform genommen haben. Ja. Wenn sie einfach gesagt haben, alle Einnahmen von diesem Video gehen bitte an mich, dann wäre das ja nochmal ein Anderen. Ja, da hätte ich schon kein Problem mit. Das Video ist fünf Jahre, Alter. Don't give a shit. Ja, guckt sie sowieso keinen Arsch mehr an. Nee. Aber einfach dieses, ja, schön, wenn sich jetzt jemand von dir Resident Evil 5 angucken muss, dann kriegst du vielleicht demnächst, äh, wenn es wirklich mal einer angucken sollte bei Part 30, so den, ähm, das Kommentar, ja, wo ist denn Part 29? Tja. Go and ask YouTube. Ohne Witz, ich bin echt am überlegen, ob ich das Video einfach lösche. Ich meine, ich hab's, ich hab irgendwo noch Backup davon. Kannst du es nur noch runterladen, auch wenn es gesperrt ist? Nee, das ist ja der Funfact. Sobald es irgendwie, äh, geklamt wird von irgendwem, kannst du dein eigenes Video nicht mehr selber runterladen als MP4. Geile Scheiße. Dieses Feature nehmen sie dir dann einfach weg. Kann ich euch eigentlich auch mal kurz zeigen, weil das ist immer verdammt interessant. Ach, die, also ich hab jetzt gerade die One Piece Folge fertig geguckt und, ich sag mal so, Hälfte Rückblick, Hälfte, äh, Progress war jetzt nicht so, äh, schlecht aufgeteilt. Ja, du siehst halt, dass, äh, fucking, äh, Kid einfach nur der fuckbody von Dings ist, von Kaido ist. Äh. So, warte mal, ich geh mal kurz auf mein Dashboard. Mein Dashboard ist aktuell voll frustrierend, anzugucken, weil es irgendwie aktuell nur die Subs ragelt. Und ich nicht weiß, warum. Äh, let me mal kurz checken. Ach doch, warte, okay, hier geht das jetzt doch. Oh, müssen sie geändert haben, weil ich weiß noch, ich wollte mal was runterladen, was, äh, Copyright Dings hatte und ich konnte nicht. Aber vielleicht ist das ja bei dem jetzt so. Let me check. Let me do some checking. Ah, hier, weltweit gesperrt. Ach, guck mal, da kann ich es jetzt nicht mehr. Ich kann das hier generell nicht, warum? Okay, es gibt offenbar unterschiedliche Variationen von, kannst du runterladen und kannst du nicht? Aber ja, ähm, weltweit gesperrt. I don't know why. Also, aber ich lasse es jetzt erstmal noch drauf und guck mal. Ich war auch schon am überlegen, ob ich einfach mal, wenn ich das Video mache, ob ich am Anfang einfach mal so eine öffentliche Frage an Solmecke stellen soll und dann so nach dem Motto, hier, ähm, wie kann sowas angehen? Wie kann sowas überhaupt fair sein? Weil die E-Mail ist ja sowieso. Ich habe mir das Video nämlich von dem Kerr mal angeguckt, ne, wo das angeblich herkommen sollte. By the way, über Nacht haben sie es nochmal versucht, nur mit meinem Dark Souls Video. Just saying. Mit dem selben Video oder was? Nee, nee, das war, warte mal, lass mich mal gucken, was haben die denn da versucht? Äh, Dark Souls, Part 1, Tod zu seiner Scheiße. Urheberrettlicher geschützte Inhalt, DS, EP1. So, irgend so eine fucking Rohdatei, gefühlt. DS, EP1? Ja, DS groß, leer, E groß, P, klein, Leerstrich 1. So Dark Souls Episode 1. Basically, yes. Ah. So, basically jedes Dark Souls EP, like ever. Ja. Gehört an, hat, also, das ist jetzt sowieso, das haben sie in derselben Nacht schon wieder zurückgezogen. Äh, von Studio 71 unterstrich 2 unterstrich 4. Das hab ich noch gar nicht gegoogelt. Was, was seid ihr für welche? Studio 71? Äh, oh, das ist, da kommt ziemlich viel, also schon bei Google Suche, so in den Vorsachen. Who, what is Studio 71 2. 4? Existiert auf Maps gar nicht, ich hab auswärts auf Maps geklickt. My four videos were taken down and was right because of it. Ah, das fängt schon gut an. Ja, weißt du, aber YouTube hat ja zum Glück keine Probleme mit seinem Copyright System, ne? Leute werden ja nur zu Unrecht gestrikt. Und das ist ja auf die Zunge zergehen, gestrikt werden ist nix, woran du einfach mal so lachst. Naja. Du verlierst fucking Features dadurch. Du kannst deinen Kanal verlieren durch sowas. Und da fängt es dann bei mir an, dass ich das nicht mehr so witzig sehe. Studio 71 ist einfach nur eine Geld für Klicks Firma, so wie das aussieht. Weil es ist einfach, du gibst denen was und dann kriegst du mehr, kriegst du mehr Channel Engagement. Hm. Hm. I wonder how. I wonder why. Ne, wirklich, wenn so ein Namco um die Ecke kommt und sagt so hier, Audio-Content, das ist unser, sag ich, okay, ist kein Problem. Habt ihr, ist euers, gehört euch, klingt fair. Aber sowas? Das ist schon nicht mehr, das ist schon nicht mehr witzig. Äh, warte mal kurz. Oh wow, hol, wirklich. Hol hat mir ein fucking Eggman Schnauzbart gemalt. Hm. Scheiß Arschloch. Oh Gott. Oh Leute, you need to see this. Ach du Schande. Nice. Oh Gott. Hol du Sackgesicht. Das hat ein lieböser Wissenschaftler. Ähm. Studio 71, ne? Ja. Im Grunde genommen wurdest du von ProSiebenSat.1 gestrikt. Are you fucking serious? Ja. Aber die, die haben ja noch wieder zurückgezogen. Also. Also it doesn't stop there. Studio 71 ist indeed a German company, founded by the Germany TV Network Company, die ProSiebenSat.1. Oh nein. Fucking ProSieben. Which became a subsidiary company to CDS and CDS changed its name to Collective Studio 71. Also. Äh. Die. Es gab's CDS. Und CDS hat mit ProSiebenSat.1 gesagt, komm, wir machen eine Company zusammen. Und die nehmen wir dann Studio 71. Doch, sorry Leute. Ich wollte jetzt hier euch auch nicht, äh. Na. Aber das wollte ich mal kurz angesprochen haben, weil das ist ein Thema, was mich befragt. Aber das ist etwas, wo ich keinen Spaß verstehe. Zumal Geld ist halt, äh, so ein Faktor, weißt du. Ich hab aktuell einen Job. Ich verdiene, okay. Und sagen wir es mal so, ich bin dankbar über jeden Sub. und über jedes, über jede Spende, die ich bekomme. Weil das denn etwas ist, wo ich guten Gewissens tatsächlich wieder in dieses Hobby stecken kann. Ja. Und ich weißt du, du hast es von diesem Hobby praktisch, äh, finanziert. In Anführungszeichen verdient. Und so kannst du es auch wieder reinstecken. Genau, ja. Ergo so hab ich mir jetzt halt Kiwami geholt, etc. Aber genau dann regt es mich halt mehr auf, wenn ich denn sehe, dass da irgend so eine Scam-Firma ankommt und ein Video zu Unrecht komplett von der Plattform entfernt. Zumal, zumal der YouTube-Algorithmus hasst mich ja ohnehin schon. Ach, Wort X, Apokalypse, und so weiter und so fort. Die, die, die Begriffe gab's ja schon seit Ewigkeit. Was? Also, Wort, äh, Wort Kapol, äh, Kapol-Lyxe, Ad Kapol, äh, Apokalypse und so weiter und so fort. Also, ist ja nicht das erste Mal, dass so was passiert auf YouTube ist. Ist ja ein laufender Prozess. Ja, eben. Also, da bist du nicht der Einzige und wirst auch nicht der Einzige bleiben. Nö, das ist ja das Problem an der Sache. Das ist halt nur dieses typische so von wegen, ja, alles läuft unter hier Fair Use und so weiter und so fort. Ja, aber in Wirklichkeit am Arsch. Und dann, äh, denkst du dir so, ja, baue ich mir jetzt ein schönes, äh, sag ich mal, einen schönen Kanal auf mit, ich weiß nicht, schon 23 Projekten und so weiter und so fort. Und dann braucht halt, wie gesagt, nur ein Video da rausgestrackt werden und im Grunde genommen. Das ist das gesamte Projekt für den Arsch. Das ist das gesamte Projekt für den Arsch. Weil, zum Beispiel ich, würde jetzt sagen so, ich krieg diese Datei, hätte diese Datei nicht mehr. Nach fünf Jahren hätte ich mir gedacht, so, die Datei muss ich nicht mehr aufrufen haben. Fun fact, ich hab sie, glaube ich, sogar tatsächlich noch. Ja. So, so viele externe Festplatten oder so, hätte ich gar nicht. Ich hab drei. Ja. Ich hab eine. Die reicht gerade so für mich. Du musst ja jetzt erst letztens von Windows 10 wieder abschalten, dass es irgendwie wöchentlich versucht, so eine Datei zu machen, die halt, wenn du einen Systemrückstart machen willst, dass du die benutzen kannst, dass es das automatisch jede Woche macht. Du musst die erst mal ausschalten, weil erstens hat es mein ganzes Sammeln-PC für die Zeit absolut geleckt und, äh, zweitens hat das einfach irgendwie 500 Megabyte von meiner externen Festplatte gefressen, die nur zwei Terabyte hat. Also ein Viertel war einfach immer weg. Das war nicht so geil. Warum ist Rayman so viel Fetisch-Porn? What the fuck? Ich mein' da nur. Shit's weird. Naja, Totally Spice. Jede Folge ist antretisch. Dann hab ich die nie wirklich verstanden. Ziemlich ruhig. Ich mein', seien wir mal ehrlich, die Mädels waren ja schon ziemlich, äh, crush-worthy. Ich glaube, das war auch der Sinn der Sache. Ziemlich ruhig. Ziemlich ruhig. Ziemlich ruhig. Oh, was für ein Idiot. Ich muss los. Und ein Enkel hat mich sein. Der muss seinen Enkel erschrecken, okay. Das ist der Arschloch-Geist. Das ist der Arschloch-Opa. Weißt du, der ist nur gestorben, damit er seinen Enkel foltern kann. Na? Fuck. Hey, Charo. Ganz vergessen, die Geister hier klingen ja alle so super-staunt. Entschuldigung. Oh Mann, ey. Alter. Der Typ, der... Wett? Neben sich... Wett? Neben dir ist ein Blitz angeschlagen? Are you serious? Nee. Dein'n heißt Oma. Bei Odins Bart? Ge-ge-ge-ge-ge. What the fuck? Ja, Charo, dann würde ich mal Lotto spielen, ne? Wenn schon so nah an einen Blitzeinschlag kommst, dann will ich nicht wissen, wie nah du an einen Jackpot kommst. Gruppe an dir? Ja. Nee, hast du nicht. Du bist ziemlich suppenfrei. Okay. You're pretty free of soup. Okay. Yeah, can we not? Sag Kizuna, das sieht super aus. Ich werde mal nachsehen. I'm at soup. Ich fand's so lustig, wo ich noch aktiv so ein bisschen VR-Chadow zugespielt hatte, ne? Da hatte ich dann jemanden kennengelernt, der das Video gerade erst frisch entdeckt hatte. Oh Gott. So. Und dann wollte er mir das als das neue Ding verkaufen. Und ich denke mir so, das war schon süß, irgendwie. Oh Gott. Das war schon süß, irgendwie. Ja, aber früher wurdest du nämlich fast vom Blitz getroffen. Irgendwie kommt das mit fast... Wenn du irgendwas mit fast machst, so eine Superheldenkraft oder so, dann kommt das irgendwie nicht so toll rüber. Wenn du mal fast sagst. So halt der... Der, der, der nicht ganz so tolle Flash. Er ist fast so schnell wie der normale Flash. Der ist, der fast Superman. Er ist fast so stark wie Superman. Hey, Blizzard. Der, der ist fast so schlau wie Batman. Und kann fast Karate. Lisa Aira, hast du dich umbenannt? Ich schwöre. Lezara. Bandaga. Heia. Und alles Gute zum Schoschtag. Meine Güte, es haben in letzter Zeit viele wieder. . . . Was für das Sinn. Oh. Oh. Alter! What happened? Oh, clip that. Oh, someone clip that. Already on it. Das ist ein Dustin. Ach ja, der Schuh. Mein Schuh ist besser. Meiner hat Boost. Boah ey, das kommt ja mal in eine Cringe-Compilation. Entschuldigung Jungs, war nur der Drucker. Oh wow, Sharo. Hat so richtig den Beigeschmack von Liebe. Ja, du wurdest ja nicht vom Blitz erschlagen, also kannst du dich auch noch nützlich machen. So in etwa, ja. Boah, Alter. So richtig so im ersten Moment so, oh mein Gott, geht's dir gut? Achso, du wirst, du fährst vom Blitz erschlagen, dann lebst du ja noch. Ja, also, ja doch, ich glaub, alles ist noch dran. Ja, dann solltest du dich mal daran, äh, daran machen, das Geschirr, äh, rauszustellen. Ich verstehe mal nicht, was für Leute so Priorität da haben. Sag mal, der Tod deines Sohnes, ja, ist ja nicht so schlimm, als Licht passiert ist. Das klingt immer so nach dem Motto, ach, machen wir noch eins. Er ist halt nur fast gestorben. Kann man ja neu machen. Mein Sohn, der Bootleg. Achso, hat sie es nicht gesehen, oder was? Hab's nicht gesehen, also ist es nicht passiert. Ja. Blitz gibt das gar nicht, der ist längst ausgestorben. Willst du mir doch nicht etwas sagen? Etwas, was nur für eine millisekunde existiert, hat dich getroffen. Pff, das ist ja lächerlich. Oder, und selbst wenn, es hat dich ja nicht getroffen, also stell dich mal nicht so an. Wow. Wir reden weiter, wenn du vom Blitz getroffen wurdest. Fucking pleb. Ich muss los. Ich muss los. Das erinnert mich an dieses eine Video, wo eine so den, äh, sich so über den Wetterbericht lustig macht. Ja, hallo, wir leben hier in so und so, also in ihrer Garage. Ja, hallo, wir leben hier in so und so. Und heute wurden halt wunderschöne 30 Grad angeteasert mit schönstem Sonnenschein. Und draußen ist halt völlig am Kippen. Und jetzt wieder zurück ins Studio. In dem Moment schlägt halt der Blitz ein bei ihr. Ich stelle mir halt jetzt gerade so hier. Klar, Shara hätte einfach mal so sein, äh, so ein Selfie machen müssen, während der Blitz eingeschlagen ist. Ja, genau, während der Blitz einschlägt. Im Frame. Meines passiert mir auch ständig. Wait, what? Bin ich gerade durch den... Geil, nice, that's awesome. Oh, schön, das hat keine Hitbox. Ja, ich, das Flugzeug hat keine Hitbox. Beziehungsweise, es existiert nicht auf meiner Realm. Nein, vielleicht bist du auch schon eine Realm höher. Ich bedenke mich, this is, äh, this is background now. Du bist schon transzendiert. Du bist schon auf einer höheren Bewusstseinsebene. Das Wort magst du, ne? Was, transzendiert? Ja. Wann habe ich das denn jetzt in letzter Zeit gesagt? Immer. Echt? Yes. Habe ich? Nein. Wollte schon sagen. Wann habe ich denn transzendent gesagt? Aber es klingt so wie dieses typische Wort, was man sich merkt, nur um schlau zu klingen. Nee, weißt du, was das bei mir war? Na? Konsens. Was? Seitdem Rezo dieses Video gemacht hat und faktisch jetzt jeder andere YouTuber das auch in den Mund nimmt, eben so Floyd oder sonst irgendwas in TV-Shows oder so, ist dieses Wort einfach zum Modewort schlechthin geworden. Ja, ja, der wissenschaftliche Konsens. Der Konsens. Wie weißt du, die Hälfte weiß nicht mal, was ein fucking Konsens ist. Mit mich eingeschlossen. Ich kann es mir auch nur denken, was es ist im Gesprächskontext. Ey, das ist eine große Ansammlung von Leuten, die derselben Meinung sind. Wissenschaftliche Konsens. Ja, ja. Konsens doch nicht. Oh, ich muss los. Meine Haare waschen. Er muss einfach Haare waschen. Der Plot fügt sich langsam zusammen. Ja, vielleicht macht er gerne eine Joghurt-Haarspülung. Oder muss der andere seinen Joghurt ganz schnell aufessen. Ich sag dir, am Ende passt das alles zusammen. Ich sag es dir. Apropos, apropos Hörer Shadow. Was für Haare. Der Typ ist ein fucking Geist. Der Typ ist ein fucking Geist und hat eine Glatze. Der Typ besteht einfach nur aus Werner Nase. Mehr ist das nicht. Eigentlich ja, ne? Basically, alles in diesem Spiel sind Werner Nasen. Hämme hier noch einmal Haken Nase, Haken Nase. Jetzt hab ich wieder Bock hier, das Leben des Brian zu gucken. Noch nie gesehen. Nee? Nee. Es gibt so Klassiker Filme, die sagt jeder, ja, die musst du gesehen haben. Die hab ich nie gesehen. Einfach falls zu der Zeit, wo sie wirklich aktiv liefen, nicht in meinem Spektrum waren. Ändern wir auf nem, äh, Quanti-Treffen machen. Oh. Erstmal kniffeln. Erstmal kniffeln. Aber ich hab null Ahnung von Tabletop Simulator, also. Ich hab's noch nicht genufen, weil. Das habe ich so beglaubt nicht. Der Konsens bedeutet die übereinstimmende Meinung von Personen zu einer bestimmten Frage. Ohne verdeckten oder offenen Widerspruch. Ich seh grad, weil, weil Sharo, was mir Bits gegeben hat, by the way, danke dafür, haben. Warte. Volono mit zehn weiteren im Chat geteilt? Hä? Haben jetzt Leute hier im Chat random Bits? Ich glaube eher, dass damit gemeint ist, dass manche, äh, Streamer, ja, dieses, äh, Gift-System bei sich im Stream einstellen können. Wir haben dann so ein Overlay, dass dann irgendwie so eine Geschenkbox kommt oder so. Dann kannst du bei den Bits sammeln, äh, nicht Bits sammeln, ähm, Geschenkpunkte, sag ich jetzt mal, sammeln, die dann irgendwie benutzt werden können für Giveaways oder sonst irgendwas, wenn das schon mal sich dafür entschaut. Three Mega Erarchie mit mindestens 200 Bits, um zwei von 20 exklusiven Emotes für Juni und ein Geschenk-Emote für andere Zuschauer zu erhalten. Für jede 200 Bits, die du cheerst, spendet Twitch 10 Cent an das The Trevor Project. Wieder eine Spindenaktion. So was hast du von YouTube auch noch nicht gehört Die machen einfach nur Twitch nach und das sind schlecht Ach ja, by the way, du kannst bei uns auch streamen Nur du musst dich an sämtliche Richtlinien halten Du kannst diesen Kanal auch abonnieren Um Dinge zu machen Ja, dann bist du im Superchat Und dann kann deine Nachricht da überlesen werden Weil Leute, die auf YouTube streamen Sowieso so ein bisschen funky Das sind meistens eh Leute von der Größe, wo du dir denkst Wenn dein Content auch nicht aus Gaming bestätigt, kannst du so was easy machen Eben Ist ja kein Problem, wenn du so ein Lifestyle YouTuber bist oder halt solche Sachen machst Ja, muss halt einfach Oder spazieren Oder spazieren Spaziergangs Ja, klar Ja, natürlich Aber Gaming So Wir sehen ja jetzt mittlerweile, wie das System funktioniert Du, ab morgen ist Artikel 1317 ab offiziell in Kraft oder so Ja, ne, dann hat jeder eine Waffe Dann kann jeder daherkommen und sagen, ist meins Der hat mich beleidigt, seine Meinung mag ich nicht Claim Also ich werde das auch so machen Ich gehe dann direkt hier auf PewDiePies Kanal und claim da jeden Scheiß Jede Happy Wheels Folge oder wie das nochmal hieß Ja, ohne Scheiß, selbst mit dem, was er jetzt noch damit kriegt, dürfte ich mir ein gutes Sümmchen verdienen Alles meins Also, YouTuber verdienst du nicht, der Typ, ey, der, ne Meins, 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 meins Weißt du, erstmal bei ihm Ja, wenn ich schnell bin, komme ich noch bei Market Player an Dann fick ich dich, dann fick ich dich und dann fick ich dich Ja, ich sage einfach, zu jedem gehört mir Auch wenn es mir nicht gehört, aber ne, es ist ein YouTuber, es muss mir nicht gehören Das ist dann halt das neue Artikel 13 YouTube Es muss dir nicht gehören, du musst nur als erstes hier brüllen Ja genau, T-Series Stimmt, T-Series, ja Die können nicht mal was dagegen machen, weil sie nicht mal meine Sprache sprechen Ich habe einen Termin, bitte da sagen Es ist ja lustig, sich da drüber auszumachen Ja Dann sprichst du einfach irgendwie Deutsch und da Deutsch immer aggressiv klingt, gewinnst du Ja Gewinn nicht gegen die Inder Einfach, einfach, einfach Ja, aber genau so wird das ablaufen Weißt du, Voss meinte noch damals Ja, aktuell ist das Internet wie der Wilde Westen Jeder lädt das hoch, was er will Ja, weißt du Wenn das Ding erstmal durch ist, ist es immer noch der Wilde Westen Nur, dass er in der Mitte steht und jedem ne Gatling Gun in die Hand drückt Zack, Copy Reclaim, Zack Copy Reclaim Nennt sich dann einfach Lucky Luke Productions Erclaim schneller als ein Schatten Erclaim schneller als ein Schatten Es ist aber leider wirklich so Meine Güte, es wäre Es wäre so witzig, wenn es nicht so abgrundschief traurig wäre Also sind wir im Grunde bald gefickt und können keine Shush Streams Ich habe keine Ahnung, aber trotzdem Vielen, vielen Dank für die Bits, mein Dude Ich meine, ich habe ein Steak Also Ich habe meinen Hahn Du hast das Rohfleisch Ich habe das fertig gemacht Ja, solange du kein Solange du Nugget in Ruhe lässt, muss ich den nicht umbringen Ich wusste noch nicht mehr, dass dieses Image aus Breath of the Wild war Bis ich da jetzt gesehen hatte Hä? Ja, dieses Icon Dieses Steak Icon, was ich ja als Emote habe Ist eigentlich von Breath of the Wild Oh, Copyrighted Ja, absolut Are you kidding me? Oh Gott Oh Gott Es sind also solche Emotes, ja Ich halte mal meine Meinung zurück Ich fick mich Also sonst fick ich wieder Backflag dadurch Ich meine, ich habe jetzt nichts dagegen, um mit mir zu hören Aber ich bin so diesen Gedanken halt einfach Ich weiß auch nicht What the fuck Ich stört es einfach, dass es überall zelebriert werden muss Naja Ich will jetzt auch nicht auf die Straße Ja, ich bin straight Lässt sich drüber streiten Ich lasse es den Leuten und dann ist gut Ich auch Solange sie es mir nicht aufzwingen Soll es mir egal sein So, schmeiß es richtig Schmeiß die Tomatenaubergine Sag mal, Raymond, bist du dumm im Hirn oder so? Schmeiß die Ja Schmeiß die Tomatenaubergine Ich muss immer noch sagen Ich bin immer noch vor, wo der Bumpfoss nicht erschossen aufgefunden wurde Ja, doch So langsam Noch 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 Ja, ich glaube es ist echt das Wort noch Ich will jetzt nicht böse Richtig böse sein Aber ich bin da noch böse Ich habe ja das Gefühl, bei dem Thema Also Jetzt da, ne Wo wir gerade haben Ich habe immer das Gefühl Du wirst immer als der Böse dargestellt Obwohl du es gar nicht böse meinst Bist du dumm spiel? Sag das da jetzt nicht Alter Dankeschön Genau sowas, Angel Es ist definitiv wichtig, dass solche Leute Gleichberechtigung kriegen Aber es ist absolut nervig, dass es mittlerweile einem so ins Gesicht gedrückt wird Ich meine, ja Ich habe Ja, das ist ja, dass ich bin hier Meine Lebensfreund her Lange Gefühle verletzt Ich glaube, in einem Land gewisse Staaten Ja, das ist dann Ja, doch Genau das, ja Erkennen an das, Dando Einfach warum es nur ein Monat ist Solltest du nicht 24-7 darauf stolz sein? Also allein das Nein, das und das meine ich nicht Das meine ich nicht Es ist einfach dieses Praktisch, es wird wie ein Feiertag zelebriert Einmal im Jahr Und der Rest des Jahres ist einfach Äh, ja Ja, das ist nicht Gegenüber Homosexuellen Und was Welche Geschmacksrichtung Es nicht mittlerweile alle gibt Ja Deswegen bin ich ja auf konstanten Kriegsfuß Mit den meisten Veganern Der einzige Krieg, den ich nicht mit Veganern habe Sind die, die mir nicht ins Gesicht drücken Dass sie vegan sind Und mich Nicht dafür ankacken Dass ich es nicht bin Ich meine, die Sache Ich sag mal so Mittlerweile mit der momentanen Lebensmittelindustrie Äh, was tue ich alles mittlerweile aus Nicht, äh, Fleisch, äh, Sachen machen kannst Also, da bin ich auch überrascht Überrascht, ja Also, hier Ich hab ein, äh, Getreideschnitzel gegessen Hat genau, genau so wie ein Hütchenschnitzel geschmeckt Also, ist schon krass Was die mittlerweile hinkriegen Also, wer sich, äh, dafür entscheidet Äh, kein Hütchenschnitzel und so weiter Und sofort um zu unterstützen Voll Aber schon Aber wie du es halt schon sagst Wer sich dafür entscheidet Das ist doch eine Minderheit Die sind wichtiger zu behandeln Als wir Normis Wenn er sich dafür entscheidet Was rassistischer ist Sie, die eine Minderheit zu behandeln Oh ja, es ist eine Minderheit Ja, Mensch Mein Arsch ist eine Minderheit Das ist halt so Immer diese, diese Standard-Ausrede So böse das auch klingt Aber man ist eine Minderheit Meine Güte Du bist für heutzutage alles eine Minderheit So, so wie Angel es, äh, halt gesagt hat Finde ich es genau richtig So praktisch Ja, es sollte wirklich gleichberechtigt sein Überall Ich meine, was, was, äh, dass es nicht immer einfach so praktisch abgenickt wird So, dürfen gleichgeschlechtliche Beziehungen existieren? Ja, nein, jo, dürfen sie Ja, dürfen sie Dürfen gleichgeschlechtliche, äh, ihre vollsten zum Ausdruck bringen Indem sie heiraten dürfen? Jo, dürfen sie Ich verstehe gar nicht, was es da für eine Diskussion gibt Haben diese Politiker immer Angst Dass, äh, so, ähm, Homosexuelle so wilde sind Die auf Surprise-Butt-Sex aus sind oder wie Die, die das entscheiden dürfen Ob diese Personen das jetzt dürfen oder nicht Die sind erstens nicht, äh, homosexuell oder sonst wie Und zweitens auch nicht, äh, die, äh, von irgendwem Wahrscheinlich das Ziel Weil die wahrscheinlich nicht für die Leute attraktiv gewiss sind Ich stelle mir das wirklich immer so vor, dass sie dann so Nein, aber wenn ich dem jetzt erweige, dass, äh, dass er das darf Dann wird mir demnächst, äh, einer aus dem Busch hervorspringen mit dem, äh, Ring Äh, und wird auf seine Knie fallen und mir einen Heiratsantrag machen Genau sowas Ich stelle mir so, nein, das wird nicht passieren Hast du schon mal jemanden, der wirklich, äh, homosexuell war? Kennengelernt Der verhält sich wie ein ganz normaler Mensch Ja Es ist auch so Vegan Oder nicht vegan Aber es ist genauso wie mit Feminismus Es ist genauso was Es ist auch so ein heikles Thema Weißt du? Da gibt's dann auch so die, äh, die Frauen, die sagen Wir wollen Gleichberechtigung, was total richtig ist Und total legitim und gut ist Und dann gibt's diejenigen, die sagen Ja, wir wollen mehr als Männer Wo ich mir dann denke, so Äh, hat man euch ins Hirn geschissen? Das ist irgendwie so überhaupt nicht das, was ihr eigen Wofür ihr eigentlich steht Ja, die nennen sich dann als etwas, was, wo sie denken, dass sie sich mit, äh, identifizieren Und dann sind sie es doch nicht Ja, eben Und das ist dann wieder das Problem Die schaden damit ihrer, quasi der, wie wir es ja wieder gesagt haben, Minderheit Schaden sie mehr, als dass sie irgendwas bringen Genau wie mit Veganern Es gibt Veganer, die machen einfach ihr Ding Leben vegan The end Und dann gibt's Veganer, die sich denken Boah, du isst Fleisch Du bist Hitler Ich fand, ich fand mal so ein, äh Ich fand mal so ein, ähm, Bild dazu Recht, äh, unterhaltsam So praktisch, ähm, was, äh, Feminismus wirklich ist Und dann halt, äh, Frau gegenüber so, äh, Männer im Anzug Äh, und die Frau hat weniger im Portemonnaie, als die Männer im Anzug Und was, äh, mittlerweile Feministen denken, was Feminismus ist Und dann einfach so, ähm, nee, äh, genau Das, wo, was Feminist ist, eigentlich sein sollte Und das, was Feminismus eigentlich momentan ist Und dann siehst du einfach wirklich halt die Ja, die nicht wirklich attraktivste Frau Die sich darüber aufregt, dass jemand anders eine, äh, glückliche Familie hat Ja, das kann's doch nicht sein Und, äh, Oma, wirklich, äh Meine Meinung dazu zu sagen Ich bin voll und ganz dafür Dass moment, äh, im, äh, im momentanen, äh Jahrzehnt, Jahrhundert, wie auch immer Dass die Frau genauso viel bekommt wie der Mann Es ist, es gibt absolut keinen Keinen Grund, dass die Frau weniger vermieden sollte, als der Mann Nö, gibt auch keinen Grund dafür Es gibt, äh, es gibt höchstens, äh, Qualifikationen Wo Männer, beziehungsweise Frauen besser für geeignet sind Sag ich jetzt mal Hebamme und so weiter und so fort Kann besser eine Frau Weil Mütter nun mal sich lieber von einer auch Frau behandeln lassen, als von einem Mann Ja, klar Dafür kann, dafür kann aber wegen der körperlichen Stärke Besser jemand auf dem Bau arbeiten, der vom männlichen Geschlecht ist Exactly So, ich sage jetzt nicht, dass wirklich Nicht Baffe Frauen auch auf dem Bau arbeiten können Aber Ihr braucht dafür die Qualifikation Das ist halt dieses eine Stichwort, was immer gerne übersehen wird Qualifikation Es ist halt immer so Ja, äh, ein Mann oder eine Frau darf das nicht machen, weil Nee, ist, die darf es einfach nicht machen, weil sich hier gerade, äh, Frau Streichholz Auf, äh, auf einen Bodybuilder-Job geworben hat Mhm Oder auf einen Fitnesstrainer-Job Das, das funktioniert nicht Und dann kommen wir wieder in so eine ganz andere Schiene Von wegen, ja, aber denn so diese wichtigen Jobs Das dürfen denn nur Frauen machen Und was ist mit den anderen Jobs? Also Jobs, die auch gemacht werden müssen Ja, das können die Männer dann machen Und da sind wir dann wieder bei dem Punkt, wo ich mir denke, so Why? Merkst du noch was? Und ich sag mal so Ähm, wenn es wirklich darauf Angelegt werden sollte Ob Frauen mehr Rechte bekommen oder nicht Da guckt man sich mal einmal kurz an unsere Regierung an Wir haben jetzt seit Knapp 16 Jahren eine Frau An der Spitze gehabt Haben Frauen in dieser Zeit mehr Rechte bekommen? Nein Hm Mal davon abgesehen, hat Merkel in der Zeit irgendwas geschissen bekommen? Das ist fraglich Mensch I wonder how I wonder why Sorry, das ist so ein Meme gerade bei mir Sorry Ist Merkel irgendwie einfach nur eine Vorzeigefigur? Vielleicht? Könnte das so sein? Dass sie in Wirklichkeit gar nichts zu sagen hat? Hättest du eine geschlechtslose Vogelscheuche ins Parlament stellen können? Sicherlich Einfach so ein Wackeldackel Ja, genau Es muss aber ein Wackeldackel sein, der die Raute macht Sonst funktioniert das nicht Warte Gibt's bestimmt Gibt's bestimmt By the way Leute Freut euch Jetzt kommt das einzige Wasserlevel im gesamten Spiel Lass mich mal den Merkel-Wackelkopf suchen Gibt's bestimmt Den Merkel-Wackelkopf Okay Das ist zwar nicht das Aber das ist auch gut Ich schmeiß das mal hier in die Confie Und auch in den In den Server Ist auch gut Ich pack's mal in die Memes Es ist kein Wackelkopf Von der Merkel? Was? Gibt's nur eine Quietsche hinter? Alles was sie wollte Hat sie aufgegeben Weil es nicht erfolgreich geworden wäre Ach Merkel Merkel-Chan Also hast du dich einfach unterbuttern lassen Super in deiner Führungsposition Wenn du einfach Einfach aufgeben Um nochmal das Stichwort zu sagen Qualifikation Durchsetzungsvermögen Ist das, was ein Der Kopf eines Landes braucht Dieses schöne Wort Qualifikation Wenn das nicht wäre Moment Oh wow Oh die Dinge Die Dinge die ich hier finde Die Dinge die ich finde Die Dinge nach denen ich nie gesucht habe Und ich wusste Ja Kishi Kishi das hab ich auch gerade gefunden Ich schmeiß das Shadow auch nochmal kurz in die Confie Ist das einfach eine Zitronenpresse mit Merkels Kopf Als Aufpresser Weißt du? Worte die ich nicht gedacht hätte Dass ich sie heute höre Ach Andy Mit dir wird's nie langweilig Und da bin ich froh drüber Dankeschön Das muss man jetzt mal sagen Es ist schön, dass du hier bist Ja Weißt du, seitdem ich da jetzt arbeite Wo ich arbeite Da möchte ich es mir echt angewöhnen Mal das zu tun Was mein Chef tatsächlich manchmal macht Einfach mal Random zu mir sagen Von wegen Es ist schön, dass du da bist Shadow, du riechst auch ganz viel Ich hab keine Ahnung woher, wieso Aber ich akzeptiere es Das ist einfach so meine Art Das kommt mir etwas aus dem Kontext gewissen Zu sagen Ja, aber ohne Scheiß Als mein Chef damals zu Anfang Angefangen hat mir das manchmal zu sagen Ich so immer Was? Ohne Scheiß Ich kam darauf nicht klar Die erste Zeit Das hat dann echt bis zum Abend gedauert Bis ich denn zu Hause war Und gemerkt hab Mein Chef hat mich gelohnt Oh Gott Ich muss mir auf jeden Fall nachher Den Speedrun zu Ramin 3 angucken Da bin ich echt mal gespannt Auf Speedrun Ja, ne Die Partymaske vom Merkel-Gesicht Die müssen wir nicht haben Was die Merkel denn eigentlich für Merch hinter ist Merkel-Merch Ich will Ich will mal ein bisschen Merkel-Merch Dass ich davon nicht sehen konnte Und damit Hey Ach hey Elko Es geht I love Angela Tasse I love Angela Swaggler-Merkel Swaggler-Merkel Das kann nicht ernst sein Moment Das ist ein T-Shirt-Motiv This can't be real Swaggler-Merch Ja, Moment Nennt sich das denn Swaggler? Irgendwo einen vergessen Scheiße Oh Mann I wonder how I wonder why Hier im Shadow Ich schmeiße es auch mal kurz In die Memes Aber auch hier in den Konfi Bitteschön Swaggler-Merkel Swaggity Swaggity coming for that Regierungsposition Jetzt haben wir den noch für Merkel geschürzt Merkel-Merch Weißt du Das sind so diese Momente Wo ich realisiere Digga, du hast selber kein Merch Warum hat Merkel Merch? Das Leben ist nicht fair Steck ab, Merkel Stimmt, das gab's ja mal Nein Da geh ich nicht hin Der Dach, du machst hier an You even German Und dann halt die Raute Oh Gott Merkel-Quizchen Das ist was für dich Swaggler-Merkel Vor allem die Die Alte benutzt Meinen Lieblingsschriftzug Das ist Edo Shado, ich hab was für dich Das ist ja Cousa Zero Schriftzug, ja War wohl spät gestern Abend, war's? So Ja Das wird dein nächstes Geburtstagsgeschenk Angler-Merkel 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 Echt Oh wow Schwarze Looms Vermehren sich wie die Karnickel Fragt sie dich dann Hast du Dorscht? Hast du Dorscht? Angel mit Merkel, ja Der Typ ist Safri-Duo in einer Person So ganz ehrlich, von Merkel gab's jetzt nicht so viel tolles Merge Ich kann mir ihre Bob-Frisur kaufen Ja Super, kann ich Merkel-Cosplay Merkel-Cosplay Ich bin Merkel-Cosplay Du musst erst mal die Raute perfektionieren Vorher kennst du das gar nicht Stimmt Ist die Raute eigentlich so ein Ninjutsu? Oder warum macht die das so? Nee, das ist eine Jutsu-Form, bestimmt Weißt du, wenn du sie machen lässt, dann feuert sie einfach Feuerbälle This is how Merkel works This is how Mafia works By the way, ich liebe immer noch dieses eine Bild, was vor etwas längerer Zeit auf dem Server gepostet wurde Eine Mischung aus Ahead in Time und Yakuza Zero Von weh, mit Mafia City Ich meine es gesehen zu haben Ja, da ist Kiryu mit drauf gewesen und Martima im Hintergrund Ich hab das Bild so abgefeiert Ja, da hätten wir doch weder was für One Minute Melee Hey, Headkid vs. äh Versus Kiryu Ja genau, ist Kiryu derjenige, der für die Mafia arbeitet? Beide Und Goku war Also an sich jetzt In Yakuza Zero sind sie halt beide keine Yakuza Sind im Grunde beide Ex-Yakuzas gewesen Und wollen halt wieder welche Beziehungsweise Kiryu hat sein eigenes Ding Äh, aber am Ende sind sie halt beide wieder Yakuza Hm, okay Also jetzt ab Kiwami sind sie quasi Sind Majima und Kiryu beide wieder Yakuza Ja, dann machen wir Headkid und Bowkid gegen, äh Kiryu und, äh, Goro Ja, doch Das Problem ist, es wäre ein sehr einseitiges Match Versuch mal nicht Mein Melee kriegt das irgendwie hin, dass das, äh Dass das ausgeglichen wird Ich meine ja nur, also Ich hab einfach passt Das triggers mich Aber ich hab grad einen perfekten Run hier Nee, das ist ja nicht Ich hab einfach passt das Ja, ich meine mit Perfect, dass ich noch nicht einmal runtergefallen bin Nee, bist du nicht schon? Nein, nein Ich hab grad den perfekten Run Scheiße, noch einen verpasst Ja, super Ich komm wieder rein Oh Aber ich hab immer noch meinen perfekten Run, so fuck you Was ist in Wirklichkeit? Was ist perfekt? Was ist perfection? Perfektlich balanced Hanus Hanatos Noch einen verpasst Fuck my life Aber In two pieces Perfekt Run 100% trotzdem The fuck? Wie das denn? Fuck you Wie denn das? Man verliert immer ein bisschen Punkte, wenn man runterfällt Und wir set es dort Das blenden schnell in den Schatten Ja, ja, ja Hat er geschummelt Sag mal Dick, Luigi Hat er geschummelt? Hat er geschummelt? Das ist ein Nuscheln Nuscheln Kann doch nicht wahr sein Spaggel Ja, stimmt das Was Hashtag Danke merke nicht mehr Ja Das ist im Grunde nur die deutsche Version von Fanks Obama Aber Obama hat das selbst schlauer gemacht Also Ne? Ich meine ja nur Mein Obama ist sowieso eine coole Sorge gewesen Das war der charismatischste überhaupt Ja Also Ich meine, der Typ hat selber Memes hochgeladen Einfach aus Jux Weißt du, der hat diesen Meme von Fanks Obama Hat er selber benutzt Hast du das mal gesehen gehabt? Ne, sogar gar nicht Du musst dir vorstellen Also da sitzt Obama an so einem Tisch Hat ein Glas Milch und einen großen Cookie bei sich Und will den Keks in die Milch tunken Wie es manche Pläps ja machen Wie das? Keks in die Milch tunken? Ist das scheiße? Also ich mag es nicht Kommt aber auf den Keks drauf an Genau, kommt auf den Keks drauf Und ähm Wo ist es der Keks? Und er nimmt diesen Keks Will ihn in die Milch tunken Aber kann nicht, weil das Glas zu klein ist für den Keks Und dann versucht er das immer wieder Also so zweimal so Merkt, dass das Glas zu klein ist Und er dann so Fanks Obama Das hatte ich so gesehen Das ist bestimmt mal irgendwie Aber ich wusste nicht, dass es wirklich von ihm persönlich so war By the way, willkommen in meiner Lieblingswelt im Spiel Die Wüste der Knarren By the way, fragt mich nicht, warum die Knarren heißen, wenn sie überhaupt keine Knarre haben Kishi, nein Er hat mir gerade einen Badeanzug mit Trumps Gesicht drauf geschickt Speedrun Speedrun Ohne Scheiß Ich hatte komplett unironisch Spaß am Speedrun Ich weiß nicht, warum Alter, ich mache aber gerade einen guten Job Bis auf hier Da ist Lowbox nicht glücklich Aber sonst ist er ziemlich glücklich Ziemlich happy, der Dude Lieblingswelt, ja, ist meine Lieblingswelt Problem damit Wie kannst du nur etwas mögen Du bist ein Sklave Du bist ein Sklave dieser Zuschauer Du bist einfach nur zu unterhalten Du hast nichts zu mögen Mach Content Ich mach Content Was soll ich machen, mir eine dumme Brille aufsetzen? Wenn ihre Klauen dich berühren, bist du tot Nett deine Bekanntschaft gemacht zu haben Was ist da unten? Ich meine, es ist basically die Gruselwelt des Spiels Ich meine, die Dinger sind auch irgendwie Ich meine, wenn man jetzt deren Voice-Lines abschaltet Und den Fakt, dass Das Kezu eine gewisse Line aus diesem Level immer noch feiert Bis zum heutigen Tag Knall die, Alter? Ne, das nicht Das ist aus Pokémon Irgendwie, es gibt nachher Einen Dialog zwischen zwei von diesen Fickern Wo einer denn sagt Meiner ist größer als deiner Okay, so feiert das bis heute Ich hab keine Ahnung warum So, nochmal zu der Sache von gerade Shadow, mach Content Okay Hey Nicht nett Ich sag ja, das ganze Der Plot Der Plot fickens Das ist wieder mal so typisch Du verstehst die meisten Witze des Spiels Erst, wenn du größer bist Es ist wie Spongebob Wenn du heutzutage die ersten zwei Staffeln von Spongebob gucken würdest Dann würdest du auch so sagen Oh Das ist ja gar nicht so kinderfreundlich Ja, ich will ja nur durch, du Fickschnitzel Lass mich doch da Man lässt die Knarren nicht an sich heran Ja, ne, man glitscht lieber durch die Gegend dabei Au Das war mal alt Ich muss ganz ehrlich sagen Ich hatte damals als Kind In der Stage schon ein bisschen Muffen Muss ich sagen Weil es ist an einigen Stellen echt Böse designed Also Spacey, die spooky designed Sieht ihm das Fell über die Ohren Sieht ihm das Fell über die Ohren Sieht ihm das Fell über die Ohren Na gut, es kommt jetzt hier nichts an das Grab der Alten aus Raymond 2 ran Knall die, Alter Ja, nicht knall die, Alter Das ist wieder was anderes Wieso willst du heute mal die Alte knallen What the fuck Was ist denn los mit dir? Ich habe es gelöst Um es mal wie Hohle mal oder Keks auszudrücken Untervögeln oder was Weißt du Weißt du Ich muss ganz ehrlich sagen Es ist schön Deine Stimme zu hören Hm? Nachdem ich sie jetzt Über zwei Tage lang In Fast Forward gehört habe Was? Ich bin ja momentan aus dem Mai Die ganzen Streams dann durchgucken Für Highlights, ne? Ja Und da ich keinen Bock habe Mir wirklich in Realtime jeden Stream nochmal zu geben Gucke ich die in zweieinhalb bis dreifacher Geschwindigkeit Ach du Scheiße Und auf allem einen war ich dabei oder was? Du warst in Risk of Rain momentan dabei Und der nächste Stream den ich mir angucken werde Ist der Smash Stream Ach so Mit uns beiden Und ja Es ist schön mal deine Stimme wieder in normaler Geschwindigkeit zu hören Es ist übrigens sehr verwirrend Wenn ich auch mal zwischendurch auf normale Geschwindigkeit stelle Ich denke mir einfach so Mein Gott ist dieses Spiel langsam Wir müssen by the way echt mal diese Iron Man Challenge machen Oder Burning Man oder Man Ja aber boah Ganz ehrlich Das ist so ein Das ist so lang und so viel und Smash Und ja Das ist erstens das Und zweitens ist jetzt wieder schon wieder mein Switch Online Ausgelaufen Und das Ich könnte mir jetzt nochmal für drei Monate mit dem Twitch Prime Gratis Ding im ersten Monat ja gratis Mir das noch holen Aber ich bin ganz ehrlich Ich weiß wie häufig ich momentan Smash Oder generell Switch Online benutzt habe In den letzten Monat Weiß ich es lohnt es sich nicht Ich werde es mir wahrscheinlich kurz vor knapp holen Wenn ich es nicht irgendwie anders brauche Damit ich es noch habe Wenn Pokémon Schwert und Schild rauskommt Ach so ja Weil man kann es irgendwie bis wann machen 23. September oder so Und 15. November kommen die Spiele raus Das heißt ich habe bis Dezember noch gratis Switch Online Reiß ihm die Haare aus Genau bis zum 24. September Kann ich das machen Dann habe ich noch bis zum 24. Oktober 20. November Und 24. Dezember Ja dann habe ich noch ungefähr Ein Monat lang Switch Prime Äh ne Switch Prime Switch Switch Online Wenn Schwert und Schild rauskommt Ich muss da ganz ehrlich gestehen Ich habe es mittlerweile so Äh Im Nintendo eShop So Ein, zwei Spiele Wo ich mir tatsächlich gerne mal holen würde Und die da wären Äh Allein schon Stardew Valley To be honest Ja klar Weil ich mir Es unglaublich witzig vorstelle On the go Stardew Valley zu spielen Was hat der da gerade versucht Du könntest auch eventuell sogar das spielen Was äh Wie gerade Oder Zu der Zeit wo ich die Aufnahmen Da durchgeguckt habe Gespielt habe Mein Teil mit Portals Im Grunde genommen einfach nur Stardew Valley 3D Klingt auch schön Muss ich mal reingucken Ob das einfach was für dich ist Oder ob du lieber auf den Classic 2D Stil Äh Das andere Du sagst jetzt mal ein 2 Aber nur Legal Lollis Je An sich ist doch Jede Lolli legal Die sind doch immer irgendwie Alle 200 Jahre alt Ergo du bist dann in Wirklichkeit Mehr so Mehr so auf Granny Fuck Aus To be honest Das ist auch sowas Was ich nicht verstehen kann Das ist genau wie mit Füßen Das Problem bei diesen Äh Figuren ist Sie bleiben auf ewig Ihr Alter Sie sind keine Alternde Person Also im Grunde genommen Kannst du eigentlich auch sagen Wenn diese Wenn diese Sachen rauskommen Sind sie nicht mal ein Jahr alt Das 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 funktioniert dann aber leider nicht Also sagst du dann Äh Kannst du auch nicht von dem Originalalter aus In der Serie aus gehen Weil irgendwann werden die Äh Die Dinger Die Lollis irgendwann erwachsen sein Das ist einfach so Nenn mir mal zwölf Zahlen von 1 bis 49 Was Nenn mir mal zwölf Zahlen von 1 bis 49 Was That's specific Shadow Da würde ich jetzt Random Number Generator aufmachen und einfach zwölf Mal drauf klicken Also auf jeden Fall 13 Und 05 Ja 05 geht auch ja 1 bis 49 Ja Also 5 Äh Also 5 und 13 auf jeden Fall Ähm Du darfst auch mal Mach du auch mal zwei Oder warte Wie viel Wie viel sagen wir Zwölf Stück Zwölf Stück Warte Hat jeder von uns sechs Dann nehme ich noch 42 Er will seine Unterarme waschen Das rügt sich dem Plot hinzu Mit Joghurt Mit Joghurt Ähm Ja 5, 13, 42 Ähm Und wieder Abby heiraten Natürlich Hallo Natürlich würde ich nochmal Abby heiraten Das ist mit die einzige Die ich da attraktiv finde In Stardew Valley Ich überlege mal Penny gab es noch Penny würde noch gehen Penny ist ein Gold Digger Das war diejenige Die ich mir ausgesucht hatte Und dann später bereut habe Weil die Frau einfach nur noch Geldgeschenke haben wollte Äh Die will einen fucking Diamanten haben Diamanten sind fucking selten Abby ist da richtig simpel Weil ihr kannst du auch einfach Quarz schenken Und Quarz ist super easy zu bekommen Ja Also Penny war wirklich Es ist halt wirklich der Name schon Die ist ein Gold Digger Die nimmt nur reiche Männer Also musst du dich bei ihr Ihre Liebe erkaufen Ist nicht schön Was Von einem Moderator Was ist passiert? Was zur Hä? Spamming Symbols Okay Wahrscheinlich weil zu viele Kommas Punkte Und Emotes Benutzt wollen Achso Wahrscheinlich Zu viele Punkte Okay Ich habe halt eine Schwäche für Frauen mit langen Haaren Und wenn denn die Farbe auch noch so ein bisschen abstrakt ist Dann ist es sowieso Als weakness of mine Du hast übrigens noch drei Zahlen offen Mach 33 Mach 12 Und 24 Die letzten habe ich jetzt mittlerweile sogar schon wieder vergessen Weil die habe ich jetzt einfach random genannt Da habe ich jetzt Müsste ich jetzt gerade überlegen Ob die Zahlen die du jetzt genannt hast Oder bei denen bei sind Die ich jetzt nennen wollen würde Ähm Ja äh Wenn wir das erste denke ich mal Vom Geburtsdatum ausgehen Dann sind es Bei mir 18 und 6 Ähm Dann nehmen wir noch ein anderes Dann nehmen wir noch Äh 4 und 30 Also nicht die Zahl 34 Sondern die beiden Zahlen 4 Und 30 Ähm Was sind dann vier Zahlen? Zwei habe ich noch Das ist ja noch irgendwie ein Ein wichtiges Datum Ähm Warte Wir gehen Äh Wir gehen voll Ähm Voll Äh Voll bei dem Thema Ähm Dann nehmen wir noch Ähm 28 Und 10 Also äh 18 Und 6 30 Und 4 Und 28 Und 10 Mach doch schon langsam Ich kann sie auch einfach aufschreiben Reiß ihm die Haare aus Das ist einfacher Ach hast du fertig? Gut Selbstgeschrieben Spockt ihm ins Gesicht Spockt ihm ins Gesicht Ich rieche frisches Fleisch Ach machst du Lotto sein? Ach so Aha Zapfsäunen Lotto Das lockt die Knarren an Ich bin mal entspannt Ich bin mal entspannt mit meiner Trippel-Geburtstags-Äh-Geburtstatum-Äh-Kombination Äh Was gewinns Zapfsäunen Lotto So ein Mist Wow Ziele auf die Gongs Das lockt die Knarren an Ja ist gut Kleinling Ich find's auch geil Dass sie nur bei dem Gegner halt Äh So Animationen eingefügt haben Sag dem Motto Bist du vielleicht zu blöd? Not Not fighting Not Not fighting It's like fighting nuts Aber Wir kämpfen unseren Nüsse Das pleases mein Nutt Oh fuck Nothing personal, kid Nothing personal Äh Zapfsäunen Lotto Weißt du, ich liebe Spiele aus dieser Zeit Die einfach sich so denken Ja, wenn du einen Health-Upgrade bekommst Dann erstreckt sich Wenn du alle Health-Upgrades bekommst Einfach deine Lebensleist Irgendwann durch das gesamte Bild Durch den gesamten Bildschirm Obwohl es am Anfang noch relativ okay aussah Ist ja bei Yakuza auch nicht anders gewesen Ja, echt mal Er wird Millionär Mit unseren Zahlen Und gibt uns dann nix ab Moment, was? Äh Das meine hier Sheryl Sheryl gibt nicht Sheryl gibt nichts ab Können wir vielleicht aufhören Über solche Sachen zu sprechen Seht ihr, das meine ich Von wegen Nö Hey, Oschi Oh, Lash Ich wollte gerade Ich wollte guten Tag sagen Und irgendwie ist dann Irgendwann was anderes da rumgekommen Im Kopf hatte ich Gulasch Gulasch Das wollte ich einfach nur Gulasch-Vorschi sagen In den Sandsorten Warum würde ich zu gerne Ein Best-Of haben Hm? Best-Of vom Weißt du Vom Sound-Bar? Ich muss los Ich weiß nicht Ich weiß nicht Was man da Best-Ofen kann Das ist halt Meine Art Comedy zu machen Halt Mit lustigen Geräuschen Ich kann noch Best-Of sein Knapp ihn Oh? Knapp ihn Ich meine anders bin ich nicht witzig Also von daher Ich werde was abgeben Oh Also ich starte jetzt mal den Stream So wie Shadowing normalerweise starten würde Ey Stinky So So starte ich doch nicht meinen Stream Ich denke klar Du musst erst Du musst erst natürlich anrufen Ja damit natürlich Ich glaube mein allerliebster Sound von diesem Soundboard ist immer noch Fump geht ein Fump geht ein Fump geht ein Fump geht immer Fump geht ein Fump geht ein Fump geht ein es geht auch noch manchmal bin aber eher entfernt von dem ja ja das ist schöner der hat mehr oder der hat mehr umf das uff hat mehr umf warum kann man hier runter hier unten ist nichts außer energie ja ich habe sehr viel es 0 0 sehr viel essen oder eigentlich müsste ich den zu machen ja technisch gesehen müsstest du den bei mir ziemlich häufig verwenden wenn alle leute schon eingeschlafen sind bringst du den auch immer nachts wenn du streamst der eine hat durch die wand gemorpht die knochen die knochen ich kann sagen wo die Das ist es! Ich habe eine neue Rezepte gemacht. Er meinte gerade, ich muss los, Rayman 2 zu Ende spielen. Ja, nice. Oh, wow, wirklich. Er hat gerade gesagt. Selbstinsert. Immer wieder gut. Er muss seine Reifen auffumpen. Seht ihr, das ist jetzt wieder richtig plotrelevant. Mit Joghurt. Mit Joghurt und der Typ, der seinen Müll verbrennen muss. Ich meine ja nur also, ne? Ich glaube, ich fange an, das große Bild zu sehen. Baby? Ich muss los, meinen Grill anzünden. Ich muss los, meinen Müll anzünden. Hallo. Hi. Alles klar bei euch? Wir sind in Top-Critical-Condition. Moment. Ihr seid in Top-Condition. Ihr seid aber auch in kritischer Kondition. Wir sind Top-Critisch. Top-Condition. Ja, also, ich versuche, Shadow die ganze Zeit, guten Content machen zu lassen. Ja, steht da so. Ich bin mal nicht so nett. Shadow, mach Content! Okay. Nein. Ich rieche frisches Fleisch. Alleine Sommer wegen. Ich versuche, Shadow guten Content machen zu lassen. Okay. Ich finde es ja auch geil. Meine Mutter hat mir jetzt eben gerade geschrieben, von wegen, dass sie noch so ein Klimagerät bekommen hat, wie ich jetzt habe hier bei mir. Weil ich ja, äh, hab gesagt so, ja, das ist ja für mich ja ganz geil, aber mein Wohnzimmer ist immer noch eine Hitze-Zone. Da wollte ich dich sowieso, ne? Da wollte ich dich sowieso nochmal fragen, wie der Ding eigentlich funktioniert. Du packst da Wasser rein und das wird dann irgendwie kalt gemacht und dann, äh, kommt da durch kalte Luft raus? Ja, genau, so in etwa. Es ist halt so eine Klimaanlage. Also, mit dir halt auf Wasserbasis. Das ist halt der einzige Nachteil. Du musst halt, äh, alle paar Stunden Wasser nachfüllen. Aber, oh, buhuhu, das ist so schlimm. Wie viel? Nicht viel, es ist ein kleiner Tank. Oder meinst du jetzt, äh, wie oft? Ungefähre Literzahl. Da geht vielleicht ein halber Liter rein. Halber Liter auf wie viel Stunden? Vier Stunden? Fünf Stunden? Nee, mehr. Ja, sogar mehr. Das ist doch geil. Eben. Die Macht ist was. Und es ist halt wirklich, äh, also jetzt hab ich ihn geradeaus, weil mir ist tatsächlich kühl, weil ich Fenster noch rauf hab. Ja, heute ist schön. Mhm. So kann er, so darf der Sommer gerne weitermachen. Vivi ist wieder total triggert. Ja. Nein, nee, ich, weil der, nein. Ich hab heute, ich hab heute Mittag schon gesehen, wie du halt hardcore versucht hast, den Sommer dann, äh, gut zu gehen. Nein, das Ding ist, das kam, glaub ich, teils voll falsch rüber. Weil ich hab ja nichts dagegen, wenn Leute irgendwie andere Jahreszeiten bevorzugen, um Gottes Willen. Da hat ja jeder eine andere Meinung. Ich wollte nur lediglich den Sommer auch ein bisschen gut darstellen, damit er nicht so traurig ist. Ja, also, ich mein, das Gute an, äh, am Sommer ist tatsächlich, du siehst mehr Bikinis. Oh, äh, ja. That's the plus. That's the only plus for me. Weißt du, ich hatte so, ich hatte so Sachen, ich hatte so Sachen, wie, äh, hier Tage sind länger hell und, äh, und hier, es gibt Erdbeeren und Eiscreme und sowas, weißt du? Und man kann dann beim warmen Wetter schwimmen gehen und nur so Bikinis. Eiscreme esse ich auch im Winter. Ja, das esse ich auch im Winter Challenge. Ja, aber, aber, zum Beispiel, im Winter sind, zum Beispiel, diese ganzen Eiskafés und so, äh, zu. Da kannst du denn nicht so richtig geiles italienisches Eis besorgen. Das, das gibt's nicht. Die Sache ist, ich habe noch, ich habe noch nie halt, äh, sag ich mal, so gutes Eis von der Eisdiele gegessen, dass ich dann einfach sagen würde, ja, zu der Eisdiele muss ich immer wieder hingehen. Ich habe immer nur so gedacht, ja, das war jetzt halt ein Eis-to-go, aber ich könnte mir auch genauso gut ein, äh, ein gutes von der, äh, aus der Kühltruhe beim Kaufland oder so holen und würde damit genauso, äh, viel Spaß haben oder sogar länger Spaß haben, weil ich mehr für mein Geld kriege. Das Ding ist... Ich sag mal, Hoshi, ich könnte den, ich könnte das Ganze noch ein Stück weiter gehen. Und ich sag nur, der muss pipi machen. Das ist plotrelevant. Das ist der große Plot-Changer. Fühle ich mich so eins? Es ist wenigstens ernst. Ja, er muss pipi machen. Nee, äh, ohne Scheiß. Wet T-Shirt. Ne, wenn es auf einmal im Sommer anfängt zu regnen. Best. Oh, mir geht's soweit gut, Angel, danke der Nachfrage. Ich bin ein bisschen müde, aber man muss... Ich glaube, ich bin selber gehypt, aber ich muss noch was, ich muss noch das Ganze einstellen und so, deswegen, ich weiß nicht, ob wir das noch vor diesem Wochenende alles hinkriegen. Das ist gut, ich mag kluge Leute hier und schmeckt viel besser. Ey, das Typ da im Süden so... Ich denke, die Fresse... Ich bin definitiv Reflux. Ich bin ein Reflux-Kondensator. Lol. Oh Gott, ich habe das letzte Mal schwimmen, ey. Das ist auch schon Jahre her. Ich würde gerne häufiger schwimmen gehen, aber alleine, da macht es keinen Spaß. Ja, wir... Alleine macht es keinen Spaß und... Ich weiß nicht. Ich mag diesen Goblin, ey. Reflux ist mein Kind, und kein Knarren hat ihn je besiegen können. Klob, du wärst nicht so ein armlohendes Würfchen, wie du eine Chance hast? Mann, warum wollt ihr mich jetzt bekämpfen? Ich meine, ohne Scheiß. Ne, die ganze Zeit wollt ihr mich einfach nur fressen. Sobald Reflux in den Brand gesteckt hat. Der Kampf möge beginnen! Ich mag diesen Goblin. Doch, also ich kann schwimmen, ich gehe gerne schwimmen, aber ich mag es alleine nicht. Ich finde es einfach so langweilig alleine. Weißt du, dann musst du dich alleine denn mit diesen... Gerade ich bin jetzt auch nicht unbedingt die attraktivste Person im Schwimmerzug, also in Badehose. Davon mal abgesehen, ich fühle mich dann weird. Ah, oh Gott, oh nein. Hm, Gehirn, bitte. Das hast du da, hast du selber schuld, Andy. Ich weiß genau, was du gedacht hast, du hast selber schuld. Stell dir mal im Badehose zu. Da hast du selber schuld. Selber schuld. Warum versprichst du dich auch? Das ist selber schuld, hast du da. Das Ding ist, ich wusste instant. Also, ich habe nicht daran gedacht, sondern ich habe eher daran gedacht, dass Andy daran denken würde. Das ist irgendwie auch... Also hast du die Gedanken gedacht, die ich gedacht habe. Nein, ich habe schnell das Kommentar gehört und dann dachte ich mir so, oh, da kommt doch gleich was von Andy. Keine Ahnung. Und dann ist es auch passiert. Das war das Ding. Also, an alle Leute, ihr seid doch immer so interessiert, Shadow in seltsame, prekären Situationen zu zeichnen. Hätte ich jetzt die Idee für euch. Wir möchten jetzt bitte einen Swimsuit-Contest für Shadow, bitte. Wäre das denn, Moment. Swimsuit. Gerne auf Genderbandit. Besonders Genderbandit. Weil meine Genderband-Version ist fucking sexy. Sherry ist verdammt. Good looking. Es ist voll der Zungenbächer, erinnere ich. Und halt wie Looks Like Link. Und als Swimsuit Soul. Ich finde, Looks Like Link kann man wesentlich einfacher aussprechen als Swimsuit Soul. Weil das einfach dieses... Keine Ahnung. Das ist aber eigentlich eine Technik, die man machen sollte, wenn man sich wirklich irgendwie was mit seiner Stimme macht. Was denn? So, dieses... Du gehst praktisch halt diesen Zzzz-Sound. Den gehst du dann so... Nee, den gehst du dann tonleitermäßig hoch und dann hältst du die höchste Note für vier Mal. Also so... Das machst du dann irgendwie für zwei, drei Minuten, bevor du irgendwie eine Aufnahme oder sowas machst als Sänger oder so. Oder Schauspieler oder so, Formsprecher. Soll wohl wirklich helfen, weil das nämlich deine Gesichtsmuskeln lockert durch die Vibration. Können sie es zuerst weiter am Türen. Ich hab mich letztens einfach mal so ein bisschen aus Interesse schlau gemacht über solche Sachen. Auch so, dass wenn du beim Singen oder Sprechen, das hatte ich ja nämlich für meinen Twitch-Stream-Streams mal geguckt, wie singt man besser irgendwie, hat man eine bessere Stimme. Wenn du singst, achte mal darauf, dass du deine Bauchmuskel nicht anspannst oder generell redest. Ich sing generell scheiße, also. Ja, aber das ist so, dann kriegst du nämlich das komplette Spektrum deiner Stimme. Spektrum! Genau, weil man den Bauch ja nicht anspannen soll. You know, Speck! Aha, Mann. Ja, fuck myself, right? Also, wenn man den Bauch nicht anspannt, dann singt man besser? Nee, ähm, nicht besser, sondern mit deiner Stimmung. Woll hat genug zu tun, lass sie mal rufen. Äh, weil du kennst dich wahrscheinlich selbst, wenn du jetzt, sag ich mal, irgendwas singst, so sag ich jetzt mal, ähm, irgendwas von Michael Jackson. Okay. Oder Michael Jackson oder Elvis, das sind halt Stimmlagen, die hat kein normaler Mensch. Die haben vielleicht diese beiden gehabt, aber nicht du. Und wenn du dann versuchst, das zu imitieren, dann spannst du deine, äh, Bauchmuskeln an und verfälscht somit deine Stimme und hast nicht das komplette Spektrum deiner Stimme. Weil, äh, weil du dann auch, weil du, wenn du deinen Bauch anspannst, merkst du auch, dass sich deine, dein Hals anspannt. Dadurch kriegst du dann nicht alle Noten raus, die du, ähm, rauskriegen würdest, wenn du einfach dich noch verlassen würdest. Irgendwie so. Ich hab's auch nicht ganz verstanden. Ja gut, man soll jetzt auch nicht unbedingt mit Husten, äh, Karaoke streamen, sonst ist, äh, dann ist sowieso vorbei. Ich hab mich bloß gerade bei dem Wasser verschluckt, deswegen. Besonders den Bossfall hier würde ich gerne im Speedo sehen. Ich gucke das auf jeden Fall nachher mal an, das ist, ich bin irgendwie neugierig. Er hat bestimmt eine Möglichkeit, seine, äh, seine Phasen auszucanceln. Ja. Indem du ihn ganz schnell irgendwie triffst. Oh Gott, Leute, schreiben mir. Warum schreiben mir Leute? Oh, shit. Gebe ich auch jemanden. Hm. Ach so, Shero hat wahrscheinlich dir auch den, ähm, den Lotto-Schein oder was auch immer das Bild ist, was gerade bei mir noch bläht, ähm, geschickt. Den Lotto-Schein. Cannot, ich muss gleich das schlimmste Level im Spiel machen. Warst du da schon da, ähm, Ludi? Wo er, wo er seine Story vor allem von heute erzählt hat? Nee. Er wurde fast vom Blitz getroffen. Ach so, das von Shero meinst du? Mhm, genau. Ach so, den Lotto-Schein. Ja, doch, das habe ich mitbekommen, aber nicht, dass er den Lotto-Schein ausgefüllt hat. Zapf so ein Lotto. Dann, dann habe ich ihm halt gesagt so, ja, wenn du, wenn du fast vom, äh, ähm, Blitz getroffen wirst, dann sollten deine Glücks, äh, deine Chancen beim Lotto zu gewinnen, äh, ja eigentlich, äh, gut stehen. Hm, stimmt, es heißt ja immer von wegen hier so, die Wahrscheinlichkeit beim Lotto zu gewinnen ist genauso hoch, als wenn du vom Blitz getroffen wirst. Ich glaube, vom Blitz getroffen ist sogar noch geringer oder so war das. Ah, nee, genau, ist... Ach, nee, genau, ist... Hm, Chance vom Blitz getroffen zu werden, ähm, und Chance beim Lotto zu gewinnen. Also, ähm, Chance vom Blitz getroffen zu werden ist, ähm, 1 zu 18 Millionen verdienter... Moment. Wird so schnell, wahrscheinlich, wenn man von einem getroffen wird. Damit ist es etwa so wahrscheinlich von einem Blitz getroffen sein, wie beim einmaligen Versuch, im Lotto zu gewinnen. Hm. Beim Sechster ohne Superzahl. Huf. Also, Sharo, wenn du fünf Nummern oder so kriegst, dann... Nein, du wurdest fast vom Blitz getroffen, das haben wir ja mittlerweile etabliert. Ja, also fast. Und du hast immer noch nicht das Geschirr rausgebracht? Wie kannst du nur? Wenn es dich nicht umbringt, dann bringst du halt das Geschirr raus. Alles klar, Horschi, bis denn dann. Rüft schon wieder weg? Ja. Das ging ja schnell. Ich bin gerade mal seit 10 Minuten drinnen, oder? Es wird geschrieben von Sharo, wie wär's, äh, Mr. Showspinn und N, wie dort wir drei teilen, jeder 33 Prozent? Och, bei einer gewissen Summe sagt man da doch nicht nein. Bei mir ist jeder Cent momentan gern gesehen. Ich nehm alles, was mir angeboten wird. Ich meine, wie viel ist aktuell im Jackpot? Oh Gott, sorry. Äh, reden wir über normalen Lotto oder reden wir über Euro-Jackpot? Ich glaub, wir reden vom Zapfsäulen, Lotto. Ich glaub, normaler Lotto-Jackpot. 15 Millionen. 15 Millionen. Also 5 Mille für jeden. Und Euro-Jackpot wäre 42 Millionen. Da müssen wir jetzt wirklich nachfragen, was spielt, äh, was spielt, äh, Sharo? Ja, wenn die Spieler wirklich Zapfsäulen, Lotto. Na, wenn wir Zapfsäulen, Lotto. Ich müsste mal wieder, ich müsste mal wieder meinen Euro-Jackpot-Schein abgeben. Äh, wäre schon. 5 Mille? 15. Ja, also, ja, wenn du es durch 3 Teils, ja, ja. 3 Mille? Schon. Ja, mit 5 Mille kannst du erst mal ein bisschen rauskommen. Das Ding ist, wenn du das richtig hausheizest, brauchst du nie wieder arbeiten. Äh. Es kommt drauf an. Nee, ganz ehrlich, wenn du es richtig anlegst, dann hast du da, da hast du einen richtig Mille liegen. Ja, also, ich rede jetzt nicht von Aktien. Ich rede davon, dass man einfach das Geld rauffackt und du dann dementsprechend Zinsen draufkriegst. Oh, wo kriegst du noch Zinsen in Deutschland heutzutage? Du kriegst mal Zinsen. Nee. Das ist ja das Problem in Deutschland. Du kannst nicht mehr dich reich sparen. Das haben sie dir ja weggenommen. Das ist ja das Problem. Du kannst höchstens sowas wie Bausparverträge oder so machen. Das Problem ist, wenn du dir, wenn du dir den Bausparvertrag auszahlst, hast du genauso viel bekommen, wie die Inflation über die Zeit war. Das heißt, im Grunde genommen kriegst du dein Geld einfach nur wieder raus. Sweet. Ein Bausparvertrag. Schön. Das muss los. Pipi machen. Oh, der muss auch Pipi machen. Oh, das ist... Alter. Na ja, 6 aus 49, also das normale Lotto. Also, also 15 Mille. Trotzdem voll viel. Oh, wie schnäckig. Wenn ich mal jetzt gucke, äh, wenn ich nochmal so Haushalt gucke, was hatte ich da nochmal in den, ähm, in unseren Dingen geschrieben, wie viel ich pro Monat ausgebe? Ich muss los. Meine Lockenwickler rausnehmen. Nächster, bitte! Vielen Dank für den Sub, mein Dude, und alles Gute zum Showstatt. Ja, genau. Hier. Wir können jetzt einfach von der WG die Sache nehmen, da mit den, äh, fast 1.100 Euro. Das ist jetzt aber alles ohne Essen. Aber kann man ja trotzdem noch... Ja, wenn du reich bist, brauchst du kein Essen. Ne. Wenn du reich bist, brauchst du kein Essen. Dann ernähre ich mich von Blattgold. Ja, genau. Ich ess dann die Geldscheine. I'm eating money. Ähm, was? Warte mal. Ich weiß nicht, wie, 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 wie ich hab mich gemerkt, aber halt nicht mehr mit denen, dann DND. Oh, nice! Gut, dass ihr euch denn da darauf einigen konntet. Ich war da ein guter Vermittler. Wir kaufen dein Auto-Publieb. Wir kaufen dein Auto-Publieb. Ich geh mal von 1.700 pro Monat aus. Das sind dann mal 12.000 im Jahr. Das sind 20.000 im Jahr. Doch, doch, stimmt. Da kommt man auch noch ordentlich mehr hin. Doch, also wenn du nicht, äh, großartig, äh, ne? Ich geh jetzt wirklich nur von Leben aus, nicht von irgendwelchen Anschaffungen. Ich geh jetzt wirklich nur von, äh, Miete, GZ, Internet, Telefonie, äh, Strom, Wasser und Essen auch. Also, nix irgendwie so neuer Anschaffungen oder so. So ein Jahr, 20.400. Wär jetzt für die WG. Vier Leute noch verteilen da. Ist doch cheesy. Oh, rund. Nehmen wir das jetzt mal. Wie lange bleiben wir in der WG? 20 Jahre. Oh Gott, ist das ein Rayman-Emote? Dass ich sowas noch sehen darf. Ja, also, ganz ehrlich, wenn du da über 40 Jahre steckst, äh, streckst, dann hast du gerade mal 816.000 Euro verbraucht. Kannst mal sehen. Das, da, da kommst du mit 5 Millen-Locken hin über dein Leben. Ergo, 5 Millen. Kannst du dann und wann mal trotzdem ja was gönnen? Locker. Du hast, äh, du hast im Grunde genommen 3 Millen locker free, die du in deinem Leben verwenden kannst. Ja, eben. Oh boy. Also, mit 3 Millen könnte ich mir schon einiges kaufen. Könnte ich mir ein paar mal Sword and Shield kaufen. Ach ja, Sword and Shield. Ich hab den Trailer gesehen. Er war so geil. Ich sag nichts dazu, aber, ah. Ich hab den NSFW-Stuff gesehen. Ich bin so hyped, ich hab bloß, ich weiß bloß nicht, was ich kaufen soll, weil einerseits denke ich mir, ich würde gerne Schwert holen, aber andererseits denke ich mir so, wahrscheinlich holen sie alle Schwert, weil die Schwert besser finden und dann sollte ich vielleicht Shield nehmen, einfach damit ich das dann, ähm, ähm, ergänzen kann, so was Tauschen angeht und so. Also, bisher hatten wir das in der Konfi 50-50, also, Shadow nimmt Schild, ich wollte Schwert. Damn. Also, jetzt kannst du wirklich das nehmen, was dir eher passt vom Leben. Ich kaufe mir das Doublepack und hole mir einfach beide. Ja, das, das würde ich mit 3 Millionen auch tun. Das würde ich mit 3, mit 3 Millionen auch tun. Oh Mann. Weißt du erstmal die Amazon-Wunschliste leer kaufen. Oh, Alter. Werden auch Geschenke versteuert, also, wenn ich mich nicht richtig, ich hab 200, äh, K. Euro. Das ist auch so eine Sache, du kannst in Deutschland ja nicht reich sein. Deshalb, äh, am liebsten, am liebsten hätte ich das gerne so nach dem Motto, ich würde gerne bitte dieses gesamte Euro, äh, Jackpot-Geld bar ausgezahlt kriegen. Und dann, wenn mich dann einer fragt, wo haben sie denn das Geld, hab ich gesagt, hab ihr ausgegeben, hab ich verschenkt. Für Crack und Nutten. Wenn sie dann fragen, an wen denn, sag ich, an meine Freunde. Sie haben nichts behalten? Nö. 200.000 hab ich behalten. Scheiße, du kannst mich nicht versteuern. Fuck. 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 Eine Gruppentherapie? Das ist ja total abgefahren. Total abgefahren, Mann. Ja, das ist, äh, es ist halt nicht drauf gedacht, dass du mit einem Mal viel Geld kriegst. Das ist halt, du sollst arbeiten. Ja, stimmt, genau. Ich hab alles für Koks und Nutten ausgegeben. Problem ist, da werde ich wahrscheinlich, äh, wegen dem Koks ins Gefängnis gesperrt. Dann sagst du halt Nutten und Nutten. Sagst einfach, ich hatte eine Woche mal durchgehend Spaß. Ich hab, der Ast, daher kommt der, hast du mal ein schönes, äh, ganzes Wochenende schön abgenuttet. Abgenuttet, ja. Das klingt nicht richtig. Das klingt nicht richtig. Stopp! Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich hätte erwartet, dass der Stream heute länger gehen würde. Okay. Ja, wenn ich mal so, ich hab mal so in Gedanken Revue passieren lassen, wie lang Rayman 3 ist und jetzt bin ich mit der Wüste der Knarren durch, nach dreieinhalb Stunden. Naja, du kennst das Spiel ja jetzt auch schon ein bisschen besser und deswegen, ja, ich denke, wenn man dieses Spiel schon kennt, dann, bam, bam, bam. Das ist das dümmste Level des Spiels. Die haben sich zusammengetan und das Zepter von Gumsie, den König der Kladen, buchen. Gumsie! Da haben sich das Zepter von Gumsie gekarrt. Das können sie doch nicht machen. Und unbeschreibliche Macht erhalten wir. Diese Tür führt zu einer Abkürzung. So könnt ihr sie einholen. Beeilt euch. Eine Abkürzung, ja. Das dümmste Scheißlevel des Spiels. Aber wenn sie wollen, dass wir uns beeilen, sollten sie uns ein wenig zur Hand geben. Stimmt doch. Jedes Mal, wenn die Welt gerettet werden muss, ist es... Die längste Spielstreckung der Welt. Ach, das war ja das. Oh mein Gott, I remember. Du musst jetzt nochmal durch das gesamte Spiel rückwärts laufen, oder was? Nein. Aber es ist halt so... Ein Haufen Level, die jetzt... Die sind Platforming in... In case of Platforming. You will see. Okay. Juhu! Also nach dem Motto, das Spiel war jetzt bislang nicht lang genug. Wir brauchen ein bisschen streckende Spielung. If you know what I mean. Nee. Mann. Hey, nee. Gute. Ach, ich glaube, ich muss nochmal kurz aufs Zoo trinken. Ich bin gleich wieder da. Jo. Alter Digga, du hast ja was unterm Schuh. Man, Mann, Angel. Möcht mir doch nicht reich sein, Martich. Ja. Das ist der einzige... Das ist eine der wenigen Träume, die ich noch habe. Kannst du doch nicht machen. Kannst du doch nicht machen. Die sind doch nicht zum Spielen hier. Hm? Das scheint eine magische Pforte zu sein. Ich glaube, ich habe sowieso was vergessen mit dem Schuh. Ja, ich habe mit dem Schuh hier was vergessen. Da komme ich jetzt gar nicht mehr ran. Geil. Ach, hier habe ich die vergessen. Man muss nur unterscheiden von, ob dich dann die Leute mögen wegen deines Geldes oder wegen deiner Persönlichkeit. Das ist ziemlich einfach zu erkennen. Wenn sie fragen, kannst du mir das, kannst du mir mal Geld leihen, dann sind es Leute, die mögen. Ja, das. Ich meine, das Problem hätte ich jetzt persönlich nicht, weil ich sehe mich persönlich als einen relativ okayen Menschenkenner. Ja, wo ich kann sehen, wann jemand, äh, nö, when there's bullshit ahead. Vor allen Dingen wäre es sehr offensichtlich, wenn eine Person plötzlich mit dir, ähm, Kontakt haben will, nachdem du im Lotto gewonnen hast. Hm. Also dieses, ach so, vorher war ich, äh, nicht interessant, aber jetzt auf einmal. Also das ist schon das größte Hindex dafür. Auch solche Treppen liebe ich. Ja, ne? So ein Halbkreis, der runter geht und dann, äh, sich zu einer Wendeltreppe entpuppt. Die sind toll. Acht Prozent? Ja, Mensch, das Level ist ja auch nur scheiße, also, ne? Du hast ja nix gemacht. Nee, weil das Einzige hinter einem fucking, äh, Point of no Return versteckt war. Die sind immer noch nicht da und das nennen die Heiler in der Abkunft. Oh nein! Zum Glück weiß ich mir, wie diese Türe öffnen. Ja, klar, äh, Held, aber da kannst du dir dann einfach sagen so, joa, du bist dich umsonst meine Ex, nicht wahr? Ja. Ja, das Level hier muss ein absoluter Albtraum für den Speedrun sein. So, wieder da. So, wieder da. Ich mein, wenn ich mir so Sekiro, äh, angucke, dass du dann irgendwann einfach nur noch durchs Level schwimmst. Ja. Das ist dann einfach, hm, okay. Ich hab das so gehastet. Ich hab dieses Level allgemein. Generell die, äh, so, auch das Eis-Level, was hier gleich kommt, ist so richtig AIDS. Ja. Ich glaube, das hab ich auch noch richtig schlechte Erinnerungen. Ja, weil's richtig schlecht ist. Es ist ein Level, was einfach nur absurd lang ist. Oh, guck mal, da wird der Smiley einfach getriebt. Und jetzt, grrrr, Gesichtspiel. Heideka, ich hab, ich wusste, es endlich geschafft. Du, 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 du. Ja, Twitter-Bots. Ich fand's lustig, dass heute irgendwie, was war da, welcher Twitter-Bot hat da geschrieben? Ja, genau, ähm, das war von, mein, äh, von deinen Smash-Streams. Und, äh, da hatte Elko dann, äh, dir geschrieben, ich muss dir mal ne Jevil-Stage zeigen. Ähm. Und, äh, dann jetzt einen Monat später oder so, schreibt dann hier der Official Jevil erst, äh, ja, mach, will ich sehen. Seitdem war doch ein bisschen spät, Kollege, der Stream war schon. Oh, lol. Hier, hier. By the way, äh, ne, jedes dieser Parts hat eigentlich so ein Secret, wo mega viel, äh, Punkte drin sind. Ich mein, hier erinnere ich mich sogar dran, wo das war. Gut, stay hydrated, Bot auf Twitter wäre, glaub ich, ein bisschen seltsam. Und, rutsch. Ausgerutscht. 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 Das meine ich mit Secret. Moment, was? Just saw the Watchdog. New Gameplay Mechanic Rumor. Playing as an NPC. What? For me they're not NPC then. Ja, wenn du... Hä? Du kannst kein NPC spielen. Das ist ein Conundrum. Also in Watchdogs kannst du dich jetzt wahrscheinlich in Leute reinhacken und dann einfach die übernehmen oder so. Aber da sie es dann NPC nennen, als Not Playable Character, also Nichtspielbarer Mensch. Mensch, dann ist es ja kein Nichtspielbarer Mensch. Dann fragt er jetzt hier so nach, für was steht NPC für euch? Und dann Non-Playable Character, Non-Player Character oder National Park of Canada. National Park of Canada. Würdest du jemals 100% machen? Nein. Weil das Spiel ist bescheuert, 100% zu machen. Du musst im Grunde, wenn du in einem Abschnitt des Spiels keine 100% hast, musst du die gesamte Welt nochmal neu machen. Das ist absolut Bullshit. Shero, ich hasse dich. Warum musst du recht haben? Hä? Shero hat gerade in die Memes den Stay Hydrated Bot reingeschmissen. Okay. Als Twitter-Kanal. Why? Why does it need to exist? Ah, hier sind endlich mal die deutschen Namen von den Viechern. It's Ocean Man. Wolli, Kamei, Coutinho und Kramor. Wolli. Ich will gar nicht mehr vorstellen, wie oft Wolli sich jetzt diesen Joke in der Zeit anhören musste. Ja, das ist ihr Spirit-Pokémon. Ja. Genau wie es bei mir im Grunde hier Incineroar ist. Schlimm ist, die ganze Zeit war im Grunde Logok mein Lieblings-Pokémon. Mittlerweile bin ich mir nicht mehr sicher. Das hatte ich aber auch. Weil ohne Scheiß, Incineroar ist basically mein Spirit-Animal. Es ist Wrestling, Feuer und es ist eine Katze. Also alles perfekt in einem. Und dann ist es auch noch halt einer, der auf Böse tut, also edgy ist. Und in Wirklichkeit ist er voll beliebt bei den Kids. Ja. Und bei Boxern ohne Recovery. Der ist richtig, er liebt es, er ist halt ein Kinderliebhaber. Er kümmert sich gerne um die, passt perfekt zu dir, du softer, du, du. Hat die Fresse. Du bist voll das Soft-Eis. Hat die Fresse, du Spacken, ey. Du Lachsbrötchen. Schnell durch die Zunde weg. Achso, du magst lieber Dirty Talk, alles klar, du Bitch. Mach Content. Mach Content. Was? Achtung, wie wir also geschrieben, was das für eine Anfrage an mich weiterleiten und so, das war ich richtig nervös. Warum? Als wenn ich irgendwas Böses von dir will. Weißt du, ich brauche einen persönlichen Hitman, dann soll das jemand umbringen. Oh Gott, Shero, hast du geheilt gekriegt oder war das mit dir? Vielen Dank für die Bits, mein Dude. Ich meine, es ist Anfang des Monats, also. Ach ja. Na ja. Ja, ja, schon klar. Na ja, schon klar. Was ist das Ding eigentlich, wo ich mich hier anschleiche? Guck mal, das Schmetterling. Schmetterling? Schmetterling. Ja, kommt zu spät. Wacht doch gleich. Deutsche Sprache ist voll aggressiv. Ja, wenn man es wie Hitler ausspricht, der einfach eine Zange an seinen Eiern hat, würde es auch, würde auch alles aggressiv klingen. Ich finde, die hätten noch mehr Sachen machen, also best auf deutsche Sprache und dann einfach wirklich nur Rapid Fire, nur deutsche, also deutsche Sprache und solche Sachen wie Strohhalm. Was ich jetzt. Oder Batterie. Batterie, ey, Alter, auch so ein Wort. Panzer! Smile! Panzer Raust! Sadistic! Surprise! Service! Schwerer Panzer-Talerie-Geschütz! Schwerer Panzer-Geschütz! Schwerer Panzer-Geschütz! ich war jetzt aus nichts. Habe mir was zu essen gemacht, das hat wie ich was dazu machen. Ich finde, ich finde den letzten, wo er dann wirklich extrem durchdreht, und er einfach so Rindfleisch-Etikettierung zu was auch immer dann da ähm sagt und dann man merkt so richtig der Typ kann doch nicht so lange durchhalten. Also mit dem, habe ich das jetzt richtig verstanden, mit dem Bootfahren ist eine Abkürzung? Mit dem so ziemlich langsamsten Transportmittel überhaupt, sich fortbewegen, ist die Abkürzung. Der Weg ist das Ziel. Das Ziel ist das Weg. Holp Popo macht Wum Wum. Ich finde es geil, dass ich hier so quasi Gatling-Kanonen habe. Immer wieder, dass ich diesen Leuten nicht entfolge. Kaum droppen, Pokémon News, erst mal sechs Videos über diesen einen Trailer machen. Erst mal schön melken, die Scheiße. Und dann habe ich noch was rausgekommen. Ja, das ist halt wirklich so. Wir analysieren einfach mal alles Mögliche von wegen, ja, das könnte ja noch drin sein. Oder was, habt ihr diesen einen Pixel gesehen, der hat sich komisch bewegt und so weiter und so fort. Dann halt das neue Gimmick so nochmal komplett drüber philosophieren. Zum Motto, Pikachu ist in Wirklichkeit ein Stand. Dann ein Reaction-Video drauf machen. Dann, äh, dann ein, äh, Video schreiben, wo man halt, äh, Leaks, die bereits existiert sind, äh, existiert haben. Die dann, äh, halt, ähm, disproven werden. Und so weiter und so fort. Und so, boah, du fucking, ah. Aber du hast halt auf einen so ein Video geklickt. Ich folge dem Typen, ja, weil er damals guten Content gemacht hat. Ach so. Aber mittlerweile melkt ja einfach jede neue Pokémon-Edition oder jedes News einer neuen Pokémon-Edition wie die Crew. Und dann kommt meine, äh, Reaction auf meine Reaction zu dem Video. Boah. Nee, da kommt, nein, da kommt eine Reaction auf eine Reaction von meinem Video. Hab ich das nicht gerade gesagt? Nee, du, dachtest, du, dachtest, du meintest, dass er auf sein eigenes Video reaktet. Ach so, äh, ja, eigentlich schon. Oder du reagierst auf jemanden, der auf dein altes Video reagiert. Genau, das meinte ich. Hello. Ah. Ist levelig, bist du dann, by the way, ein Bug auslösen? Wait, what? What? Ja, schön. So, das längste Level der Welt. Das Eis-Level, das Schnee-Level. Wo man nachher nur noch hört, get on up. Get on, baby. Get on. Get on, Sina. Get on. By the way, kennt ihr das auch? Ihr habt ein Argument mit jemandem und, ne, ihr liefert gute Argumente und dann macht euer Gegenüber das hier. Wir alle know that feel, right? Ich, ich lach nichts, aber ich rade, ich kenne sie vor meiner Meinung, aaaaaaah. Ne, ich meinte eher den Sound, den er dabei macht. Ja, aber denk doch mal an die Delphi. Ja, stell dir mal vor, du hast gerade ein Argument und alles, was du nur noch... Mensch, Flipper, mit dir kann man nichts diskutieren. Ui, 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 ui. Du wiederholst dich, Flipper. Du wiederholst dich, Flipper. Du musst dich jetzt umbringen, Flipper. Das ist deine Antwort auf alles. Das ist meine Antwort auf alles. Oh boy. Man, es klingt auch nur geringfügig wie Kackloin mit seiner Kirsche. Aber ich bin jetzt ehrlich, der Typ hatte schlagfertige Argumente, also... Nicht wahr. Ja Holy shit, that's some weird, that's some detail er muss ein schneemann bauen er seht ihr da jetzt kommt der plot langsam der plot fügt sich langsam zusammen ihr schafft es einfach nicht also bislang hat man auch im moment noch keiner wirklich mal zusammengefasst was das ganze hier bedeutet und ich bin immer noch der festen meinung das ganze hat schlicht und ergreifend die gesamte bedeutung das ist alles gar kein sein können wir nicht lieber bei i wonder how i wonder why bleiben das ist auch ein zementer baum da muss man menge aushalten mit den ganzen würden dagegen kommen müssen. Shadow, aber du bist auch jemand aus, äh, der könnte aus Limonaden, äh, aus Limonade Zitronen machen. Ja. Rückblickend betrachtet. Ich frage mich, wenn, wenn der Lemontür einbetoniert wird, ne? Sind denn die Zitronen, sind denn die Zitronen automatische Steinfrüchte? Was? Sie hat versucht, witzig zu sein, reagier entsprechend. Ah, also wie ich heute den ganzen Tag. Warte. Ich fand den witzig. Boah, scheiße, ich brauch das wirklich mal. Äh. Grillenzierten, enttäuschte Eltern. Enttäuschte Eltern! Danke, hab ich schon. Nein, okay. Ach, stimmt. Dass ich den noch nicht auf meinem Soundboard hatte, das, 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 das wundert mich einfach. Wow. Nativ brauchst du noch so einen Pfeil mit so einem vereinzelten, verlegenen Huster. Runter von der Bühne! Ja. Buh, du stink! So. Ich bin gewappnet. Ähm. Ja, ich bin gewappnet, sobald wir wieder versuchen, Witze zu machen. Was heißt hier versuchen? Ich mache Witze! Oh, der ist gut! Motivier's ihn nicht! Motivier's ihn nicht! Ah. Ich mag das. Das ist nicht. Das ist nicht. Immer wenn ich Schneemänner, wie die Schneemänner in Spiel spielen sehe, muss ich an dieses, äh, an diesen Stilpunkt in Rayman 3, äh, Rayman, äh, Rayjack 3 denken. Du bist so gehasst. Oder auf Quarks Planeten, nach diesem Schneemann zerstören muss. Ja. Weil du nie eine Ahnung hast, wie du da hin sollst. Ich weiß es mittlerweile mehr oder nicht mehr. Du musst einfach an diese Wand springen, ohne einen Doppelsprung zu machen. Und dann kannst du dich per Walljump da, äh, an dieser Ecke hoch, äh, jumpen. Trotzdem bist du auf der Plattform mit dem Typen. Ja, der hat halt immer gedacht, ja, ich musste halt mit, äh, mit Clank halt so dranschweben oder so. Oder mit dem Doppelsprung, weil ich sonst ja die Distanz nicht schaffe. Nee. Das kriegen wir nützlich. Wir kommen zurück. Es ist einfach nicht erlaubt, ähm, zu Doppelspringen. Obwohl dein Instinkt dir sagt, you have to double jump. Ja. Ist schlimm, gegen seinen, äh, gegen seinen Jump'n-Warn-Instinkt zu gehen. Aber wenn du einen Double-Jump hast, dann benutzt du diesen fucking Double-Jump. Ja, eben. Ständig und immer. Wenn ich, wenn ich Double-Jump'n könnte, hoi. 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 Dann würdest du zehn Zentimeter, statt noch fünf Zentimeter in die Luft kommen. Richtig. Unerreichte Möglichkeiten. Aber es geht ja, es geht ja nicht um die Höhe, sondern um die Distanz, die ich dadurch machen könnte. Dann könnte ich ja nämlich Athlet werden, dann könnte ich nämlich, äh, könnte ich nämlich Weitsprung machen bei der Olympia. Dann würde ich nämlich, ähm, weiterkommen mit allen anderen, weil ich einfach doppelt so weit springe kann. Und alle, denen immer so gemacht hätte. Ja, weil du Doppel-Jump'n kannst, heißt das nicht, dass du automatisch fit bist. Das heißt nur, dass du, äh, sehr, sehr, ähm... Ähm. Wie üdrück' ich's am besten aus? Bescheiden hinterher hängst. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Oh nein. Oh nein. Wirklich Brüller oder wirklich einfach nur Grund-Hurin-Schlecht-Erdkern? Ja. Das ist beides. Alles klar, für Klamour. Du spielst jetzt in eine Sitcom mit? Ja. Oder ist dann so der grumpige Opa, der in meiner Zeitung ist? Serie heißt Hunde von meinem Gras und Spoiler kann er sichern Skript. Das klingt wie eine Gruppe von manischen Leuten einfach. Ich hab mir immer so gedacht, wie kriegen die diese Sitcom-Lachen hin? Da haben sie wahrscheinlich einfach nur so ein Publikum gehabt, das irgendwie die Sache gekriegt hat. Ja, sie gucken jetzt einen Clip. Und dann haben sie einfach ganz langsam Lachgas zu den Raum geflutet, bis sie irgendwann nicht mehr aufhören konnten. Anders kann ich mir das nicht erklären. Ich sitze da einfach aus, die Funnel einfach später oben waren, wenn sie viel gelacht haben. Wahrscheinlich. Was gut ist, danach können wir die Zahn dazu reinlassen. Release the dentist. Release the dentist. Oh, 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 der Zahn sieht nicht gut aus. Das macht erst mal ein Tausender. Ich hab nicht Ja gesagt. Ich hab keine Ahnung, was der gerade gesagt hat, aber es wird Plot relevant gewesen sein. Der große Kleinlinge-Plot, ne? Also, ich sag's euch. Der große Kleinlinge-Plot? Ja. Ach ja, du warst ja noch gar nicht da, als ich das beschrieben hab. Äh, ich bin der festen Vermutung, dass alles, was die Kleinlinge sagen im Spiel, also jeder einzelne von ihnen, dass das einen festen Zusammenhang hat und am Ende in den kompletten Plot zusammenläuft. Alle nehmen Ecstasy? Ja. Hast du auf jeden Fall das jetzt die Doomhouses? Andy, kannst du mir einen Gefallen tun? Ja. Oder willst? Kannst du diesen Knopf gleich einmal drücken, wenn, äh, nachdem ich meinen Satz beendet hab? Moment, ähm. Frag, das hättest du mir gesagt sollen, bevor ich das, äh, zugemacht hab. Ich dachte, du sagst mir jetzt, äh, kannst mal aufhören, das zu machen, weil du nicht richtig bist. Lol. Äh. Ich muss doch meinen Joghurt aufbissen. Oh, Joghurt aufbissen, ja. Das ist ein Plot-Character. Oh, weißt du, dass ich Joghurt ist? Ja, okay, ist wieder offen, ja? Okay. Bist du bereit? Mhm. Senfgurken. Mann, oh. Ja, warte. Spielverderber. Nur Senfgurken. Auch noch mit so'n Hamsters Face. Bei Wibi ist es witzig, oder was? Die Leute sind einfach nur froh, dass sie nicht ne Stunde lang geredet hat. Ey, mir hören die Leute wenigstens zu dir für den Bezum-Gegensatz zu dir. Lol. Lol. Ja, dieser eine Typ, ja. Ja, dieser eine Typ ist der Ha-Ha-Ha-Ha-Ha-Ha. Einfach so abseits von allem bisschen Spaß hat. Ich rastet einfach komplett außen zu sein. Right away, wir sind immer noch in einer Abkürzung. Ne, das ist ein anderes Level tatsächlich. Das ist hier ein Gipfel über den Wolken. Aber das ist die längste Abkürzung, die längste Praline der Scheiße. Hey, den krassen Diss habe ich. Da gibt's doch die Schwarzen. War einer der ersten Songs, die ich auch meine Dinge gemacht habe. Die Schwarzen. Die Brand kenne ich nicht. Oh しö, ich konnte mal löse Level gucken. Angel Indy hat bereits Angst aus dem Zopf und das weiß bloß keiner. Nee, mir fehlt noch vieles, aber ich komme meistens nicht darauf, was mir noch alles fehlt. Oh, oh, brauchst du Hilfe dabei? Das kann ich gut. Suchst du danach explizit englischen Sachen oder auch deutschen? Ja, alles mögliche. Ja gut, was haben wir als deutsches Gros zum Lachen? Ja, ja. Wie wir sind tätig und politisch auch. Ich habe was richtig Gutes, ein deutsches Moment. Ich muss hier gerade auf der Liste mal durchgucken, wo es ist. Da. Das ist das lustigste Deutsche, was ich auf meinem Soundtrack habe. Telefon-Mast! Ja, verständlich. Telefon-Mast! Oder? Oder? Ah, ein Trepple! Oh. Ja, wir Deutschen machen nicht nur schlechtes Zeug. Sonst sind das deutsches hier? Manchmal sind das auch einfach nur so eine Random Quotes, die du aus irgendwelchen Kinderserien rausschneidest. Ja, genau, wie der hier. Jahuza, meine Freunde! Jahuza! Du könntest auch, du könntest auch etwas aus jedem Löwenzahn-YouTube-Cup rausschneiden. Ich würde es witzig finden. Ich glaube das einzige, was ich mir runterladen würde, wäre GUMMI GUMMI GUMMI. Du könntest doch alles reinpacken. Hauptsache es ist so rückwärts abgespielt. Ja, die habe ich schon wieder rausgenommen. By the way, was für Musik hast du da eigentlich gerade? Wadawada! Schade, ist schon wieder vorbei. Ja, man muss irgendwie vor Glowbox ankommen, glaube ich. Also hast du zwar kackt. Ja, das ist ein bisschen tricky. Also brauchst du richtig Musik dafür. Ich mag ja persönlich die Tyrant-Version davon lieber. Tyrant-Version? Ja, jemand hat für Resident Evil 2 eine Version gemacht davon. Hm. Gotta hide fast. Ja, Michel Vaillon oder hier... Oh Gott. Du musst der Beste sein! Passt auch ziemlich gut. Oder halt wieder Klassiker. Das Schlimme ist, es passt leider auch gut. Ich sehe schon, Andy hartet wieder hart daran, dass das Video nicht werbefreundlich ist. Ja, das ist... Ich meine, ich wollte eigentlich den Stream in seiner ganzen Glory hochladen, aber... Ich sag mal so, ich habe, wie ich vorhin schon gesagt habe, mich stört das nicht. Aber es kommt wahrscheinlich sowieso wieder irgend so ein indonesischer Hurensohn daher und... Ja, claimt mein Video und sperrt es weltweit. Das kannst du doch nicht sagen, Indonesisches, das kann kein Mensch schreiben. Das, was ich da vorgestern gelesen habe, das kann auch kein Mensch lesen. Ich musste erst mal Kiex fragen und die hat dann gesagt, das ist vietnamesisch. Wir helfen, Alpha-Telefon nutzen. Genau keine Ahnung, was das ist. Ich kann ja schon mal gucken, äh, Videos. Wenn ich jetzt auf deine Videos gucke, hat Twitch schon irgendwas hier? Wortmutes. Nö, noch ist alles blau. Ja, aber du weißt doch, YouTube ist da ein bisschen aggressiver. Ja, das ist alles klar. Aber, ja, die Sache ist, wie viele Leute gucken das dann bei dir auf YouTube? Gute Frage. Nicht viele. Aktuell, die abonnieren sie ja alle nur. Wir gucken, wir gucken nochmal, wie viel hat denn dein, äh, Best of my Dingen. Noch nicht viel. Ach, ist E3 gerade? Echt schon? Glaube, ja. Läuft die gerade schon? Weil ich sehe hier nämlich schon, äh, ganz viele Trailer gerade dann auch poppen. Oh, hä? PlayStation-Trailer. Äh, warte mal, E3-Festival, 11. Juni bis 14. Hm, okay, dann haut Sony einfach so generell Sachen raus. Na gut. Ach nicht? Die fangen ja eh schon rei und lange vorher an, Hype zu machen. 340 Leute habe ich bisher Shoshman Live Best of my angeguckt. Naja, basically, ich recycle mein Content. Also, dass da nicht die Leute Hype-Shit drüber gehen, wundert mich nicht. Wie kannst du das? Ja, ist doch so. Ich hoffe, das Essen ist bald fertig. Wir machen heute selbstgemachte Zerger. Was? Was, Hate Hunter? Hä? Kannst du bitte genau da, so wie Hate Hunter es geschrieben hat, vorlesen? Warte. Warte. Soll ich mal, soll ich machen? Wahrscheinlich, as the ut, sieht Andy, war das für die Presse. Ne, ich rate, Drifte. Ähm. Sorry, what, Mike? Ähm. Sorry, what, Mike? Ähm, easy. Ne, das hat man gemerkt, Hayter. Ach so. Ach so. Ach so. Halt mein Bier. Du hast da einen Edelstein vergessen. Ich weiß. Ich weiß. Sogar einen, der 100 Punkte wert ist. Einen roten. Einen roten. Boah, so wird das aber nichts mit den Highscores. Willst du Elite sein oder nicht? Willst du? Das 30 wert, Dippchen. 30 haben oder 30 nachholen? Das sind Millionen ohne Eindruck. In der Stadt. In der Gegend. Also Andy, eigentlich bräuchte ich nicht, dass solche Kinder natürlich zu passen und auskanschen. Was ist das denn? Holy shit. Extrem peitsche einfach. Andy dachte sich auch nur so. Rapido. Mach verdammt auch mal endlich Content. Du bist voll dieser Typ aus dem Anime, der mit seiner Waffe einfach 10 auf den Hauptorganisten schlägt. Andy braucht glaube ich eine Peitschenknarre. Also eine Knarre an einer Peitsche oder wie? Blake aus Ruby. Ich fand die Waffe so bescheuert. Das war sogar eine der Waffen, wo ich wirklich gedacht habe, nee, komm. Also eine Pistole an einer Peitsche dran zu machen, war nicht so. Nicht so doll. Bei allen anderen Sachen habe ich noch irgendwo verstehen können, wie der Triggermechanismus funktionieren soll. Aber bei einer Pistole an einer Peitsche? Äh. Damit der Andy Ruhe hat. Aua! Boah, weißt du eigentlich, was du noch bräuchtest, Andy? Hm. Von sieben Zwerge, dieses Schach! Oh Gott! Hehehehe! Oh, sie hat genau den Zwergmeffekt. Ich finde, da finde ich den neutralen, äh, Peitschezaun sogar besser. Das ist einfach so schön. Da kannst du immer sagen so, wenn irgendwas so... Geht doch jetzt nicht. Das muss anders laufen. Wir müssen das! Das muss anders laufen! Dürfen wir beide aber mal kurz anmerken, dass der seinem Kollegen gerade die Waffe weggenommen hat und ihn dann Headshot gezogen hat. Der weiß wie das Leben nutzt. Alter. Er ist in Gangster Level 10. Jesus Christ. Kurzer Tipp an alle im Chat. Macht das nicht bei euren Freunden, das ist nicht gesund. Echt mal. Nachher dreht er sich um und zieht euch einen Headshot. Nein, das ist auch keine Höflichkeitsfloskel. Egal, was die Leute euch sagen. Höflichkeitsfloskel. Ja, danke, danke! Ey, dieser eine immer! What the fuck? Das ist so, hier Sklari. Die können einfach nicht mehr anders. Wie gesagt, wenn du zu viel Lachgas schnupperst, dann kannst du dich wirklich nicht mehr verportieren. Das ist also Bibis Geheimnis. Oh, Horschi, das kannst du gerne machen. Aber mach so, dass es keiner mitkriegt. Hä? Lachgas? Ne, ne. Ihren Freunden schießen. Ja, doch. Weitsche! Du meinst ihren Freund? Ich muss Elvis anrufen. Er muss Elvis anrufen, das heißt... Oh Gott. Der Kerl hat also Connections zur Vergangenheit. Das ändert jetzt den Flott generell. Scheiße. Aber mit Joghurt. Warum wollt ihr ständig mal einen Joghurt? Ja, der hat bestimmt eine... Joghurt-betriebene Zeitmaschine. Flott. Ich erhalte Meldung über eine Motteninversion in den Belüftungsstift. Captain Feuerbach, bitte am Empfang melden. Ich wiederhole... Captain Feuerbach, bitte am Empfang melden. Wenn ich mir so die Kommentare unter diesen Sitcom-Lachen-Videos angucke... Der Disney-Channel jetzt! Alle zwei sich grün. Das ist... Das ist mein favorite Charakter aus Big Bang Theory. Oh, wow. Oh, wow. Remake Star was great again. I like that one part where everyone laughed. Das ist genau wie wenn du hier beim Yakuza Zero Soundtrack die Kommentare durchliest. Die Leute haben so viel Spaß in den Kommentaren einfach. Zum Beispiel bei dem Track hier, wo man das allererste Mal quasi in so einem... Ich sag jetzt mal Dungeon ist. Also hier diesen... Level. Da... Hat man auch nur als Kommentar geschrieben... Japanese guy quitting his job.mp3 Yo! Ich bin kurz weg, Leute. Es gibt... äh... Burgers. Burgers? Ja. Alter! Ich bin gleich wieder. I want burger. You want some burger? You give me burger. Oh Gott, du darfst nicht borken. Burger? Oh shit. Wir werden dem... Alle... Can Andy has burger? Can Andy has burger? Can Andy has burger? Andy will was borken? Und der Glorox ist so horny. Ich meine, der Typ ist so horny. Ist das deine professionelle Aussage? Ich meine... Ich sag mal so... Glorox ist mittlerweile so der... Wie jeder Anime-Otaku heutzutage ist. Wenn er seine 2D-Waifu irgendwo sehen würde, der würde auch voll drauf abgehen. Ah, da kennst du dich aus. Nein. Jahusa. Hm. Hast du denn mittlerweile einen Fotofilber für deine... Jahusa! Das ist so bescheuert. Genau. Gib burgers, please. Gib Burg... Ja... Gib Burg, please. Hab nur Steak. Donate now to get Burg. Ja. Hab mein Steak. Du hast da. Ja. Oh, da. Du bist Erwin. Du bist so bescheuert. Du bist so bescheuert. Du bist so bescheuert. Du bist so bescheuert. das ist wie dieses 2008 mit der katze kann i has cheeseburger deshalb mal referenziert das referenz ich ja gerade das bringt mir ein hübscher burg wenn man das scheiße schmeckt aber wenn das diese gegner total dämlich bin ich wenn ich ein burger vor mir sehr das ist total unrealistisch schwarzer der gipfel der 3d schöpfung ich muss los es macht für seine fünf stunden satt aber wirklich erfüllend ist das essen also ich habe gerade selbst gemacht und er hat mir joghurt gespachtelt ich bin satt ja wir haben drei straßenleute so entspannt weil er aus einem frischen umfeld verkauft wird ja könnte ich mir eigentlich auch holen ist auch wenn mir so gegenüber für all diese woche straßenleute ist auch so einer zu gesund richtig und richtig wir verstehen uns wenn ich ordentlich zucker drin ist dann hier sieht er zucker ei zucker ei zucker ei ja doch wenn du wieder versuchst macht drückliche entnerven zu sein darf ich klang darf ich klang darf ich klang nochmal das müsste ich eigentlich drauf machen nochmal ist eigentlich cool müsste eigentlich drauf ich bin da wer noch fehlt und ich beißte den kopf ab das waren eigentlich so die ikonischsten ja das ist genau richtig angel da wird jetzt ruhig den eigenen kopf abzubeißen i used to have cheeseburger damn water days mensch der hat sich gerade einfach selber erschossen that's nice das ist ja natürlich auch ganz wichtig hier wenn wir wieder so einen klugscheiß äh im stream haben der irgendwelche rechten sachen loslassen möchte hörschön von otto ne 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 oder beziehungsweise wenn irgendeiner was versucht zu erzählen da hab ich schon die konkrete Antwort drauf hm ah hm Moment kannste nicht abgespielt werden oh nein oh fuck oooh jetzt war ich gerade so gehyped und wollte wissen was du hast ja ich hatte hier von den ärzten ich hör dir nicht zu lass mich in ruhen ja kann ich akzeptieren aber otto ist otto ich hatte du weißt schon dass das angreifen halt die fresse ja also ich meine nur nicht dass du irgendwie ich weiß ja du bist farben blind aber halt die fresse man ist einfach noch ich betonen damit man in die ruhig stellen kann nein wir haben dich doch alle lieb shadow schlägt 2d waifus du hast ne waifu in dem spiel Andy ne klobox du stehst auf klobox das war doch die katze oder was klobox was war denn das nochmal da ist einer drin der geht auch in der aber so klobox nicht dieses blaue vieh oder ja aber das ist keine katze Dipschit. Ach Gott, was weiß denn ich? Du bist so ein Zuchti, der sein Leben damit verschwendet, auch nicht ich. Ja, sie. Und? Also, erklär mir, warum steht endlich auf dieses blaue Ding? Was weiß ich denn? Ah, Verzweiflung. Richtig. Alles wird rund. Ich glaub, was Holger meint, ist tatsächlich, wie Hushigad sagt, Big the Cat. Hm. Möglich. Ich glaub, vom IQ her haben die sich nicht viel gegeben. Die großen Sensibilität diesen Gottes, bitte, wir sehen in seiner Gegenwart nicht zu zählen. Oder die ich zu zählen. Klobox, jetzt muss ich mir das wie nochmal angucken, das ist so lang her. Erfrosch. 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 Das können wir an halloween laufen lassen, um Kinder zu erschrecken, die es nicht verstehen. Ah, der Opening Sound von Megalovania, nice. Oh Gott. Weiß noch, woher hab ich doch gesehen. Bei dem Dampf hier muss man richtig aufpassen. Der chipt dir schneller Leben weg, als du gucken kannst. Aus irgendeinem Grund hat dieser Dampf keinerlei Invincibility Frames. Macht auch Sinn. Ja, du wirst einfach gekocht. Das macht halt nur im Gesamtbild nicht Sinn, weil halt diese Mechanik nur in dem einen Mal auftaucht. Aber ja. Er hat seine Socken verliehen. So, jetzt kann ich dem Plot auch nicht mehr folgen. Jetzt wird es langsam schwierig. Vielleicht sind die Socken symbolisch gemeint. Oder aus Stoff. Oder aus Stoff. Oder aus Stoff. Oder aus Stoff. Dann ist er vielleicht auch noch nicht da. Ja, da sagte er, da hat er gerade keine. Well, come on, Asgottinize. Das Wetter ist schon voll auf den Schädel, ey. Ich hab grad voll die Kopfschmerzen eigentlich. Ich bin einfach müde. Also hätte ich nicht gesagt, ich zieh das heute durch. Hätte ich jetzt gesagt so, Alter, sorry. I cannot. Ja, Leute, heute ist auch so ein Eintags-Dropdown. Ja, bei uns ist es richtig kühl gerade. Bei uns nicht so. Oh Gott, der wächst heute Nacht. Na, heute Nacht nicht mal. Ich wünschte, der wär heute Nacht gewesen. Zwischendrin hat's mal angefangen, ein bisschen zu wehen. Dann hast du richtig gemerkt, die Temperatur runterballert und hast noch dieses rückwärtige Treibhausklima gehabt. Shiro, das ist nur dieses kurze Stück. Weil es gibt das Meme, das du praktisch halt ... ... ... ... ... überall irgendwie einsetzt. Von wegen, du kannst dieses Meme nicht erwarten, weil es einfach überall sein könnte. Und... ... ... da dachte ich mir einfach so, wie könnte man dieses Meme noch ein bisschen bescheuerter machen? Oder noch unzufriedenstellender machen? Richtig, indem man einfach die letzte Note weg nimmt. Sodass es einfach didedid ist. Weißt du, wie es richtig geil klingen würde? Wenn es in dem Klingelton wäre, wie bei einem alten Nokia. Wir klingen nicht mega logänisch, aber jetzt muss ich auch in der Mitte abgehen. Das ist echt eine gute Frage. Das ist recht kühl unter 20 Grad bei uns auch. Das Problem ist, wir hatten gestern an die 30 Grad. Und mein Kreislauf dreht sich gerade im Kreis. Deswegen, also, bei mir draußen ist bewölkt as fuck. Und wenn es nur bewölkt wäre, aber es ist auch ziemlich kühl. Also ich glaube, wir haben irgendwie nur, ich weiß nicht, 10, nein nicht 10 Grad, aber... Oh Gott, schön hier aus. Ich glaube so 18, nicht mal 18 Grad haben wir hier bestimmt. Ich fand das heute lustig. Ich habe heute Morgen einfach um 6 Uhr direkt schon den Fenster aufgerissen, weil draußen eben nur eine angenehme 15. da oder so waren. Und mittlerweile sind wir wahrscheinlich schon wieder 12, 20 oder 22 Minuten. Ja, heute wieder alles. Ich war es dann halt wunderschön kalt bei mir im Zimmer. Dann mache ich die Tür auf und gehe, komme in unseren Wohnungsflur. Und schau, dass ich wurde von einer Wand aus Hitze erschlagen. Das habe ich manchmal, wenn ich zu Käse in den Raum gehe. Das ist auch manchmal so richtig... Das macht nie Fenster auf bei sich. Die? Und ich sagte dann immer zu dir, mach doch mal Fenster auf, Mensch. Das will ich. Den Müffeln nicht mehr, aber... Okay. Aber Envy, nur Jungs müffeln. Mädchen riechen nach Erdbeerpups. Nach Schmetterling. Ja, das sind ja Erdbeerpupse. Achso. Das haben wir auch nie in Schmetterling gegessen. Das ist doch nicht, nein. Muss ich mal nachholen. Ich bin einfach fucking müde und deshalb Screaming am letzten Tag auch gemacht. Weil ich habe irgendwie dann so nur die Energie von 6 bis 12 Uhr irgendwie aktiv war zu machen. Das ist dann halt durch einen Scream in Fast Forward durchgucken. Übrigens, erhol deine Stimme auf, das ist ja fast forward, klingt auch sehr interessant. Echt? Das muss man sagen. Na, kann ich jetzt nicht abspielen, aber... Aber war ich ja fast forward, also ich bin annähernd in normaler Geschwindigkeit dann. Ja, so hat Peck. Ne, weil ich hatte dann einen Isaacs-Stream, wo wir uns über nackte Kinder verhalten haben. Und ja, deine Stimme war dann halt sehr interessant zu hören im Fast Forward. So, die letzte Macht zählt als Beirut an sich, zählt das als Boss. Frag mir nicht warum. Mit der Beschissen täuschen. Wir reden gerade von erotischen Abenteuern mit nackten Kindern im Keller und er denken an seinen Boss. Er geht gar nicht auf unsere Gefühle ein, Andy. Er ist der Boss, bravo. Ich hab Andy heute schon gelobt, das reicht. Für einen Monat. Was hast du? Bist du bescheuert? Er gewöhnt sich dran. Wofür? Dafür. Wofür? Dafür, fuck you. Er hat gesagt, dass ich bin süß. Ich bin... Das ist nicht der... Oh nein. Das ist derselbe Fehler, den man bei Vimy macht, wenn man sagt, deine Geschichten sind voll interessant. Erzähl mehr. Ja. Hab ich mal gemacht, da saß ich dann mit ihr und Auron in einem nachts in einem Korn und dann war auf einmal 3 Uhr morgens. Also, war jetzt nicht so schlimm. Nur 3 Uhr morgens und selber nicht viel zu erzählen gehabt. Naja, ich hab um 10 Uhr, hab ich gesagt, erzähl nochmal deine... Wie war das nochmal mit deinem Aussuch? Nur für die Stunden? Hat sie getrunken? Waschgeweise schafft sie einen Tag. Und ja, sowas sag ich auch, wenn sie da ist. Naja, sie ist ja nicht wirklich da. Naja, nur falls die Leute sich fragen, sagt ihr das auch, wenn sie da ist? Naja, das hält sie aber trotzdem nicht ab. Oh Gott, vielleicht springt sie gerade im Korn, äh, hat jetzt gerade den Burger-Ending und lacht sich vielleicht ab, weil ich ihr da, weil ich das nämlich gerade rausdeute. Und dann fliegt ihr gerade die Soße aus im Mund und sie sagt jetzt gerade, Mann, Andy! Helft uns gleich, der Burger aus, der Master. Also, falls hier künstlerisch talentierte Leute da sind, die auf diese Vorstellung gerne künstlerisch verpassen. Können wir das bitte so machen, dass Vivi gerade ein Burger ist und kennt ihr die Szene aus, die Unglaublich 2, wo, ähm, Violetta gerade das Wasser aus ihrer Nase so, ähm, mit Hochdruck rausmacht. Und das möchte ich bitte mit einer Käsescheibe aus Vivis Nase durch anziehen. Sie schreddert es einfach zu Chatter. Oh mein Gott, ich fühle mich so richtig wild. Oder wir nehmen das immer noch mit Soße und aus der einen Nasen, aus der einen Nasen, aus der einen Nasen, doch mit Ketchup aus dem anderen so mit Sinn. Oder, äh, wahlweise noch mit einem Getränk, äh, als Strohhalm in der Nase mittendrin. Aus einem kommt Soße aus dem anderen Cola. Du siehst in dieser ekelhafte Spender irgendwo die Leute immer die Colas rausfauen. Ja, die Koalas, genau. Ah, ich kenne die Koalas. Grüß nämlich. Und schmecken nach Hustenbonbon. Ähm, okay. Das war eine interessante Anstellung. Ja, ne? Das sah witzig aus. Also, das ist aber auch echt fies, wie schnell das geht. Fast so, als wäre es irgendwie um Spiele angepasst, so ein bisschen. Ist es wirklich? Es sah jetzt aus, als ob es schneller geht als du. Also, es hat irgendwie so seine eigene Geschwindigkeit. Oder es witzig trotzdem irgendwie immer deiner Geschwindigkeit reinzupassen. Ganz merkwürdiges System. Also, du magst keinen Hinweis, Your Shadow? Habe ich das so richtig jetzt interpretiert? Hm, bin ich so der Fan von. Ich brudel vor allem viel zu viel. Brudel? Yeah, long story. Beziehungsweise bescheuerte Story. Wir haben bei uns, äh, gibt es so, wir machen so selbstgemachte Limonaden. Und die machen wir mit Sirop halt. Ja, wir machen das halt mit Sirop. Und, äh, die dunklen Sirups, die, wenn du die mit Sprudel hast, die... ...bubbeln so unglaublich stark, dass du das immer schon abschöpfen musst. Aber die Hellen, da kannst du machen, was du willst. Das bubbelt einfach nicht. Oh Gott, ey. Oh, Andy hätte nie sagen dürfen, dass er so müde ist. Alter. Oh, ich glaube, das ist einfach mein Kreislauf, der mir gerade die Keule gibt. So richtig diese Nackenkeule. Es ist halt Mord, weil ich nicht so ein Geister rief. Oh, hm. Bei der Macht des Zepters uns verarmen, O Lettis, Herr der Nacht und Quater der Knarren, erscheine und verleihe mir deine Macht. Genau, trinken. Äh, hab ja nix hier. Kaffee habe ich ja nicht. Hast du keinen Kaffee-Spawn, oder? Kaffee-Spawn. Naja, ich habe jetzt nur noch eine Welt vor mir. Das schaffen wir jetzt auch noch. Oh, der Endboss hat er immer gemacht und dann nie wieder. Der Endboss ist ultra lang. Das muss ich auch sagen. Der Endboss hat so eine zu viele Phasen. Eine zu viele. Ja, es ist halt so die eine Phase zu viel, könnte man sagen. Mal eine Frage. Ja. Als du damals Rayman 3 aufgenommen hast, ne? Ja. Weißt du noch ungefähr, über wie viele Teile hinweg du das Programm aufgenommen hast? The fuck I know. Das ist viel zu lange her. Oder hast du das auch an einem Tag einfach rausgekommen? Nein, nein, nein. Ich habe bei dem Magier aber das Gefühl, der sagt LOL. Ein Gruppel. Die hat AST, schlachte die Sau. Ne, warte mal. AST. Kannst du auch. Was für ein AST. Er ist weggerannt und holt sich AST, oder? Wahrscheinlich. Hm. Oh wow, Rayman 3. Was ist daran so wow? Ich meine, I like it, ich mag das Spiel. Hab da mal wieder Bock drauf. Es gibt doch einen, der so spielt. Aha, wow. There is someone. In der Richtung, aber. I wonder how, I wonder why. Da, 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 da. Boah, Alter, diese Kopfschmerzigkeit haben, ne? Alter, das ist nicht mehr feierlich. Na ja, kann ich nachvollziehen. Und das nur wegen diesem Wetter hin und her. Wenn du da noch Oak-Äpfel hast, die vor sich her vibrieren, das ist ein Fest. Ne, das habe ich nicht. Meine sind fest in meinem Schädel drin. Leg dir grün Stahl zu, macht Spaß. Ne, will ich nicht, kannst du mal halten. Ne, ernsthaft, ich bestehe darauf, dass du ihn nimmst. Nein, will ich nichts, ja. Hm, da will man mal was schenken. Der Kerl muss auch, hat auch nichts. Mensch. Ziemlich durchsichtiger Plot auf einmal. Hey Kinder, wollt ihr Osteropyrose? Shit, ich hätte fast alle Käfige. Zum Beispiel, um mich zu erinnern, die letzte Welt ist jetzt noch nicht so lang. Na ja, das halte ich schon mal hier aus. Aber ich mache halt nicht noch irgendwas extra, also, ne. Wir machen heute nur Rayman. Morgen wird es wahrscheinlich dann leider auch, äh, habe ich morgen wahrscheinlich leider keine Zeit. Wo ich morgen noch frei habe. Das ist ein bisschen doof. Äh? Ja. Grüfe. Scheiße. Alter. Aber was hältst du denn vor? Dinge. Kannst du den jetzt mal treffen? Nein. Grüfe. Hallo. Fuck. 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 Die Soundeffekte in dem Spiel sind aber auch irgendwo einzigartig. Hey! das auch das wäre eigentlich ja das wäre ein Nasen, gut LOL lol hä what the fuck is going on here lol da muss irgendwas mit meiner totalen legalen Gamecube los sein, wink wink diese Gamecube existiert die nur in ihrem Kopf? ja jetzt gerade ja was hat der Schuh dir angetan? er hat dumm vor mir weg also ein Rollschuh Fahrschuh ja sowohl ein bisschen bis das getroffen hat ok der Kerl muss sein Pony streicheln hm hink interessant ich sag ja der Plot wird immer interessanter hm also wir haben Leute die Schneemänner bauen einer kriegt kalte Füße und der andere will seinen Pony streicheln hm ja ja bislang hat mir immer noch niemand im Chat gesagt äh ne wie der Zusammenhang des Ganzen ist das lässt mich einfach glauben dass ich denn so der Einzige bin der sich darüber Gedanken macht der hier das gesamte das Gesamtbild sieht das kann ja wohl nicht wahr sein ich glaub ich hab den großen Zusammenhang bereits gefunden na die haben alle luck gesoffen ich muss los eine Rakete starten er muss eine Rakete starten also ja sag ich doch die haben alle luck gesoffen ja das ist sogar das ist sogar zu still Shit siehste mal bedroh der Andy ist wieder da immer immer dieses wunderschöne Timing also man kommt so ganz zufällig in die Küche so äh ich wollte mir mal gerade mein Eistier holen und dann wird man halt direkt mal so die typischen Fragen des Lebens gefragt mein liebes Kind können wir mal kurz den Kühlschrank verschieben was wieso verbraucht er in einer anderen Ecke weniger Strom weil es irgendwie vom Schuh steht ne weil er äh weil er im Sonnenlicht steht und deswegen wird er jetzt automatisch wärmer oder mhm mhm ahja mhm na klar da ist das Fuji besser mhm mhm die Sachen die meine Mutter glaubt sind sowieso abzuhl schwachsinnig warum flüsterst du denn? ich weiß auch nicht hast du etwa Angst? wenn die da Blödsinn kann dich nicht hören nein wofür sollte ich denn Angst haben? ich bin ja schon ruhig Mutti hart und feucht kann dir nicht wehtun vorwicht? ja ja aber alt und bescheuert ich finde es schön dass er nicht darauf reagiert dass ich seine Mutter gerade alt und bescheuert genannt habe äh was? und ich bin geh ich glaub der Meinung muss manchmal selber und? los Andy Ehrenrettung verteidige deine Mutti jaaa in Verteidigungsmodus wow du bist richtig motiviert oh Reimman 3 das habe ich ja nicht mehr gesehen hey also hey Ryu das höre ich irgendwie heute häufig weißt du Leute tun irgendwie so ein bisschen so als wäre dieses Spiel irgendwie verboten worden in allen Ländern genau wie das eine Video von Reimman 5 war what the fuck wahrscheinlich fühlen sich Leute von Reimman hart getriggert weil man dagegen amputierte Witze macht weil der Typ keine Arme und Beine hat ich würd so warten ich würd so warten alter dieser Idioten ähm können wir äh können äh meinst du das sollten wir mal die alle Leute teilen alle 39 Leute die gerade bei Shadow im Stream sind 39 Leute da? ich weiß nicht ob's großartig was bringt wenn wir jetzt äh da drüber herziehen ich meine einfach nur vor der Firma warnen na gut ich weiß jetzt nicht wie viele aus der Gegend kommen die davon betroffen werden aber generell ich weiß ja nicht ob die Firma wo es verbreitet ist oder nicht aber äh falls ihr euch jemals mal äh fragen wollt ihr bei der Firma Abus anzufangen tut's nicht die schmeißen Leute einfach während ihres äh während ihres äh positiven Geruchs oder Aussehen raus ach so du siehst nicht nach dem aus was ich mir vorstelle Kündigung du riechst nicht so wie ich es mir vorstelle Kündigung ja genau so ja du machst gute Arbeit bist du mal pünktlich aber du riechst nicht gut du siehst nicht so aus wie ich es mir vorstelle weißt du aber in meiner Fantasie habe ich da so ein anderes Bild irgendwie mehr so Tilschweiger Tilschweiger no shit ich bin grad echt froh dass die letzte Welt an sich nicht so lang ist Tilschweiger Deshalb Leute, entweder esst ein Eis, trinkt, trinkt was, oder, äh, trinkt ein Eis, esst ein Wasser, esst ein Wasser. Wenn ihr darauf steht, äh, euch, äh, sadomasisch, äh, masochistisch, äh, seid, wenn ihr masochistisch veranlagt seid, dann könnt ihr auch gerne Kratzeis essen, so. Wenn ihr auf Popo-Spielchen steht. Warum komm ich da nicht hoch? Apropos Popo-Spielchen, Andy, was für ein Eistee trinkst du eigentlich gerade? Äh, das ist so, hier, kennst du dieses Granulat-Eistee? Wow, krass, du lebst das Leben, wow, geiler Shit. Ja, das... Was für eine Geschmacksrichtung. Fiesig, war cool, ne? Wow, exotisch, krass, Digga, boah, ey. Ich hatte halt Kirsch-Banane, aber den hab ich schon ausgetrunken, weil er so lecker war. Kirsch-Banane als Granulat? Ja. Oh, Gott. War sogar richtig lecker. Äh, hat mich überrascht. Das Beste war, wenn du dann beides zusammen gemixt hast. Dann hattest du halt Frucht-Cocktail. Hattest du Kirsch-Banane, äh, Kirsch-Banane-Pfirsich-Maracuja? Weißt du es? Du tust mir gerade auf so vielen Ebenen leid. Nö, wieso? Du bist gerade so dieses typische Ostblock-Kinder, dessen höchstens der Gefühle ein labriger Toast mit Scheiblettenkäse war. Alter! Willkommen in meiner Kindheit. Komm, jedes Mal, wenn ich, äh, wenn ich, äh, mir, mich in die Küche freundiger Erwartungen, äh, stolz, die, äh, mir denke, oh, was gibt's denn heute leckeres zum Mittagessen? Ach so. Äh, 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 und dann, äh, torkelst du rückwärts wieder raus. Und dann gibt's halt sowas wie heute, Tüten-Nasi-Goreng. Was man einfach nur in die Pfanne schmeißt, muss, warm machen muss, und dann ist es fertig. Auf dem selben Niveau wie eine Tüten, äh, wie eine, ihr Rahmen. Das ist, äh, Fertig-Fraß-Bänder. Ja, aber es ist nicht schwer, einfach sich eine Curry-Soße zu machen, äh, Reis zu kochen und dann Fleisch anzubraten. Doch, das ist voll kompliziert. Ja, Schampe, lass es los. Alleine, bis du einmal erklärt hast, dass man tatsächlich auch Kochbananen ins Curry machen kann. Hab ich nie probiert. Ich auch nicht. Äh, also wenn man zu viel Banane reinhaut, erschlägt das halt das Aroma. Ich bin halt auch der, der Punkt, dass ich mir sag so, Kochbananen sind mir ehrlich gesagt zu teuer. Äh, du kannst halt eine normale reindrücken. Wenn sie, wenn sie schon ein bisschen reifer ist, dann machst du im Prinzip dasselbe. Hm. Aber dann nimm am besten nur eine halbe, weil das Aromahaut halt schon ordentlich von der Süße erweinen. Ja, Bananen ist potent. Puh! Potent! Jesus! Potent, du Dose! Oben auf den Berg. Endlich ist potent. Okay, der geht hier oben auf den Berg, Joran. Okay. Ich versuch grad echt so ein Klot zusammenzufassen, was das angeht, weil ich glaub da ist mehr hinter. Schädel, gibst doch einfach auf. Nein. Nur weil du jetzt 20 Verschwörungstheorie-Videos darüber machen wirst, wirst du nicht relevanter werden. Du, meine, auf meinem Kanal, der stirbt so grad heute schon wieder. Also, ne? Ja, ich hab gehört, Game-Theorie, uns haben wir wieder hart-Boom. Ja, ich merk schon. Ja, gut, Angel ist schon eingeschritten, sonst wäre ich eingeschritten. Oh fuck. Kamera. Ja, geil, Kamera, danke. Was war das denn für ein Scheiß? Das war Sparda. Was war denn? Ach, äh, hier, ähm... Der Server, oder was? Nee, hier, was grade im Chat abgeht. Was? Genau das. Laufen Leute wieder Amok? Das muss nicht in einem Stream-Chat sein. Was denn? Was... Was macht ihr denn da? Sekunde. Oh, je, je, ich kenn das. Kann man euch nicht ne Sekunde aus den Augen lassen? Ihr seid ja wie Kinder, die bei den Folienkartoffeln die Folie mitessen. Äh, oder bei der Tiefkühlpizza die Folie drauf lassen. Äh, oder bei der Tiefkühlpizza das Tief mitessen? Äh, nee. Also wirklich, so ne geistige Schraubrake habe ich einmal im Leben mitbekommen. Da stand aber nix drauf, dass ich die Folie nicht wegmachen muss. Äh, ja, manche Leute kommen damit sogar durch. Äh, aber bei der hat wirklich der Begriff gegriffen bummst gut. Dumm bummst gut. Aber wirklich dumm wie die Nacht. Kinder, benutzt euer Kind ja. Ist nicht so schwer. Ich weiß, es ist matschig und es ist ekelhaft in der Hand, aber man nutzt es. Yes, but actually no. Habe ich mal gesagt, dass ich dieses Meme eigentlich total mag? Mit diesen Piraten? Well, yes, but actually no. Well, yes, but actually no. Mann! So eine so dumme Scheiße! Du sagge sich, du. Ey, mach es doch richtig! Äh, nein. Well, yes, but actually no. Du sagge sich! Das war jetzt aber gemein. Könntest du das nicht netter sagen? Arschgeige. Okay, du Armleuchte! Du Flachflöte! Du Kinderbeckenplanscher! Du Brötchen über der Spüleaufschneider! Du Sitzpisser! Du Til Schweiger Filmgucker! Oh, 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 oh du milchbrötchen esser hey doch warum willst du mich essen ein milchbrötchen mit käse ja das brötchen totaler wahnsinn ich bin ja wenn ich wenn ich so in welchem milchbrötchen habe ich ja lieber süßen berg auf marmelade muss ich auch nicht nein ich meine wir können jetzt eine diskussion führen ob man marmelade auf ein schwarzbrot machen sollte aber vielleicht ist es auch ganz gut mit schwarzbrot ist es die konsistenz dann dieses furztrockene gefühl dass du jedes mal hast also hast du noch kein gutes schwarzbrot gegessen man hat ja schon dermaßen viel schwarzbrot versucht aufzutischen es liegt nicht an der qualität ist es einfach nur mein persönliches empfinden schwarzbrot ist wie ein arsch so und jetzt 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 habe ich jetzt halt das schöne hole ich bin mit wenig aufgewachsen von daher kann ich weiß ich nicht wie gutes schwarzbrot schmeckt und daher kann ich dieses schwarzbrot auch essen der kleine handy möchte ein schwarzbrot ist das ist so das ist so wie die halbine hast du diese tugend der ungewissheit oder weiß es nicht besser erst ein roboter irgendwann lernst du es ja das kann jeder gern machen mögen wie er möchte aber für mich ist schwarzbrot absolut nichts er kann gern machen wie er mögen sonnenblumenkernbrot hingegen haben wir auch gutes ich habe es ja noch nie ein schlechtes davon gehabt ein kornbrot würde ich gerne mehr essen rotes kornbrot und nicht einfach dieses konstante was wir jetzt dauernd holen so ein labbriges amerikanisches weißbrot wir essen ja nicht nur tos ist was wir momentan am meisten essen ist halt so dieses sehr standard mehrkornbrot block von ach so dieses mehr außen nichts ja dieses praktisch halt rechte gegen scheiben sechs oder sieben in einem paket und dann halt mehrkorn das zeug wo du merkst ich habe irgendwas im mund ich weiß nur nicht was darf ich will mal ganz kurz anmerken das seht ihr das da wenn ihr da aus dem fenster guckt da ist eine dose und was ist der tieferes sind davon ich habe keine ahnung weil wahrscheinlich das level wo du verhast bereits weggekarrt ist aber nicht die aktiven game objekt das ist gut möglich ja auch das er gibt sinn handy boundary break geguckt hat was kann ich sagen das war's geguckt boundary break ist ein format auf youtube wo leute die kamera in spielen dahin drehen wo sie wollen auch das könnte ich ja auch soweit ich weiß mit dem da von ist das ein feature und er macht das jetzt mittlerweile auch schon bei ziemlich neueren spielen oder so davon hat der keks eine menge geschickt als wirst in level 2 geremake wurde möchtest du jetzt unterstellen dass sie manisch besessen ist so jetzt die sache ist keks hat zwei hobbys skyduggery und resident evil also dem einen bin ich schuld und gibt gott dass ihm niemals dazu kommt sex mit beiden zu haben die bahnrydrein macht interessantes zeug wegen mal schön solche sachen zu sehen hey stopp bitte no way beto geber vielen dank für den sub mein duden fünf neue subs heute dafür dass es hier mitten in der woche ist und ich im grunde was uraltes zocke und die leute ständig fragen das gibt es noch ja du bist mit diesen sachen bekannt ich bin bekannt du bist unbekannt bekannt aber wir beide wissen worauf es hinausläuft weißt du hast du spielst mit dem klang witzig machst du noch mal welche den klang 3 ha ha witzig aber ist es schon wieder lange noch her oder nein das letzte mal habe ich das gemacht als ich es gespeedrund habe und das war mit den letzten jahres ja reicht doch ist schon ein jahr lang her oh junge ein jahr zeit für ein neues rachel und den klang aber die haben auch schon lange kein neues mehr aber ich könnte ich doch mein igloo schmielst oh ja das letzte war ja das movie tie in was ja nicht so geil gewesen sein soll wo auch immer noch ein paar videos bei mir weltweit gesperrt sind weil es fucking clips aus dem film sind aber erst ein jahr nachdem der film raus kam fun fact sehr gut die videos sind ein jahr alt gewesen und dann waren sie auf einmal komplett gesperrt ich hatte mir einfach so ein video mal angeguckt über mehrere stunden so has ratchet lost its edge und hatte dann wirklich halt verglichen Ratchet & Clank 1 und Ratchet & Clank The Movie The Game wie auch immer so wirklich side by side verglichen und wow ja da ist schon ziemlich viel raus am edge ja nur der erste teil ist auch ein bisschen trash also ja aber alleine solche sachen wie halt die interaktionen waren so von wegen wie Ratchet & Clank mit den NPCs interagiert haben Ratchet war früher eine richtig Arschlochsau ja und war richtig schwer zu ertragen was also ich fand ihn richtig schwer zu ertragen im ersten teil hm war einer der gründe warum ich dieses projekt abgebrochen habe bei mir weil ich konnte es irgendwann mir nicht mehr antun war davon abgesehen dass das gameplay so unglaublich clunky war aber beim ersten teil warte ich darüber ich habe es fast gebucht aber es hat auf meiner offiziellen Konsole nicht gut funktioniert also da war alles dann irgendwann nur noch auf 15 fps konnte man nicht mehr spielen war nicht so ne 15 fps ist nicht so nicht so gut das ist jetzt nicht so die zeit die du hörst wenn du dir denkst so ja so commands äh für schnelles platforming dafür muss man schon mindestens 15 fps haben und 15 fps klingt nach dem neuen neueren Need for Speed warum kann ich nicht gehen hab ich nicht gehört okay ich hab's geschafft okay ich hab's geschafft okay ich hab's geschafft okay ich hab's geschafft ein Wasserspender ein Wasserspender ja Andy sagt was lustiges und du sprudelst über vor Lachen ah ich hatte mir vorgestellt dass du deine Burger zum PC mitgenommen hättest die dann da gegessen hättest und während ich dann über dich äh philosophiere wo du diese Burger bist ähm ähm machst du diese Szene aus hast du die unglaublich zwei geguckt wo Violetta dieses Wasser so im Hochflug aus ihren Nasenlöchern schiebt ja ähm das machst du dann mit Senf und Ketchup aus jeweils einem Nasenloch äh am besten aus dem Horn noch Käse und Gürkchen Hälfte auf 8 Uhr Nein das darf ich nicht mehr lange zu gehen Gürkchen hm Gürkchen ich hab leider jetzt wirklich ganz sehr früger ausgebildet so war's gut was hast du Das ist mir überhaupt ein Rätsel, wie du dir einen Sound rüberzulegen kannst und keine quietschenden Gürkchen drauf hast. Hallo, quietschende Gürkchen, Engelsmelodie. Ich hab schon einen Standard. So was soll das jetzt heißen? Bist du dir zu fein für quietschendes Gemüse? Mein Schatz, alle sagen, dass du diesen Pest... Es ist leise, Gürkchen, wenn sie zwei Gürkchen aneinander reibt. Verstehen Sie, was ich meine, Mr. Krabs? Verstehen Sie? Mein Sportpop hat echt Probleme, wenn man so drüber nachdenkt. Hier ist Mr. Krabs voll der Arsch, der bezahlt den normalen Lohn für geistig Behinderte. Oh, hat er nicht gesagt. Weißt du, heute ist es warmer, ne? Da musste man so, oh, hat er nicht gesagt. Oh nein. Heute musst du damit rechnen, dass tatsächlich irgend so ein Flachwechsel, der kommt und das bevollnimmt. Das hast du sowieso. Der hat was gegen geistig Behinderte gesagt. Ja, und es ist wichtig, dass ich es hier so sage. Das geht. Das fördert die Zuschauerfrequenz. Tut es nicht. Oh, wow. Oh, da kommt es hier auf. Nein, tut es nicht. Ja. Sag ich doch, tut es nicht. Aufsehen. Komm, viel bewuszen. Ich kann es nicht. Ich bin frei. I am konfassi. Du hast gerade Burger gegessen. Du bist langsam in den Oberstückchen. Ja, das stimmt. Ich bin so voll altert. Was war denn so leckerer Burger? Ach du hast also gesoffen? Nein, ich habe viel gegessen. Oh ja, wir müssten Burger Shakes machen. Oh nein, 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 nein. Ich weiß genau, was er meint. Nein. Echt? Ich weiß es nämlich selbst nicht. Meinst du den Shake, den man zu Burgern bekommt? Weil das sind Milchschutze? Nein, nein. Du nimmst Burger und stopfst ihn in den Smoothie Mixer. Das ist das beste. Aber worauf hatte ich denn angespielt? Weil ich habe das einfach nur gerade gesagt. Ja, lass uns mal einen Burger mixen. Ich habe jetzt nicht gedacht, dass ich das schon irgendwo gab. Das war tatsächlich mal so ein Ding als Challenge bei Leuten. Wir nehmen einen Burger und jagen ihn durch den Mixer. Und gib noch ein paar Flüssigkeiten dazu. Ich denke jetzt gerade wieder an diese eine Sponshot-Folge, wo diese Crabs der Oma den Burger vorkaut und auf den Teller rotz. Also ich kenne das von iCarly, wo sie das mit Spaghetti und Borulese gemacht haben. Basically dasselbe. Ich habe gerade zusehen dürfen, wie meine Energie geschreddert wurde. What the fuck? Ja, ich habe es gesehen. Alter! Andy? Hm? Kennst du den Comedian Thorsten Sträter? Den Treter kenne ich nicht, nein. Ne, Thorsten Sträter. Are you fucking for real, Sonne? Genau jetzt oder so, wie mein Zimmerschein wurde. Also der macht halt Comedy etc. Auf jeden Fall, der hat mal so ein paar Folgen lang eine eigene Sendung gehabt und da hat er sich immer so am Ende da so dieses Ziel gesetzt, irgendwas unappetitliches durch den Smoothiemixer. Ja, da hat er auch einmal einen Döner durchgejagt. Oh Gott. Gut, im Grunde genommen ist es einfach nur das, was du im Magier irgendwann am Ende hättest. Also einfach nur vorgekaut. Ja, aber du willst es nicht schmecken. Aber ist es nicht im Grunde genommen einfach genau der selte Geschmack, den du auch im Mund hättest, wenn du lange genug kaufst? Ja, aber du bekaufst ja das Ding, du kaufst nicht eine Stunde drauf, bis es Suppe ist. Hm. Gab es nicht hier noch ein Secret irgendwo? Ich meine, dass es halt auch schon mal gegeben hat, du jagst halt Burger durch den Mixer durch, dann nimmst du die Masse und machst daraus einen Boden. Und das packst du dann. Oder du machst daraus einen Patty. Ja, eben. Dann machst du einen Burger-Burger-Patty. Eben. Einen Burger-Burger-Patty. Lalalalalala. Wie geil wäre das? Ich weiß nicht. Das haben tatsächlich schon Leute gemacht. Sah auch interessant aus. Also, wenn es gebacken ist vom Geschmack her. Ja, müsste man mal testen. Aber... So direkt als Trink eher... Nein. Wir machen einen Burger, mixen ihn, machen daraus wieder Patties und dann belegen wir damit einen Burger. So. Nimm mit aufhören, das ist widerlich. Können wir gerade mal eher die Experten hier haben, weil ich meine, das hier war irgendwie ein Secret. The Confuzzlement is real. Muss man da nicht rein und was können und was Bestimmtes machen? Ja, das meine ich ja. Oh. Lalalalalala. Lalalalalala. Das ist doch Wahnsinn. Musst du vielleicht erst ins Obergeschoss einen Schalter umlegen, damit hier unten in der Mitte die Tür aufgeht. Und da ist da oben schon das Level zu Ende. Ne, wenn ich da noch weiter hochgehe, ist der Boss. Wieso? Na dann geh doch zum Boss. Oh, das ist wurmig gerade. Ich wusste ja, dass Holen und Andy Schräg sind aber abartig heiliger. Die mögen nicht das, was wir uns hier vorstellen, Holen. Da isst du einmal eine Bratwurst mit Nutella. Okay. Und es wird ja auf ewig vorgehalten. Das könnte ich aber nicht machen. Hä? Ich weiß nicht, so süß... Bratwurst mit Nutella geht doch eigentlich. This is disgusting, Holen. Ich mag auch so was wie Schokopizza nicht, könnte ich mir gar nicht vorstellen. Oh, ne. Da ziehst du jetzt... Da ziehst du jetzt auf jeden Fall... Oder wie Schokopizza. Weißt du, bei nem fucking Teig. Gipbar ist deftig. Weißt du, bei nem... Das ist einfach nur der Teig. Ne? Einfach Pizzateig, also Schoko drauf. Da ist nix besonderes frei. Also was ich eh immer gedacht hätte, dass du Pizzateig hattest, machst du eine ganz normale Pizza mit Tomatensauce und dann haust du das Schokolade drauf. Äh, solche geistigen Knachwixer gibt's auch, wo das wohl schon probiert haben. Hier ist nix besonderes Meier. Sorry, aber da hab ich direkt nen schönen Biskuitteig durch. So, du kannst... Äh, dann buck ihn halt rund. By the way, der Bossfight ist... äh, Makakuya. Ist mega lang. Äh, äh, der Boss ist, äh, Mango. So. Auch. Ne, ohne Scheiß. Dieser Boss hat echt... eine Phase zu viel gefühlt. Guck mal. Ha, ha, er hat Saugen gesagt! Ha, 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 ha! Äh-ha. Spannow. Spannow. ist das jetzt wieder so ein Ort, was ich nicht verstehe? Scheinbar. Habt ihr denn so viel Zeck der gar nicht? Ich glaube, es ist ein anderes Wort für der Kettaparte nach Lutscht, weil Zecken ja dafür bekannt sind, Blut auszusaugen. Hat Vivi gerade Lutscht gesagt? Ja? Junge Dame, Aussprache? Hey, ich weiß ja nicht, was du da gerade wieder denkst, aber Lutschen ist ein ganz normales Wort. Hey, du musst die Jugend von morgen erziehen. Für solche Momente bräuchte ich eigentlich den Joshi-Zungen-Sound. Wo? Ja! Oh, dieses, dieses, dieses von den Joshi-Zungen, dieses DEEE! Oh Gott! Ich liebe diesen Mienen! Ich kann, ich kann dieses Lied nicht an, dieses von, was war das, Joshi's Island 2, oder was das war, dieses... Oh, das war Joshi's Island! Ne, ich glaub das, ich glaub das, das du mal jetzt an, die ist, äh, Joshi's Island. Ja, Joshi's, ähm, ja, Joshi's, ähm, Super Mario Island war ja hier, äh... Ah ne, Joshi's Story doch! Joshi's Story, ja, ich, ich kann dieses Lied nicht an, das ist mir zu halbpilgt. Ja, das ist Joshi's Story. Und nun mit echten Kindern. Kwee! Kwee, kwee, kwee! Da hab ich aber auch was in meinem mit Jugend von heute, äh, 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 Mitte 20. Jugend... Wie gesagt, du bist ja zwar auch in meinem Alter, das Problem ist, ich, äh, hab mittlerweile schon, äh, wenn ich mir so Rezo-Videos oder so angucke, jetzt, wenn's nicht darum geht, die CDU zu zerstören, was der da für Worte rausschmeißt, da denke ich mir auch so, irgendwo hab ich, glaub ich, den, den, äh, was sind die momentan, äh, Jugendwörter, äh, zu verpassen, weil... Jetzt ist es bei dem Kerl, der hat nur seit Jahren dieselben Wörter. Wer macht sonst Videos? Weil, das ist im Grunde genommen fast genauso wie dieser eine schreckliche Zeitungsausschnitt da, wo, wo, Rezo, Rezo's Video so parodiert wurde, von dieser einen Zeitung. Sorry, die cringe. Ja, das ist ultra-cringe, aber das, äh, da waren dann halt auch so ein paar Sachen bei, wo ich wirklich dachte, sagten, was heutzutage so, oder ist das jetzt wieder... Also wenn ich, wenn ich mir wirklich heute, heutzutage Lifestyle-Youtuber angucken sollte, oder was heutzutage so die Generation YouTube guckt, dann, äh, selbst, selbst bei Viktor, muss ich manchmal sagen, so, ich versteh nicht, was du gerade sagen willst. Ja, ich glaub, viele YouTuber leiden einfach an diesem Peter Pan Syndrom. Der nicht älter oder was? Auch. Was heißt Peter Pan Syndrom? Hm? Hm? Was heißt Peter Pan Syndrom? Ja, sie altern nicht. Achso, sie wollen nicht älter werden, oder? Ja, und halten sich für die absoluten Überflieger. Und sie klauen deinen Schatten. Oh boy. Also hui. Und sie brechen nachts bei dir ein. Und essen deiner Katze das Katzenrotter weg. Und klauen deine Mütze. Pass auf, äh, pass auf Rio, nachher wird das ein Ding. Er wird zickt. Das neue Wort hier, was wir hier in der Konfi benutzen. Ja, das, äh, das ist, äh, ist so nach Cash Money. Das zickt. Das hat sich leider auch noch nicht so wirklich durchgesetzt, ne? Nee, nee. Wollte ich eigentlich durchsetzen, aber irgendwie hab ich's nicht geschafft. Was, was, was wolltest du durchsetzen? Aber, aber ich, 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 ich fand's schön, dass ich jetzt, wo ich meine Streams durchgelobt hab, äh, wieder an Ubungus, äh, äh, erinnert wurde. Ubungus? Ubungus? Ey, das, könntest du, könntest du mir das Wort bitte mal erläutern? Und unser, unser, unser Gangster, unser Gangster-Rapper-OC. Oh ja, Ubungus! Ubungus, der Gangster-Rapper, unser Gangster-Afrikaner, afrikanischer Gangster-Rapper-OC. Ja, stimmt! Ubungus! Hab ich was verpasst? Ja, hättest du mal... Risk of Rain 2 Stream. Oh mir! Ja! Hättet ihr mal den Risk of Rain 2 Stream geguckt, Kinder? Ja, Entschuldigung! Die Sache ist, die Sache ist, die Sache ist, in diesem Stream bist du sogar später dazugejoint. Ja, aber... Dann würdet ihr jetzt Ubungus kennen. Ja, aber ich... Ja, das Ding ist, wenn ich noch auf Arbeit bin, dann kann ich schlecht euren Stream gucken. Aufs Reden. Obungus hätte trotzdem den Stream geguckt. Ubungus hat wahrscheinlich meinen Job. Ne, er hat er wohl auch nicht mehr, weil seine zweite Single ist... Ne, sein erstes Single war... War sein erstes Single. Ne, auf jeden Fall war seine dritte Single dann das Rap-Battle gegen Peter Zwegard. Aber, Vivi, wenn der Kerl einen Job hätte, würde das auch sein dass Creed-Gravity dich ankratzen. Ne, genau, das zweite Album war, dass es nicht Cash Money, weil sich das erste nicht verkauft hat. Ja! Du musst real sein, Vivi. Wenn du einen Job als Gangster-Rapper hast, dann nehmen die all die coolen Gangster nicht mehr ernst. Aber eigentlich könntest du das sogar abkürzen, äh, Angel. Sagst du einfach... Wie ist euer Rap-Battle? Oh, Bungus. Hm, ich weiß nicht. Plumbus klingt besser. Ne, das ist copyrighted. Hänge halt auch ein MC davor. MC Plumbus in der Haus! MC Plumbus! Single Bob! Das ist nicht Dollar-Euro! Ja, das ist nicht Cash Money! Das ist sowas von nicht Dollar-Euro! Können wir wieder die Retro-Sachen beleben? Special Eyes und so? Finde ich voll Knorkel? Haha, look at your brand! My brand! My eyes! Also, das ist... Das ist ein schöner Mien-Hol. Den haben wir irgendwie voll vergessen mittlerweile. Wir müssen die Jugend wieder dran erinnern. Es gab gutes Zeug damals, wirklich! Ja, man muss die Leute mal wieder an die Klassiker erinnern. Ja! Selbst Uganda hat mehr verdient als das! Das ist voll nicht euer Euro-Money! Das ist halt übrigens gerade richtig beschissen bei dem Bosskampf. Na? Du hast hier über das gesamte Spiel diese Herb-Up-Trails geholt, ne? Und jetzt sind sie absolut worthless. Und jetzt sind sie absolut worthless im Final-Boss-Kampf. Da, wo du sie eigentlich am meisten haben willst. Weil du blödes Vehikel steuerst. Joa. Deswegen sei ja die letzte Phase, hätte man sich echt schenken können hier. Das ist jetzt die allerletzte? Äh, ja, das ist die letzte Phase. Wow, ja, die hätte man sich wirklich schenken können. Also, ich dachte, danach kommt jetzt noch was. Ich dachte, das ist jetzt hier wie bei Kingdom Hearts 2, wenn du dann mit Riko und Zora auf diesen Gleiter bist und dann halt gegen diesen Meckardracken kämpst. Du hast es halt manchmal, so wie jetzt gerade, dass du drückst, aber die Waffe einfach nicht feuert. Ich muss drücken. Ich habe keine Ahnung warum. Mein Freund will nur einkaufen. Er soll einkaufen gehen. Fouler Shitlord. Oh. 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 Du darfst den Dauer N validation Ibbell kauften alleine. Da braucht niemanden, der zum Händchenhalten mitkommt. Ja aber mit dir geht auch niemand mit. Auch wie hey so will man kommen. Hä? Und wenn wir Konfitreffen machen, gehen wir auch immer alles in den Eintrag. Eben. Außer hol natürlich. Hol nicht. Ja. Das sah aber anders aus. Und was sagt, war er nicht auch schon mal mit Einkaufen? Nö. Nee, ich mein, äh... Ich mein, bei dem letzten, bei dem letzten, äh... Konfitreffen, wer ist denn da wirklich am Ende dann einkaufen gegangen? Ähm... Shadow. Nee. Nee, Shadow. Du bist halt an Alex losgerannt und hast Zöge eingekauft. Ja, und später. Nee, Quatsch. Da waren doch Keks, du und ich, zum Einkaufen, wo ich dann später die Riesenteile gezahlt hab. Und ihr so, oh, Alter, was? Ja, wie, wie? Du warst an dem Tag echt von der Ultra-Gönnung. Ja, ich hab's gefeiert. Ich will nie mit Geld auszutreten. Das ist eine Aussage. Die machen dir Sorgen. Nein, also, pass auf. Okay, okay. Ich weiß jetzt nicht so, dass ich mein Geld komplett auf die Grenze rauswerfe. Aber zum Besonderen... Ich hab das Bild übrigens immer noch mit mir und dir ganz stolz vor diesem folgenden Einkaufswagen. Nein, also, okay, ich hab das gerade ein bisschen unbürohig aufgegriffen. Also... Aber nur ein bisschen. Sagen wir mal so, ist, äh... Ist ja nicht so, dass ich wirklich die ganze Zeit mit Geld umschmeiße und ich spare. Das Ding ist nur, wenn es wirklich besondere Anlässe gibt, dann liebe ich es einfach, weil... Mein Gespartes dafür zu verwenden, dass diese besondere... Äh, hier... Diese besondere Sache auch dementsprechend gebührlich gefeiert wird und dann kaufe ich immer super viel. Das macht es irgendwie nicht besser. Warum? Man muss einfach feiern. Life is for the dipping und so. Von seinem geistigen Auge hast du einfach nur das Zeitfenster, in dem du wie eine Bekloppte im Geldring herumtanzt. Äh, äh, ein bisschen feiert. Sie kann ja nicht sehen, wie ich jetzt gerade mit den Händen da so einen kleinen Zeitraum zusammenpresse. In der dritten Falle, was Phasen nicht so auf der Plattform Secret gab. Das ist mir neu. Hey, was ist los, Globox? Bitte, 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 bitte. Ich bin Globox, ich bin Doom. Er ist jetzt glücklicher. Schau, die roten Looms, wie zufrieden sie aussehen. Mir egal, ich will mein Handy. Gründer müsste doch einfach Timon und Pumbo, oder? Globox hat gerade gesagt, ich will mein Handy. Okay, deine Weife ruft nach dir. Ähm, Handy, was ist da los? Handy X Frosch, was ist da los? Gommener sei. Was ist mit deiner Weife los? Wäre das denn, wäre das denn Glandy? Gnados würde eher passen. Das ist nicht ganz falsch, wenn du das so nennen würdest. Hey, was? By the way, was viele nicht wissen, das ist das Prequel zu Glover. Oh, lol. By the way, kein Schwein erinnert sich an das Spiel Glover. Doch, ich erinnere mich, aber nur daran, wie der Hauptprotagonist aussah. Andy Box confirmed! Der Handy steht also auf Breitmaul Froscher. Du warst zu... Wow. Ohl war auf einem, äh, auf einem Treffen. FIFO is overflowed by Gether Pipe. CPU Threat is too fast. Was? Mit. In den Credits stürzt mir jetzt der Emulator ab. Oh, der perfekte Zeitpunkt. Die Credits sind zu hart, die können nicht emulieren. Ah, geil. Dolphin funktioniert nicht mehr. FIFO ist tot. Du meinst, dein GameCube funktioniert nicht mehr. Ach ja, mein GameCube ist abgestürzt, tut mir leid, Leute. Mein GameCube ist zu heiß geworden. Mein GameCube ist abgestürzt. Scheiße, ey, FIFO ist echt abgestürzt. Alter, wo ist das? Oh, Mann. Ist das passend Emote? Ist das passend Emote dafür? Arme GameCube. Arme GameCube ist nie... Oh, sorry. Boah, ich bin richtig kaputt gerade. Weiß nicht, warum. Wahrscheinlich, weil jetzt sich die Sonne wieder denkt, so, hi. Oh, hi, Marc. Gibt sich mir diesen Panic Basket doch da. Das nächste Mal eine PC-DVD rüber schicken. Nee, ich brauche was für meine Floppy-Disc. Für meinen Floppy-Disc-Drive. Kassettenlauf, ja, Kinder. Genau. Kassette. Kassette. Kassette.